Musik Es ist der 25. Oktober 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was denn heute vielleicht Besonderes passiert sein könnte, mit dem man diese Sendung beginnen könnte, ist mir nichts eingefallen. Aber am Wochenende, da findet wieder die berühmte Zeitumstellung statt. Wir sind ja zur Zeit in der Sommerzeit und gehen dann in die Winterzeit. Und obwohl das seit vielen Jahren in der Diskussion ist, passiert es jetzt einfach wieder. Und ich frage jetzt einfach mal meinen lieben Mitsendegärtner Lars, ob er damit zufrieden ist. Hallo und guten Abend Lars. Einen schönen guten Abend allerseits. Und ob ich mit der Zeitumstellung zufrieden bin? Also ich freue mich immer, wenn es zurück auf die Winterzeit geht und ich würde mich noch mehr freuen, wenn es dabei bliebe. Oh, das bist du aber in der Minderheit, wie ich gehört habe. Das weiß ich total. Das ist irgendwie ungefähr 60 Millionen gegen zwei. Also ein Kollege ist doch meine Meinung. Das ist aber ein schlechtes Verhältnis. Oh Gott. Oh Gott. Aha. Also kannst du kurz begründen, warum du für die Winterzeit wärst? Auch im Sommer? Na ja, dann wird es ja früher dunkel, kann ich mein Teleskop früher rausholen. Finde ich wohl schön. Außerdem ist morgens früher hell. Das ist genau der Punkt, den glaube ich viele, die da abgestimmt haben, vielleicht nicht so vor Augen gehabt haben. Es ist ja von der Theorie her so, dass die Sommerzeit eingeführt wurde, damit es abends länger hell ist. Und klar, wenn ich abends nach Hause komme, auch im Winter und es ist nicht schon dunkel, bevor ich überhaupt meinen Mantel angezogen habe im Büro, sondern vielleicht habe ich noch eine Chance, so zehn Minuten oder so ein bisschen Dämmerung zu erleben. Aber wenn ich das, also wenn wir tatsächlich die Sommerzeit auch im Winter beibehalten, das heißt ja, dass es morgens bis zehn Uhr duster ist, da wird man ja ganz bekloppt. Hat das überhaupt mal jemand bedacht? Das weiß ich nicht, aber mir wird es nicht gefallen. Nee, ne? Nee, irgendwie wird mir das auch nicht gefallen. Fragen wir doch mal weiter. Wir begrüßen ganz herzlich heute als Gast der Sendung den Stefan. Hallo Stefan. Stefan. Servus. Servus. Achso, war das jetzt schon eine implizite Frage? Ja, also da wir ja kein Interview führen, sondern ein Gespräch, hätte ich jetzt schon den Wunsch gehabt, dass die Frage, also die Impliziertheit sozusagen sich mitteilt. Aber streng genommen hast du natürlich recht, ich habe keine Frage gestellt und insofern musst du auch nicht antworten. Doch, doch. Ich war nur kurz verwirrt. Ja, ich bin eigentlich, ich finde die Zeitumstellung an sich gar nicht so schlecht, weil also im Winter kommen quasi die Vorzüge beider Saisons, also beider Hälften ganz gut raus. Im Sommer will man ja viel draußen sein und viel draußen machen, deshalb ist es im Sommer länger hell und im Winter ist man eh nicht so viel draußen, weil es eh die meiste Zeit dunkel ist und dann ist es auch okay, wenn es schon um vier dunkel wird. Aber ich glaube, ich bin auch eher deiner Meinung, dass wenn es um zehn hell wird, dann wird man ja nie so richtig wach. Deshalb glaube ich, wäre mir die ganze Zeit, Winterzeit doch lieber. Ich glaube, also ja, ich bin selber etwas unentschieden. Mir ist, ich habe auch am Anfang gedacht, ja, ist doch eigentlich schön halt bei der Sommerzeit, auch im Winter, bis mir dann tatsächlich aufgegangen ist. Das hat ja nicht nur Konsequenzen am Abend, das hat ja auch Konsequenzen am Abend. Ja, genau. Das hatte ich immer so locker ausgeblendet aus dem Ganzen und dank kluger Mitteilungen, die mich akustisch erweitern. Alle Leute, die Kinder haben zwischen fünf und 15, die haben dann ordentlich Probleme, wenn die Kinder gar nicht mehr wach werden morgens. Ja, stell dir das mal vor, kannst du die wecken, wie du willst, die kommen überhaupt nicht mehr. Und dann müssen die Kinder ja immer irgendwie um zu wirklich nachtschlafender Zeit raus. Wann musstet ihr früher in die Schule? Wir haben immer 7.40 Uhr, also in der weiterführenden Schule, 7.40 Uhr angefangen. Das fand ich damals irgendwie okay, aber heute stelle ich mir das irgendwie sehr, sehr grausam vor. Wann musst du denn so raus? Wir haben es um 7.30 Uhr bei uns losgegangen. Noch früher? Mein Gott. Ja, ich war dann immer um 6.30 Uhr beim Bus. Wahnsinn. War das bei dir auch so früh, Lars? 7.45 Uhr und eine andere Schule war 7.50 Uhr. Okay, ja, das kommt ja eher so bei mir raus, aber 7.30 Uhr, uiuiui. Dann bist du in der ersten Pause und es ist noch nicht hell, das ist halt schon. Ja, also wie will man denn, also kann man da überhaupt schon klaren Gedanken gefasst haben? Heute wäre mir das undenkbar, also vor 10 Uhr, also gut, ich kann vielleicht E-Mails lesen, aber sagen wir mal aufnehmen und ich schaffe es dann auch noch einen Kaffee aufzuschütten, aber viel mehr kommt bis 10 Uhr eigentlich nicht aus mir raus. So, wie schaffen Schülerinnen und Schüler das? Das ist mir ein kleines Rätsel. Und Lehrer, vor allen Dingen Lehrerinnen und Lehrer, die müssen sich ja auch noch veröffentlichen, also die stehen da vorne als Alleinunterhalter morgens um 7.30 Uhr und dann haben da 30, ja gut, aufgeweckte Kinder, das widerspricht dem jetzt gerade. Die gucken dich erwartungsvoll an und sagen, mach mal was mit uns, boah, stell dir das mal vor, grauenvoll, wie halten die Menschen das aus, ich bin voller Bewunderung. Meine Güte, naja, gut, aber wir wollten ja jetzt eigentlich nicht über Schule reden, sondern über den Sellegraten, wir haben den Stefan, das ist übrigens der Stefan Dillinger, man könnte ihn auch Dr. Stefan Dillinger nennen, um ganz korrekt zu sein, eingeladen. Stefan Dillinger, der will uns gleich so ein bisschen was über seinen Podcast, seine kleine Podcastwelt erzählen oder seinen Sendegarten, das ist ja die Idee, jeder Gast hat seinen eigenen Garten, auch einen akustischen Garten, der ist ein bisschen anders als der vom letzten Gast und anders als der vom nächsten Gast und anders als meiner und anders als der vom Lars, aber wir können uns alle so ein bisschen austauschen. Achso, übrigens, Sendegärtner Sebastian entschuldigt sich heute, der ist zwar da, aber im Hintergrund, weil das stimmlich und körperlich so angeschlagen ist, dass das weder für ihn noch für uns eine Freude wäre. Und wir wünschen von dieser Stelle herzliche Grüße und gute Besserung, dass sich das bald wieder gibt. Vielen Dank, dass du trotzdem die Strippen zusammenhältst, dass wir deine Zentrale trotz der Plessuren oder Krankheiten, die du da austrägst, nutzen dürfen. So, ähm, jetzt hatte ich gerade einen Gedanken, das ist natürlich, oh, ganz schlimme Schule, immer wieder vergessen, was ich sagen wollte. Siehst du, ich habe letztens im Alliteration am Arsch-Podcast gehört, dass das irgendwie so das Schlimmste ist, was einem passieren kann, ein Moderator, dass er nicht mehr weiß, wo er war. War das bei denen oder habe ich das auch durcheinander gebracht? Na, was auch immer, machen wir einfach mal weiter und kommen einfach zur neuen Ernte mit dem Rückblick auf die letzte Sendung. Puh, wir sind wieder laut, herrlich. So, die letzte Sendung erinnere ich, dass die Jana auf unserer Gartenbank gesessen hat und die Jana hat ja davon auch unter anderem erzählt, dass sie sketchnotet. Und, ähm, zur Zeit ist in Wien die Privacy Week und Jana ist ganz wild am sketchnoten. Das, ähm, ist wirklich beeindruckend, was sie da zustande bringt. Und ich habe hier bei Twitter mal geschaut, es gibt den, wenn man die drei Hashtags PW18, also für Privacy Week 18, das Wort Privacy Week und Sketchnotes zusammenpackt. Also, man kann das ja entweder durch ein Pluszeichen oder ein End oder wie auch immer kombinieren, äh, je nach Anwendung. Dann kommt man auf diese Sketchnotes, die taggt sie mit diesen, äh, mit diesen Hashtags. Und dann kann man mal sehen, was sie da so zu wege bringt. Ähm, also ganz, ganz groß, ganz wunderschön. Und sie wurde schon angesprochen, dass sie unbedingt auch auf dem Kongress doch bitte sketchnoten soll. Kann ich auch sehr gut verstehen. Dann haben wir zwei Mails bekommen von der Silke. Das ist die Silke Mini Lanzelot. Und, ähm, sie erreichte uns am 14.10. Da hatte sie gerade die Ausgabe noch davor gehört, äh, mit dem Lothar Bodingbauer. Äh, genau. Sie schreibt, hallo Martin, Sebastian Lars und in dem Fall Lothar Bodingbauer. Vielen Dank wieder einmal für diese schöne Folge. Wie immer ist es sehr interessant, euch mit den wechselnden Gesprächspartnern zu hören. Macht weiter so. Und dann gibt sie uns noch einen Blütenschatz. Zu dem kommen wir aber später. Und vier Tage später hat sie dann die Folge mit Jana gehört. Und, ähm, erklärt mich auf. Sie schreibt, hallo Martin, Sebastian und Lars. Martin, du meintest bei der Hörmupfel die Nicole vom Zuckerwerk und nicht die Jana. Ich hatte ja die Jana ganz zum Schluss noch gefragt, ob sie mit der Hörmupfel mal irgendwas zu tun gehabt habe, weil ich da irgendwas zusammenbrachte. Aber Jana verneinte und sagte, nee, das wär's nicht. Und in der Tat, Silke hat es aufgeklärt, ganz herzlichen Dank dafür. Es ist Janas Zuckerbäckerei und Nicoles Zuckerwerk. Die beiden habe ich durcheinander geworfen. Und die Nicole vom Zuckerwerk, die war mal eben bei der Hörmupfel, bei der Dotti Groß. Und die haben sich da unterhalten. Das wäre einmal Nicoles Zuckerwerk, alles zusammen ein Wort, .com oder eben die Zuckerbaeckerei.com. Das ist das Angebot von Jana. Ja, bei so viel Zucker kann man ja auch schon mal durcheinander kommen. Aber, ähm, jedenfalls denke ich, das war ein ziemlich süßer Fehler. Entschuldigung. Hui, hui, hui. Hui. Sie haben mit schlechten, mit schlechten Wortspielen gestartet. Ich komme da aus der Nummer nicht wieder so richtig raus. Ja, ich hatte gerade den Piratensender Pfannenwender erfunden. Der gefällt mir eigentlich auch. Aber der passt an dieser Stelle fast gar nicht. Das war das, was ich an Neuernte zusammengeklaubt habe. Lars, ist dir noch irgendwas zu Ohren gekommen? Nee, ist es nicht. Nichts, was wir nicht im weiteren Verlauf der Sendung nicht sowieso noch aufnehmen. Nichts, was wir nicht im weiteren Verlauf der Sendung aufnehmen. Das ist eine doppelte Verneinung. Also haben wir was, aber das kommt später sowieso. Ich habe ja manchmal mit so Gesetzestexten zu tun. Und die überschlagen sich ja manchmal vor Negationen der Negationen der Negationen. Und dann hast du eine Regel mit Ausnahme und dann die Kontra-Ausnahme der Regel. Und das ist manchmal wirklich so irre, dass ich mich manchmal frage, wie kriegen die Leute das überhaupt mental hin? Ich bin dann auch, wie bei den Lehrern, voller Bewunderung für die Juristinnen und Juristen, dass sie sich da in diesem Dschungel so durchwurscheln können. Das ist manchmal, also mit der Zeit lerne ich schon auch, das zu deuten. Aber so für den ungeübten Leser ist das echt oft so. Hä? Was ist jetzt, wovon reden die jetzt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich nicht keinesfalls damit beschäftigen möchte. Äh, ja. Ein Level zu hoch. Ich gebe dir grundsätzlich recht. Ich kann nicht ausschließen, dass ich dir nicht grundsätzlich Unrecht geben will. Ja, da merkt man den Könner. Du kannst das. Super. Sehr schön. Aber genau das Niveau. Die Doppelverneinung ist dem Bajovan ja inert quasi. Was ist dem inert? Also der Bajovare wächst ja mit der doppelten Verneinung auf quasi. Ach so. Hast du das nicht schon gelesen? Ja, genau. Nee, das ist ja nur die einfache Verneinung. Das haben wir ja noch nie nicht gemacht oder so. Okay. Okay, aber wir kommen so nah an sich heran, dass wir dich jetzt unbedingt auf die Gartenbank setzen sollten, aber das machen wir jetzt ganz formal richtig, nämlich mit dem entsprechenden Trailer dazu. So, und wie hast du gerade gesagt, das haben wir ja noch nie nicht gemacht. Ja, genau. Okay. Und das heißt, das haben wir schon immer so getan? Im Prinzip, ja. Das ist so drin, dass du es gar nicht mehr entschlüsseln kannst. Super. Zumindest, dass man nicht mehr aktiv drüber nachdenkt. Ja. Das ist ja sowieso lustig. Also wenn man manchmal über Dinge also wirklich in Ruhe nachdenkt oder sie sich auf der Zunge zergehen lässt, dann ist ja die Kommunikation schon manchmal so ein bisschen komisch. Und was war denn das Beispiel, was Jana da letztes Mal brachte? Mein Argument sei an den Haaren herbeigezogen, sagte sie ja. Und natürlich kann ich die, also welches Argument hätte schon Haare, wo ich hinfassen könnte zum Beispiel. Oder wenn ich dich auf die Palme bringe, wo sollte denn die Pflanze herkommen? Aber damit verrätst du uns ja schon ein bisschen was von dir, von dir Stefan Dillinger. Ich habe gerade in der Einführung gesagt, Dr. Stefan Dillinger, weil das irgendwie, weiß ich auch nicht, wo habe ich das gesehen? Auf deinem privaten Blog, da steht es glaube ich prominent drauf, Dr. Dillinger. Was für ein Doktor bist du denn? Naturwissenschaftler. Das ist ein bisschen präziser, Naturwissenschaft ist ja relativ groß. Ja, ich bin studierter Biochemiker und habe dann auch in dem Bereich promoviert, genau. Das habe ich gemacht, aber ja, ich habe das 2016 abgeschlossen, ja genau. Oha, du bist ja noch recht frisch. Ja, also so ungefähr zwei Jahre dürfte das jetzt hier sein, ja. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ja. Habe ich das in Min korrekt gehört oder wo war das? Die sagten, ich glaube zu dem Zeitpunkt, wo man sozusagen seinen akademischen Abschluss, den höchsten Abschluss hat oder so, dann von da an geht es eigentlich nur noch, also was das Wissen angeht und die Flexibilität im Feld, das würde dann so langsam nur noch heruntergehen. Also man ist quasi auch in der Blüte, wenn das so passiert und dann beginnt schon der Verfall, kann ich jetzt nicht sagen, ich will ja nicht sagen, dass Herr Remford und dass Herr Wörl verfallen wären. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen heftig, aber es ist schon irgendwie so. Also ich merke es als über 50-Jähriger deutlich, ich habe nicht mehr das, was ich mal, wenn ich es denn gehabt hätte, habe. Naja, zum Ende seiner Doktorarbeit muss man das alles irgendwie zusammenfassen und man versucht, also man ist halt dann eigentlich ein Fachidiot ja eigentlich, weil man sich ja so auf seine Forschung konzentriert und dann ja im Prinzip alles darüber gelesen haben sollte, in Airquotes. Und wenn man dann weitergeht, es kommt natürlich dann auch darauf an, was man macht. Also wenn man dann natürlich die wissenschaftliche Karriere weitergeht, dann würde ich jetzt eher sagen, dass man dann schon noch vielleicht noch mehr weiß erstmal, weil man, wenn man dann Postdoc wird und so und sich noch mehr mit dem Thema beschäftigt, dann muss man ja auch Anträge schreiben, dass man jetzt als Doktorand noch nicht so macht und dann muss man schon auf jeden Fall dranbleiben. Findest du denn noch immer Leute, die das verstehen, was du erzählst oder bist du da schon irgendwie so weit auf so einer einsamen Insel, dass du schon Schwierigkeiten hast, Gesprächspartner zu finden? Gute Frage. Also im Privaten unterhalte ich mich eher selten darüber. Also mit meiner Frau, mit meinen Eltern vielleicht mal irgendwie, wenn sie über einen Artikel stoßen und ich versuche es zu erklären, dann stoße ich da schon drauf, dass ich halt viel voraussetze und dann halt versuche, Dinge zu erklären, wo die dann auf jeden Fall Probleme haben, mir zu folgen. Aber in meinem Beruf jetzt, ich mache ja, ich unterstütze Kunden bei der Verwendung von so Wissenschaftsprodukten und da bin dann ich eher der, der sich nochmal damit befassen muss, was machen die jetzt eigentlich genau und muss mich dann da eher noch einarbeiten. Wo du gerade sagst, dass ich unterstütze Kunden bei der Benutzung von Wissenschaftsprodukten. Das klingt so ein bisschen wie so nach Erwachsenenhygiene. Naja, das war jetzt auch sehr kompliziert und gestelzt. Naja, also lass es raus. Also ich arbeite in einer Biotechfirma und wenn Leute Probleme haben, unsere Produkte zu benutzen, dann rufen sie mich an und dann versuche ich ihnen zu helfen, dass sie unsere Produkte richtig benutzen. Oder ich versuche den Fehler zu finden, vielleicht ist auch mal unser Produkt kaputt. Ja genau, deshalb muss ich mich halt immer in deren Feld einarbeiten. Was machen die jetzt genau, wie schaut deren Experiment aus? Deshalb muss ich da auch recht flexibel mich dann versuchen, in die Thematik einzuarbeiten. Aha, also Chemie ist ja schon, also nein, Biologie ist ja schon schwierig. Chemie, glaube ich, ist nochmal schwieriger, also wenn ich aus meiner Perspektive gucke. Also Biochemie ist so, glaube ich, mein Lieber, das ist so ziemlich ganz oben. Warum hast du dich eigentlich dafür interessiert? War das Absicht oder Zufall? Beides. Oh, habsichtlicher Zufall. Ein Tossecoin. Wie es halt immer so ist, ich habe angefangen Chemie zu studieren und war noch in den Zulassungsverfahren für Biochemie, weil das ja oft sehr zulassungsbeschränkt ist. Und ich hatte dann eben das Glück, dass das Los, also bei manchen Unis gibt es dann eben noch so vier bis sechs Wochen nach Studienbeginn die Möglichkeit im Losverfahren einen Studienplatz zu ergattern und das hat dann eben geklappt. Und deshalb bin ich dann in die Biochemie eben reingerutscht. Das wollte ich eigentlich von Anfang an machen, aber ich habe mir nicht viele Chancen ausgerechnet, da eben die Zugangsvoraussetzungen irgendwie vom NC her, vom Numerus Clausus her recht eng waren, dass ich da überhaupt reinkomme. Also wollte ich erst in die Chemie gehen und mich dann vielleicht später auf die Biochemie spezialisieren. Aber dann eben durch den Zufall oder das Glück, je nachdem wie man es sagen will, oder das erzwungene Glück, weil man ja schon mal die Postkarte hinschicken muss, hat es dann eben noch geklappt mit dem Studienplatz. Okay, jetzt mal so für Menschen, die damit so gar nichts zu tun haben, also Chemie, da denkt man ja manchmal auch gerne so an Plastiktüten, Petrochemie, also das, was ich in meinen Tankrohr reinschütte oder so. Und damit wirst du ja wahrscheinlich weniger zu tun haben. Du wirst ja wahrscheinlich eher die belebte Natur, das biologische irgendwie, also wie wird, wie versorgt sich eine Zelle, wie entwickelt sich ein Embryo und solche Geschichten da eher mit zu tun haben. Also mit der Doktorarbeit habe ich mich damit beschäftigt, wie sich die DNA im Zellkern faltet und wo dann Gene oder Bereiche sind, die aktiver sind, wo sind die in der Zelle, wo sind Bereiche, die eher nicht so aktiv sind, wo werden die gelagert in Anführungszeichen. Da gibt es eben dann bestimmte Bereiche, dass Gene, die nicht so aktiv sind, eher an den Rand gedrängt werden, dass die nicht im Weg sind im Prinzip und die Gene, die dann aktiver sind, die sind dann eher so in der Mitte von der Zelle. Das war dann mehr so mein Bereich. Aber die Biochemie im Allgemeinen befasst sich halt mit Stoffwechselwegen in Pflanzen, wie zum Beispiel Photosynthese oder im Menschen, die Atmung oder der ganze Energiestoffwechsel, also überall, wo Enzyme, also im weitesten Sinne, wo Enzyme auch dabei sind, die dann eben chemische, biochemische Prozesse, Reaktionen katalysieren. Und also was mich immer so ein bisschen, wenn ich mir so Bilder vor Augen habe von so Laborsituationen und da stehen halt Leute und ja, sie schütten aus einem Gläschen was in ein anderes Gläschen und dann heißt es, was weiß ich, ich habe da eine DNA verändert oder habe irgendwie was rausgeschnitten und durch was anderes ersetzt oder irgendwas. Und ich frage mich dann immer, woher weißt du denn jetzt eigentlich, wenn ich da nur eine Flüssigkeit auf eine andere Flüssigkeit drauf träufle, woher weiß ich denn, dass ich jetzt genau diesen Vorgang gesteuert habe und nicht irgendwas anderes? Also wenn da so Ärmchen anfangen zu schneiden und so, wie nennt man die denn? Ja, du sprichst eine gute Sache an. Ja? Wie kann ich mir das vorstellen? Meine Mutter fragte mich mal früher, wenn ich Tabletten oder wenn sie Tabletten nehmen musste, wie findet denn die eigentlich ihren Weg? Woher weiß die denn, dass sie ans Herz muss? Gute Frage. Ja, ja, genau. Ja, also das ist auch das Frustrierende, was du da eben hast. Du machst, also in meiner Fall, in meinem Fall war es auch so, dass ich mich mit alten Zellen beschäftigt habe, die sich halt dann nicht mehr teilen. Wenn sie alt werden, Zellen dann hören sie auf, sich zu teilen. Und das heißt, ich musste die erstmal alt kriegen. Das heißt, ich habe sie halt lange wachsen lassen und dann brauche ich die, man musste vorher schon wissen, wie viel brauche ich denn am Ende und habe die dann eben wachsen lassen. Dann hatte ich am Ende so einen ganzen Stapel voller Petrischalen mit Zellen drin. Dann machst du deinen Versuch, der dauert dann vielleicht zwei, drei Tage. Du siehst aber die ganze Zeit die Zellen, dann hast du Puffer, die halt farblos sind, perpetierst die ineinander, machst deine ganzen Reaktionen, deine ganzen Arbeitsschritte und am Ende machst du dann den einen Versuch oder den einen Detektionsschritt, wo du dann eben das Ergebnis siehst. Also du machst eine Färbung mit einem Fluoreszenzfarbstoff, dass du im Mikroskop dann eben die anfärbst, die Zellen und siehst, ach, hat sich jetzt was verändert, hat sich nichts verändert. Oder du isolierst die DNA, da gibt es dann eben einen Farbstoff, mit dem du die DNA anfärben kannst und das musst du dann eben auftrennen auf dem sogenannten Agarose-Gel und dann siehst du auch, ist die DNA, die ich jetzt behandelt habe, ist die noch so groß wie vorher, ist die vielleicht anders, läuft die im Gel anders und dann hast du im Prinzip, wenn du Pech hast, hast du drei, vier Wochen in Anführungszeichen Wasser hin und her pipettiert und am Ende bei deinem Auslesevorgang siehst du dann, ach, das hat jetzt alles gar nicht funktioniert, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Weil du eben zwischendurch, ob und das kommt vor, dass du halt drei Wochen lang oder eine Woche lang keine Qualitätskontrolle in deinem Versuch hast und am Ende machst du dann das Experiment Freitagnachmittag und denkst dir so, ja, wenn das jetzt funktioniert hat, gehe ich ins Wochenende und freue mich und dann siehst du aber nichts und dann kommst du Montag wieder und fangst von vorne an. Oh mein Gott. Und das war ein Traumberuf, den du gerne erreichen wolltest? Ich fand es halt, ja, weil du einfach immer irgendwas ausprobierst, ne? Du machst was, in der Doktorarbeit machst du halt was, was noch keiner vor dir gemacht hat, sonst wäre es ja keine Doktorarbeit. Und es ist einfach schön, deine eigenen Ideen, du machst ein Experiment, siehst irgendwas, was dir ein Zwischenergebnis gibt und dann machst du eben darauf aufbauend weiter und entwickelst deine Theorien, machst ein weiteres Experiment, stimmt meine Theorie, stimmt sie nicht? Und so, ja, bist du dann vier Jahre an der Uni und kannst im Prinzip relativ frei deine Ideen ausprobieren. Natürlich in Absprache mit deinem Doktorvater und mit dem Komitee, das dann deine Doktorarbeit bewertet, mit denen muss man sich dann auch einmal im Jahr treffen, dass sie auch sicherstellen, dass du keinen Schmarrn machst. Aber so kannst du eben dann eigene Theorien entwickeln und die immer wieder überprüfen, ob das alles so stimmt, neue Experimente machen und auch mal ganz was, vielleicht einfach mal was ausprobieren, zwei Wochen lang, wenn das, ja, so nebenbei so, lass eine Probe mitlaufen, wo du mal was ganz anderes machst oder so. Ist denn der Fokus eher so noch im Nachvollziehen, wie die Natur arbeitet oder seid ihr quasi in der Fachdisziplin schon darüber hinaus, wisst im Wesentlichen alle Prozesse zu beschreiben und versucht jetzt mit den, sagen wir mal, Komponenten, die ihr da so gefunden habt, etwas Neues anzustoßen. Was weiß ich, Fotosynthese in Plastikstreifen, habe ich letztens irgendwie gelesen oder so, wo man ja auch denkt, hä, wie soll das denn jetzt gehen, aber da gab es irgendwie so einen neuen Ansatz. Ist das eher, was du machst oder ist es doch eher das Nachvollziehen, wie funktioniert der Mensch oder allgemein, wie funktioniert das Leben? Das kommt ganz auf das Gebiet an. In manchen Gebieten, in der Krebsforschung ist es so, du musst erst mal verstehen, wie es funktioniert, dann musst du verstehen, wie es auf Veränderungen reagiert und dann kannst du sagen, welche Veränderungen sind günstig, um die Krankheit aufzuhalten. Und je nachdem, wie in welchem Stadium dein Feld schon ist, kannst du dann eben da einsteigen. Verstehst du das alleine? Ja, ja, klar. Du musst es erst mal verstehen und je nachdem, manchmal gibt es dann auch Sachen, ach, diese Substanz hat jetzt nicht funktioniert, muss man wieder zurückgehen einen Schritt, wieder versuchen, was anderes zu machen. Die Pharmaunternehmen, die werfen einfach hunderte bis tausende Substanzen auf eine Zellinie und schauen, tut sich da irgendwas? Und eben die Unis versuchen halt mehr so, die Mechanismen zu verstehen und dann, wenn sie den Mechanismus verstanden haben, dann kannst du sagen, ach, hier kann ich eingreifen, hier habe ich einen Ansatzpunkt, hier kann ich eine ähnliche Substanz verwenden, die mir dann einen Pathway, einen Regelkreis irgendwie hemmt und dann kann ich eine Krankheit aufhalten oder einen Krebs verhindern oder so. Ja, gerade bei Krebszellen, da habe ich zumindest verstanden, das sind, sagen wir mal, muss man noch weiter vorne anfangen, also unser ganzer Körper besteht ja aus Zellen, das ist ja, also muss man, das ist immer so ein bisschen schwer zu begreifen, dass wir ja einfach nur so ein Haufen von spezialisierten Zellen sind und nicht so eine, ja, wie soll man sagen, eine feste Struktur, sondern tatsächlich lauter, lauter Milliarden oder Millionen, doch eher Milliarden. Ja, aber es sind, gut, es sind natürlich eine feste Struktur, aber wenn man so eine einzelne Zelle irgendwie unter Mikroskop sieht beispielsweise und sich dann vorstellt, dass man selber auch nur aus einer Komposition von all diesen Dingen besteht, dann, also das macht mir jedes Mal so ein bisschen so ein merkwürdiges Gefühl, also ich mich nicht als Zellhaufen unmittelbar empfinde, ich weiß zwar, dass es so ist, aber. Ja, das Witzige ist ja, dass diese Zellen alle die gleiche DNA haben, die haben alle die gleiche DNA, sie ist nur überall anders reguliert und es werden andere Abschnitte abgelesen, sodass die Leberzelle die Leberzelle wird, die Herzzelle die Herzzelle, die Magenzelle die Magenzelle wird. Das ist das Unbegreifliche eigentlich, dass dieser Bauplan wirklich in jeder kleinsten Sub-Einheit zu finden ist, dieser Gesamtbauplan. Das ist wirklich so ein Moment, wo man, wo ich so ein bisschen ehrfürchtig werde, wo ich denke, oh, oh, was, wer um Himmels Willen oder was hat sich das ausgedacht irgendwie? Bitte, weil du wolltest gerade also mehr aus der Fachperspektive darauf. Ja, ich habe aber den Faden verloren, weil ich jetzt schon wieder den neuen Faden aufgreifen wollte, aber ja, es stimmt. Aber wenn man jetzt mal schaut, dass es ja bei Wohlwachs vielleicht schon angefangen hat, bei einer vielzelligen Alge und dann ging es über Fadenwürmer. Bei den Fadenwürmern weiß man genau, wie viele Zellen sie haben und welche Zelle aus welcher hervorgeht und welche abstirbt auch, also es gibt auch Zellen, die dann absterben zwischendurch und dass sich das alles so entwickelt hat, dann kann man sich schon vorstellen, dass sich da immer eins, weil ich meine, die Zeit, in der das passiert ist, ist ja auch ziemlich lang, kann man sich schon vorstellen, dass sich das nach und nach entwickelt hat, aber wenn man sieht, wie manche Sachen doppelt abgesichert sind, dass wenn ein Weg ausfällt, dass man dann noch eine Absicherung hat oder so, das ist schon faszinierender. Ja, und wenn sich die Zellen alle an dem Bauplan halten, dann ist der Mensch einigermaßen gesund, aber wenn sie sich nicht mehr an dem Bauplan halten, wenn sie dann zum Beispiel Krebszellen werden, wenn sie so entarten, wie man so schön sagt, also wenn sie dann einfach wild anfangen zu wachsen, dann werden sie auch ein Problem. Ja, das Faszinierende daran ist ja wieder, dass das ja von einer Zelle ausgeht, die, also meistens geht es von einer Zelle aus, die kaputt ist und die sich dann mehr und mehr teilt, und dann am Ende so einen soliden oder auch nicht soliden Tumor bildet. Also Krebs geht ja von einer Zelle aus, die sind im Prinzip alle gleich, also vom Ursprung sind sie alle gleich. Die können sich dann natürlich in der weiten Entwicklung, weil sie sich so schnell teilen, wieder ausdifferenzieren und wieder unterschiedlich werden. Aber Krebs, ja, das ist eine genetische Krankheit, weil da wirklich der, also meistens, man kann natürlich das nicht so generell sagen, aber die gehen meistens eben von einer DNA-Mutation aus. Also an einer Stelle ist irgendwie ein Buchstabe ausgetauscht worden oder einer entfernt worden oder einer hinzugefügt. Und das führt dann eben dazu, dass manche Mechanismen, die dazu führen, dass sich Zellen eben nicht unendlich teilen. Also da gibt es halt so bestimmte, ja, Pathway, also Regelungen, dass sie sich nicht unendlich teilen, die das verhindern. Und die werden dann eben ausgeschalten und dann kommen sie eben dazu, dass sie sich unendlich teilen und dann eben zu Krebs werden. Ja, dann ist das Ding am Laufen. Dann fängt eure biochemische Überlegung an zu sagen, okay, was können wir machen? Können wir die Zelle vergiften oder können wir ihr die Energie abdrehen oder wie können wir was machen und bis der Chirurg dann kommt und das Messer ansetzt und sagt, ihr mit euren komischen Substanzen, wir nehmen jetzt mal was ordentliches, wir schneiden sie einfach raus, Ende Gelände. Aber man möchte ja, also das ist ja die Idee der Chemotherapie, dass man es irgendwie chemisch und wahrscheinlich biochemisch versucht irgendwie in den Griff zu kriegen. Das wäre ja dann keine Profession. Der Nobelpreis dieses Jahr ging ja auch darum, aber da ist der Ansatz, dass man quasi das eigene Immunsystem benutzt, um den Tumor zu bekämpfen. Denn es müsste ja möglich sein, dass Immunzellen oder der eigene Körper erkennt, die Zelle ist krank, die töd ich jetzt und dann wäre es eigentlich alles gut. Dann müsste man gar nichts rausschneiden, dann müsste man gar nicht. Ja, weil Chemikalien haben auch immer viele Nebenwirkungen. Meistens sind es Chemikalien, die eben dieses schnelle Zellteilen unterbinden. Das sind Chemikalien, die die DNA-Duplikation hemmen. Also bevor sich die Zelle teilt, muss die DNA verdoppelt werden. Und es gibt eben Krebsmedikamente, die eben in diesen Regelkreis eingreifen, in diesen Prozess. Der Nachteil da ist aber, dass auch, es gibt andere Gebiete im Körper, zum Beispiel Schleimhäute oder Haare, die sich auch auf schnelle Zellteilung verlassen. Und da kommen eben die Nebenwirkungen her, dass man dann vielleicht Zahnfluss, Fleischbluten kriegt, irgendwie da ein Problem, oder dass die Haare ausfallen. Und wenn man jetzt dieses Immunsystem so programmieren könnte, dass es den Tumor angreift, dann wäre das ja eigentlich ganz gut. Aber wie sollte denn dann das Immunsystem diese Freund-Feind-Erkennung hinkriegen? Manchmal funktioniert es ja noch nicht mal im Anführungszeichen Normalzustand, bei Allergikern beispielsweise oder Neurodermitikern. Ja, da funktioniert es ja zu gut. Autoimmunerkrankungen gibt es ja reichlich. Ja, also es gibt jetzt diesen Ansatz, dass man eben, also es gibt so einen Rezeptor, der wohl auf vielen Tumorarten ist. Die muss man dann eben genau untersuchen und gucken, welcher ist es. Ist es so ein Typ, der eben einen bestimmten Rezeptor auf der Oberfläche hat, wenn dem so ist? Dann kann man eben den T-Zellen mit eben Gentechnik beibringen. Hey, hier ist der Rezeptor, bekämpft doch den mal. Und dann gibt man eben eine kleine Dosis von diesen T-Zellen in den Körper rein. Und dann ist es oft so, dass nach drei, vier Wochen eben der Körper sich drum kümmert und den Tumor vernichtet. Welcher schön, wenn das mal so einfach funktionieren würde. Ich meine, die Hoffnung stirbt ja nie. Also man kommt ja, man hört ja immer mal wieder, ein neues revolutionäres Konzept. Aber so richtig durchgesetzt hat sich bisher, glaube ich, noch nichts. Ja, das Problem ist eben, dass eben jeder Tumor dann doch unterschiedlich ist. Also wenn bei verschiedenen Tumoren eben Zellsignalwege, also der gleiche Zellsignalweg gestört ist, dann kann man die alle gleich behandeln. Aber das ist eben, nicht jeder Leberkrebs ist gleich, nicht jeder Prostatakrebs ist gleich, nicht jeder Darmkrebs ist gleich. Weil eben immer verschiedene Regelwege unterbrochen sein könnten oder missreguliert sein können. Und deshalb muss man eben erstmal gucken, was ist es denn überhaupt? Dann macht man die Biopsie, guckt man sich die Zellen an, macht einen Gentest. Und dann kann man gucken, welche Therapie passt denn jetzt? Wenn das nicht so einen tödlichen Ausgang oft hätte, dann würde man ja vielleicht sogar sagen können, dass mit den Krebszellen, das ist eigentlich so ein bisschen, das sind so die Non-Konformisten. Die lassen sich einfach nichts sagen. Also du bist jetzt Leberzelle, dann lässt sich das irgendwie zehn Jahre lang oder 20 oder 30 Jahre lang, ja, ich bin Leberzeller, ich will aber eigentlich was anderes sein. Und dann irgendwann blätzt es... Ja, die sind, die bleiben schon Leberzellen. Ja, aber... Die bleiben schon Leberzellen, aber die... Aber dann werden sie Rockstars, also sie werden irgendwie anders als die anderen, ne? So, und eigentlich, also irgendwie ist es ja auch so ein bisschen cool, dass sie dann sagen so, nö, also ich mach, ich hab lang genug das gemacht, was ihr von mir wollt, ich mach jetzt mal, was ich will, so. Ja, das sind dann so die Rebellen. Ja, also eigentlich, also ich muss... Ich, wenn man betroffen ist, ist das überhaupt nicht lustig. Kann mir sehr gut... Also, und dass es den ganzen Organismus dann irgendwann lahmlegt, weil eben, ja, das ist wie... Wichtige Funktionen werden einfach dann nicht mehr zur Verfügung gestellt. Klar, ne, wenn eine Leberzelle nicht mehr wie eine Leberzelle funktioniert oder eine Bauchspeicheldrüsenzelle nicht mehr wie eine Bauchspeicheldrüsenzelle arbeitet und wichtige Funktionen, die sie eben normalerweise hat, da nicht zur Verfügung stellt, ja, dann wird der Körper halt, weiß nicht, vergiftet oder kriegt ansonsten... Ja, vor allem, wenn es dann systemisch wird. Also, wenn dann Metastasen dazukommen und dann noch andere Organe, dann wird's... Wenn sich dieses Außer-der-Reihe-Treten herumspricht und dann auch so eine Revolution an verschiedenen Orten gleichzeitig stattfindet... Ja. Manche Politiker sagen ja auch, ja, diese Extremisten, das ist das Krebsgeschwür der Gesellschaft oder so. Ich vermute, dass da solche Bilder auch herkommen. Das kann sein, ja. Also, wenn sich das dann herumspricht im Staate Dänemark, dann wird's schwierig. Haben sie alle erwischt? Ist dann bei der Metastasensuche, ne? Haben sie auch alle erwischt? Ja, wir haben die... Wie heißt das, die Hauptverdächtigen oder die Standardverdächtigen oder so. Wir haben alle Spelunken ausgehoben. Wir haben alle Lymphknoten rausgerissen, wo die sich normalerweise so aufhalten. Ja, aber wenn du eine vergisst, eine Zelle, die sich noch irgendwo versteckt in der Blutbahn oder irgendwo rumlungert, dann wird's schwierig. Genau, die hat dann den geheimen Bauplan für die Zerstörung, hat sie dann in der Tasche und dann geht's wieder weiter. Oh mein Gott. Arme Leute, die davon betroffen sind. Auf alle Fälle. Aber spannend, ich meine, wichtig, dass du da Forschung machst und was du hier heute machst... Also, ich hab jetzt nicht... Ich will nur sagen, ich war nicht in der Krebsforschung. Also, das hab ich nicht... Nee, nee, aber die Maschinen, die du da den Menschen erklärst, sind ja wahrscheinlich so Labormaschinen, werden die auch dafür eingesetzt oder ist das was Ganzes? Das sind keine Maschinen, sondern das sind Reagenzien im Prinzip. Also, wir sagen, du kannst ein bestimmtes Experiment machen, wenn du unsere Anleitung befolgst. Hier sind die Reagenzien dazu. Also, zum Beispiel, wie es sich damit auskennt, das sind Chromatenimmunopräzipitationen. Muss auch jetzt nicht sagen, aber... Kannst du das nochmal, bitte? Chromatenimmunopräzipitationen. Kurz Chip. Ja. Also, nur um das, dass man mal weiß, um was es geht. Aber, ja, also wir sagen, wenn du so ein Experiment machen willst, hier ist alles, was du dazu brauchst. Wenn du unsere Anleitung befolgst, dann funktioniert das. Jetzt kann es natürlich sein, wir können das nicht mit jeder beliebigen Zelllinie testen. Und wenn die jetzt eine besondere Zelllinie haben, dann kann ich ihnen halt sagen, ja, pass auf, wir haben da Erfahrung mit der und der Zelllinie. Wenn du das dann mit der und der Zelllinie machen willst, dann musst du die und die Änderungen machen. Das klingt ja so ein bisschen wie Chemiebaukasten. Ja, genau, im Prinzip schon, ja. Das war die advancede Methode. Aha, okay. Mit Rezeptbuch dazu. Genau, ja, genau. Du nimmst quasi das Benutzerhandbuch raus und dann steht der erste Schritt, wachse deine Zellen bis zur Dichte von zwei Millionen Zellen. Dann nimmst du die Zellen, fixierst die Zellen mit Formaldehyd, gibst das drauf und so weiter und so fort. Und am Ende kommt dann das Ergebnis optimalerweise dabei raus. Und das kann man dann unter dem Fluoreszenzmikroskop oder was sehen? Bei der Chromatine-Immunopräzipitation am Ende machst du meistens eine PCR-Reaktion, das heißt eine Polymerase-Kettenreaktion. Das heißt, du kannst einen gewissen Genabschnitt vervielfältigen und da kommt es eben darauf an, dass man weiß, wo bestimmte Proteine an der DNA binden. Und dann kannst du sagen, hey, ich erwarte an dieser Stelle die Bindung und dann kannst du eben nachschauen, ob du an dieser Stelle eben ein Signal dann amplifizieren kannst von dieser DNA-Region. Was ist dann so ein Signal? Ist das optisch abzulesen? Ja, warte mal, ich versuche mal ein Agarose-Gel zu finden. Also das hat man früher so gemacht, jetzt macht man es anders. Aber das sind dann diese schönen Bilder, die du dann meistens im Fernsehen siehst. Ich paste das mal in den Chat. Moment. Zack. Zack. Ach, Mist. Ja. Oder dann eben so auf so einer Agarose-Gel-Matrix, wenn du das unter UV-Licht anschaust, siehst du dann eben so Banden. Ach so. Also Signale so, ja. In so einem Gel werden so Tropfen reingetan und dann zieht sich das so. Ja genau, da wird ein elektisches Feld angelesen. Das hat man früher mit der Filtertüte und gefärbtem Wasser gemacht oder so. Wie hieß das denn noch? Naja, nein, das ist natürlich nicht das Gleiche. Aber so im Prinzip, diese Banden sind also Striche quasi. Ja genau, so Signale auf dem. Das ist ja, also als ich das zum ersten Mal gesehen habe und die Leute gesagt haben, okay, der Strich bedeutet, dass dieses hier vorhanden ist oder jenes vorhanden ist, das fand ich irgendwie ultra cool. Also in so einem Monster-Code oder was, wie man, also stelle ich mir halt vor, irgendwie so ein Strichbild, dass man so Indikatoren tatsächlich so hat und man quasi eine Schablone daneben legen könnte und sagen, okay, ist vorhanden, ist nicht vorhanden. Ja genau, das war eben das, was ich vorher gesagt habe, dass manchmal, wenn das jetzt die richtige Größe hat, dann weißt du, also wenn das die richtige Größe hat, dann weißt du, das hat funktioniert und wenn es zum Beispiel nicht vorhanden ist oder die falsche Größe hat, dann hat dein Experiment nicht funktioniert. Und da, weißt du, so ein Chip dauert vielleicht mit Zellwachstum ein, zwei, drei Tage und wenn du am Ende dann eben hier kein Signal hast, dann weißt du, es hat nicht funktioniert und dann musst du nochmal von vorne anfangen. Oder deine Theorie stimmt nicht, kann doch auch sein, oder? Ja, da kommt es halt darauf an, dass du eben die richtigen Kontrollen hast, da gibt es dann da Positiv- und Negativ-Kontrollen dabei, dass du dann siehst, ah, die Positiv-Kontrolle hat funktioniert, also muss es was anderes sein oder ah, die Positiv-Kontrolle hat auch nicht funktioniert, ah, dann stimmt wohl irgendwas am Essay nicht. Ach so, man gibt also immer so ein paar Standards mit ins Experiment, von denen man sicher oder halbwegs sicher weiß, wie das Auskommen da sein muss, um dann zu sehen, ah, grundsätzlich hat das mal funktioniert, ich habe jetzt nicht die falsche Flüssigkeit irgendwie wo reingeschüttet, sondern ich habe alles nach dem Rezeptbuch ordentlich gemacht und dann liegt es irgendwo anders dran. Also dann liegt es wahrscheinlich an der Ursprungssubstanz oder, weiß der Himmel, also an irgendwas anderes. Genau, ja. Also ein Versuchseffekt tatsächlich und nicht ein Defekt. Ja, das ist immer ganz wichtig eben, dass man eine Positiv- und eine Negativ-Kontrolle dabei hat, um eben dann solche Effekte auch ausschließen zu können, dass du weißt, ach, mein Experiment hat funktioniert, ich bin mit dem Auto angekommen, aber ich habe den Beifahrer vergessen. Ich bin da, also muss es geklappt haben, genau. Also solche Sachen sind immer ganz wichtig, weil wenn du dann, also manchmal hast du halt dein bestes Experiment gemacht ever, du hast superschöne Banden, du hast tolles Ergebnis, aber dann, ach, ich habe die Negativ-Kontrolle vergessen, dann musst du es nochmal machen. Ja, das ist doof, klar. Wenn du alles, was mit Zellen in Verbindung gekommen ist oder was kontaminiert ist, musst du entsorgen, das muss autoklaviert werden, das wird weggeschmissen und dann eben zuerst, also erst autoklaviert, bevor es das Labor verlässt. Autoklavier denke ich auch an das selbst spielende Piano, aber das ist es natürlich nicht, sondern autoklaviert ist irgendwie unter Druck und Hitze und Feuchtigkeit irgendwie, also kochen oder so, oder März kochen. Die Standard-Methode ist genau unter Druck auf 120 Grad Erhitzen, da wirklich alles tot ist. Ja, ansonsten, wenn du irgendwelche Puffer hast oder, also Puffer, die da im Prinzip in der Salze drin sind, die kannst du ausspülen und autoklavieren und dann eben wieder neu verwenden. Das sind dann eben so Glasflaschen und so Zeug, das kannst du schon verwenden, aber Pipetten und so, das verwendest du auch nicht wieder, weil wenn du einmal irgendwie ein Puffer dran war und dann gehst du in den nächsten rein, dann willst du ja nicht die Kontamination drin haben. Ja, und das willst du dann eben dadurch vermeiden, dass du das wegschmeißt. Es gibt manche, die die Pipettenspitzen, also diese kleinen gelben, also die sind so fünf, sechs Zentimeter lang, die du auf diese Eppendorf-Pipetten drauf tust, die die autoklavieren und wiederverwenden, aber das ist ein Riesenaufwand, die dann zu waschen, zu autoklavieren und dann wieder in diese Boxen reinzustecken, dass du die dann wieder verwenden kannst. Also da lohnt sich dann wirklich einmal, war dir besser, als wenn du jemanden anstellst, der dir das die ganze Zeit wieder so aufsteckt. Ja, es sei denn, man hat billige studentische Hilfskräfte, die sich da dann beschäftigen können. Was haben sie gemacht, ein Laborpraktikum? Ja, das ist gut. Ich habe die Pipettenspitzen gesteckt. Das liegt natürlich dann auch oft am Budget des Labors, also ob man sich das leisten kann oder nicht. Aber das ist dann tatsächlich Sondermüll, das kann man nicht irgendwie auf eine normale Halde geben, sondern das muss dann tatsächlich… Naja, wenn es autoklaviert ist, dann ist es Plastikmüll im Prinzip. Quasi der gespülte Joghurtbecher, das ist dann das Ponton da. Ja, es wird wahrscheinlich schon verbrannt, weil du hast ja auch dann Puffer und so zu… Also ganz ehrlich, ich habe mir da nie Gedanken gemacht, wie das dann entsorgt wird, wenn es quasi autoklaviert, also wenn es dann eben nichts mehr Schädliches enthält, dann ist es Restmüll. Ja gut, wenn alles tot ist, also wenn man wirklich sagen kann, da ist jetzt keine Aktivität mehr zu erwarten, also biologisch aktiv, das ist vielleicht chemisch, also als Säure oder so vielleicht noch irgendwie aggressiv, das kann ja durchaus sein. Ja gut, die Säure, die musst du dann ja gesondert entsorgen, da gibt es dann Sondermüll, die du dann auch teilweise neutralisieren musst, je nachdem was halt drin ist. Da gibt es auch Schwermetallabfall, je nachdem, oder Chlor, oder ja. Ach ja, den möchte man auch nicht… Verschiedene Kategorisierungen, wie du die dann entsorgen musst, die Flüssigabfälle. Also das Thema Kontamination ist ja sowieso so eine Sache, es gibt ja so verschiedene Laboreinheitsstufen, also Labore, wo man so mit quasi Straßenkleidung reingehen kann, dann kennt man ja auch diese Labore, wo dann da irgendwie so Hütchen und so Überschuhe und so weiße, was weiß ich, so Einmalanzüge, so Maleanzüge getragen werden muss, bis hin zu den Laboren, wo man nur noch rein darf, wenn man in so einen Ganzkörper-Überdruckanzug gesteckt ist, damit man bloß nicht irgendeine Substanz an den Körper bekommt, sondern immer im Gegenteil, dass da so eine Abwehr sozusagen ist in diesen Sicherheitslaboren. Warst du auch schon mal in solchen Bereichen, wo man wirklich so besondere Vorkehrungen treffen musste? Ich glaube, ich war einmal in einem S3-Labor, wo man wirklich durch so eine Schleuse durch muss und so, aber nur zum Anschauen, ich habe da nicht gearbeitet. Es gibt, also wenn man so die normale Zellkultur, wo auch mit Viren gearbeitet werden darf, die sind dann S2, also nur spezielle Viren. Und dann geht es eben über S3 bis S4 und S4 ist dann wirklich das mit dem Ganzkörperanzug, der unter Druck steht, dass das dann eben nach draußen, also dass nichts an dich hereingeht. Das sind dann die ganz schwierigen oder die ganz, ich weiß gar nicht, welche Viren da, Ebola vielleicht. Ja, also es ist ja auch mal, also irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass das auch besondere Menschen sein müssen, die sich dann damit beschäftigen. Die müssen ja irgendwie so ein bisschen so Zocker sein, habe ich so das Gefühl, weil man kann ja nie ganz sicher sein, ob man sich vielleicht dann doch mal mit dem Skalpell irgendwie eine Macke in seinen Rutsanzug haut. Also das ist dann auch nicht so ein Appell, also du wirst natürlich dann schon geschult und es wird immer doppelt und dreifach überprüft und so, also das ist dann schon safe. Okay, also du sagst, das ist safe, ja, hoffentlich. Also so safe, wie es sein kann. Okay. Also da darf natürlich auch nicht jeder rein, das ist kontrolliert und das ist alles so. Also gut, Alexander Gerst hat das ja irgendwann mal erzählt, dass bei dem Außenbordeinsatz im Weltall, er sich irgendwann mal so, irgendwann schoss ihm der Gedanke so durch den Kopf, also zwischen mir und diesem Vakuum da draußen sind jetzt irgendwie zwei Millimeter Plexiglas. Das ist verdammt wenig. Ja, da darfst du ja keine Gedanken drüber machen, du musst dich konzentrieren auf die Arbeit. In meinen Fingern habe ich Ebola. Wenn ich das jetzt, also wenn diese kurze Schutzschicht, diese dünne, die da vor meinen Augen ist, wenn die jetzt nicht mehr wirkt, dann war es das gewesen, sozusagen. Also es gibt auch nur zwei, also ich glaube zwei oder drei S4-Labore in Deutschland, also das ist wirklich selten. Und da kommt auch nicht jeder rein und das ist, ja. Das ist beruhigend, das ist sehr beruhigend. Und es gibt auch einen langen Genehmigungsprozess dafür, also das ist wirklich schwierig dann auch so ein Labor zu kriegen. Ist das denn so, was du jetzt machst, also quasi diesen Chemiebaukasten für Fortgeschrittene zu verkaufen und auch in der Anwendung zu betreuen und zu schulen, ist das sozusagen jetzt… Hast du in Arbeit oder hast du noch andere Ziele, dass das so eine Art Zwischenstadium ist, willst du irgendwann mal Professor der Biochemie werden, in die Lehre gehen, noch mehr in die Forschung oder hast du irgendwie sowas wie so einen Masterplan für dich selber, der natürlich nie so kommt, wie man sie sich vornimmt, aber so als Vorstellung? Nee, nicht so wirklich. Also aus der akademischen Laufung bin ich raus, weil ich jetzt in einer Firma arbeite und da hätte ich quasi nach der Doktorarbeit direkt einen Postdoc machen müssen, also aus der wissenschaftlichen Uni-Seite bin ich auf jeden Fall raus. Masterplan habe ich so, würde ich sagen, nicht. Man muss halt immer gucken, welche Möglichkeiten gibt es, welche Chancen hat man, wie passt das so in die Rahmenbedingungen, die man sich so vorgestellt hat und dann muss man halt eine Entscheidung treffen und ja, deshalb bin ich da, wo ich jetzt bin und ich hoffe, dass ich mich in der Firma, in der ich jetzt bin, halt immer noch weiterentwickeln kann, neue Sachen machen und dann, ja, wenn das mal nicht mehr der Fall ist, dass ich mich nicht mehr weiterentwickeln kann, dann muss ich mich halt nach einem neuen Job umschauen, der dann die Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Möglichkeiten bietet. Ich bin da eher pragmatisch, sagen wir mal so. Ich habe jetzt nicht den großen Karriereplan und sage, in zehn Jahren muss ich Vorstandsvorsitzender in Firma X sein oder so, sondern ich gucke halt Schritt, Schritt, Step by Step, jetzt bin ich hier, was kann der nächste Schritt sein, welche Möglichkeiten habe ich da und dann schaue ich, dass ich mich da verbessere. Dann schauen wir weiter. Aber so ein Doktortitel ist da schon sehr hilfreich. Also der Holger Klein hat das ja schon oft so thematisiert, dass er sagt, also dieser akademische Grad, der macht eigentlich nur in der universitären Umgebung, in der akademischen Sinn. Wenn man einmal, also wenn man quasi nach draußen geht, dann ist das mehr so ein, wie soll man sagen, so ein Etikett, was einem gewissen Türöffner irgendwie ist, aber ansonsten hat das weniger Bedeutung. Hat das für dich eine andere Bedeutung als Türöffnung, der Doktorgrad? Nein. Also als ich zum Studieren angefangen habe mit der Chemie oder auch der Biochemie, dann war für mich klar, ja so die nächsten zehn Jahre schauen jetzt so aus, ich muss den Bachelor machen, ich muss den Master machen und dann kommt die Doktorarbeit und dann bin ich fertig mit meiner beruflichen Ausbildung. Das war quasi von Anfang an klar. Da habe ich dann gar nicht mehr irgendwie darüber nachgedacht, ob das jetzt noch Sinn macht und mir hat dann auch in der Masterarbeit die Arbeit im Labor eben Spaß gemacht und dann war es eben auch schön, dann nochmal die vier Jahre dran zu hängen, einfach im Labor zu arbeiten und das zu tun. Wenn du dann aus der Uni draußen bist, dann heißt es schon irgendwie in den Stellenausschreibungen, ja oder jetzt für diese Stelle war auch ein Doktor erforderlich oder sie haben einen gesucht, der promomiert war, weil sie eben wissen, ja wir haben die Erfahrung im Labor, wir wissen wie wir die Dinge benutzen, weil wir eben vier Jahre lang das gemacht haben und dann kannst du eben das nachvollziehen, wenn die Leute das eben benutzen und dann Probleme damit haben, weil du die Probleme eventuell selber hattest im besten Fall. Das finde ich ja interessant. Ich dachte immer, der Doktorgrad, der weist dich aus als selbstständig, wissenschaftlich, akademisch arbeiten könnt. Aber du beschreibst das jetzt eher so auf so einer praktischen, also quasi Laborerfahrungsebene. Ja, das gehört ja auch dazu, dass du dein Projekt quasi planen kannst, dass du dein Projekt theoretisch weiterentwickeln kannst, dass du dich auskennst in dem und auch, dass du natürlich im Labor gearbeitet hast. Also das musst du ja auch selber alles selber machen. Und Frustresistenz, bis wenn du dann Freitagnachmittags deine finale Untersuchung machen willst und feststellst, es war alles Mist. Also wir fangen am Montagmorgen. Oder wenn du bis Freitagabend um 12 am Mikroskop sitzt und die Bilder noch machst. Ich habe eine Kollegin, die hat früher in der Biologie gearbeitet und die hat mir immer erzählt, dass sie am Mikroskop, wo man beide Augen reinsteckt, dass sie da immer gerne eingeschlafen sind, weil sie auch in so einem halbdusteren Raum gesessen haben. Und dann, wenn sie dann wieder wach wurden, dann hatten sie halt so Ringe auf den Augen, wo die Okulare sich reingefressen haben. Ja, bei mir war das Gott sei Dank computergesteuert. Ah, Gott sei Dank, ja. Ich saß dann immer sechs Stunden Podcast hörend vor dem Ding und habe die, also bei mir war es ja dann, ich habe dann so 3D-Bilder gemacht und so ein Stack dauert, also so ein Stack von verschiedenen Schichten dauert dann halt irgendwie zwei, drei Minuten. Und wenn du irgendwie sechs verschiedene Färbungen hast und brauchst pro Färbung irgendwie mindestens 50 Zellen, dann läppert sich das schnell. Ja, kann ich mir vorstellen. Du kriegst höchstens einen Mausarm dann, wenn du es. Ja, genau. Aber da sprichst du ja schon eine wunderbare Gelegenheit an, wo du mit Podcasts in Berührung gekommen sein könntest, nämlich im Labor. Nein. Hat deine Podcast-Karriere da angefangen oder? Nein. Ja, also ich habe natürlich viel gehört beim Pipettieren, beim Zellensplitten, beim Zellenfüttern und so, da habe ich viel gehört. Aber ich habe angefangen mit Sport-Podcast. Also ich habe Sportradio 360, ich glaube, ich war der erste Podcast, den ich gehört habe damals. Und ja, den höre ich jetzt immer noch. Wie heißt der genau, Sport? Sportradio 360. Aha. Okay. Da gibt es verschiedene tägliche, auch die Big Show jeden Donnerstag neu. Der deckt so die Hauptsport- und auch Randsportarten ab. Also der ist so der Rundumschlag über die Sportwelt quasi. Genau, damit habe ich angefangen damals noch mit dem iPod so mühsam händisch synchronisiert. Genau, das war so der Einstieg. Und dann kam man natürlich über die gängigen, Tim und Holgi, hat man natürlich so die, weil irgendwann ist natürlich bei so im Labor oder auch beim Laufen natürlich dann das Aus und dann will man mehr haben. Und dann kommt man halt auf Holgi und Tim und dann erschließt man sich so das Podcast-Universum. Kannst du dich noch erinnern, wie du überhaupt das erste Mal mit diesem Podcast zu, also warum du überhaupt darauf aufmerksam geworden bist? Warst du früher intensiver Radiohörer und bist dann quasi aus dieser Radionutzung in in dieses Audio-on-Demand-Nutzung hineingerutscht oder gab es irgendwie ein Erlebnis oder so? Wie bist du auf Podcasts aufmerksam geworden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe mir schon oft die Frage gestellt, weil ich das hier auch öfter mal die Frage gehört habe und habe gesagt, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Und ich weiß es nicht mehr. Also ich habe früher beim Autofahrtradio gehört, dann war mir das zu doof, dann habe ich Musik gehört vom MP3-Player und irgendwann bin ich wahrscheinlich im iTunes oder beim iPod dann eben auf diese Podcast gekommen und dann irgendwie drüber gestolpert und dann einfach hängen geblieben. Sagen wir mal, Apple sei Dank. Ja, ich glaube schon, also ich kann leider kein Erweckungserlebnis quasi mehr nachvollziehen. Ja, also es ist ja inzwischen auch schon so, bist ja auch schon ein langer Hörer, genau eben so lange her, dass man auch sich an diese Details vielleicht gar nicht mehr so erinnern kann. Dann hast du also erstmal ganz viel gehört, also Tim und Holger, also du bist in dieses Tim-Brittler-Universum sozusagen dann mit eingetaucht und alles, was da so an Satelliten drumherum war. Ja, gar nicht so viel eigentlich. Also ich habe die da zwar natürlich alle ausprobiert, aber ich bin da gar nicht so viel hängen geblieben, sondern mehr in dieser Sport-Podcast-Ecke, dann habe ich mich dann erstmal ausgebreitet, weil dann wird natürlich immer irgendwie empfohlen, ach hier ist der von diesem Podcast dabei und so weiter und dann vergrößert sich das Netzwerk natürlich immer. Also von Tim höre ich nur die Freakshow und Logbuch-Netzpolitik und sonst eigentlich nichts. Ja, damit hat man ja im Prinzip die drei Dinge, mit denen du dich selber beschreibst, auch in deinem persönlichen Blog, hat man dir eigentlich dann schon abgefrühstückt. Also du bist einerseits Wissenschaftler oder, ja, nee, du bist Wissenschaftler, man kann nicht sagen ehemaliger. Das wäre jetzt falsch, auch wenn du in der, wenn du der Akademie sozusagen inzwischen entwachsen bist, du bist Wissenschaftler, Sportler und Podcaster, so bezeichnest du dich mit diesen drei Säulen. Ja, genau, richtig, so kann man die, ja, genau. Also, bleiben wir erstmal beim Sportler, wie bist du denn zum Sportler geworden? Naja, ich habe früher auf dem, in Bayern auf dem Land hat man ja nichts außer den Fußballverein. Na, die Feuerwehr gibt es noch, oder? Die Landfrauen, an die Land, nee, das ist so. Ja, Landfrauen ist jetzt für mich eher nicht so relevant. Aber, aber, da gibt es doch dann ein Pendant, die jungen, jungen Männer, also, es gibt doch bestimmt irgendwelche Verbände. Ja, also ich bin auf jeden Fall beim, beim, beim Fußball hängen geblieben, sagen wir es mal so. Traktoristen. War mal bei den, bei den, bei den, bei den Farbfindern, das hat mir aber irgendwie nicht so, so gesagt, ich wollte mehr, ähm, ja, ich war eben Fußballer, da hat man dann eben seine Kumpels und dann, ähm, bin ich eben zum Studium weg, musste, musste, musste dann eben weg, um den Studienplatz wahrzunehmen nach Ulm und dann stand ich halt vor der Wahl, ja, suche ich mir jetzt, bleibe ich jetzt zu Hause noch aktiv oder suche ich mir in Ulm einen neuen Fußballverein oder mache ich einfach was ganz anderes. Dann habe ich erst mal bis Weihnachten irgendwie so halbschartig irgendwie versucht, noch daheim Kontakt zu halten oder in Ulm irgendwie andere Sportarten auszuprobieren, das hat dann nur so leidlich geklappt und im Frühjahr hat dann eben ein Studienkulte gesagt, hey, im Herbst ist in Ulm der Marathon, wie schaut's denn aus? Und, äh, dann haben wir uns eben aus dem Internet einen Trainingsplan ausgedruckt und gesucht und den dann eben versucht einzuhalten bis zum Herbst und haben dann versucht, den ersten Marathon eben zu laufen, weil Halbmarathon wollten wir uns natürlich nicht zufrieden geben, weil man will ja auch irgendwie eine richtige Herausforderung haben und dann haben wir gesagt, ja gut, machen wir den Marathon und das war dann quasi der Startschuss für die Laufkarriere. Und die läuft noch heute. Um so zu sagen, ja. Die läuft noch heute, ja. Das heißt, du bist vom Fußballer sozusagen, du hast das Leder dann zur Seite gelegt und gesagt, okay, beim Fußball muss ich laufen, aber ich laufe jetzt einfach mal ohne Ball. Ich laufe einfach nur ohne Ball. Ja, beim Fußball war ich auch schon der Siebener, der Flügelflitzer quasi, also war eh schon mehr Laufen als Fußball. Flügelflitzer, das ist ja auch schön, sehr schön. Und ja genau, dann laufen war eh immer gut, weil das eben nicht an Trainings gebunden ist, sondern man kann einfach laufen gehen, was man will. Und dann haben wir das eben durchgezogen und sind dann im Herbst eben den ersten Marathon gelaufen, genau. Und das hat sofort funktioniert? Im ersten Anlauf? Ja, also ich habe es, die erste Zeit war drei Stunden 52, also ich habe es sogar unter vier Stunden geschafft. Das ist gerade sehr gut, oder? Fürs erste Mal? Ja, also ich meine, ich war ja durchs Fußball schon relativ fit, weil wenn man zweimal in der Woche trainiert und dann am Wochenende spielt, dann hat man ja schon eine gewisse Grundfitness. Und wenn man das irgendwie seit dem sechsten Lebensjahr oder so macht, dann… Da hat man eine gewisse Zähigkeit, ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Dann sind zumindest die Gelenke und die Bänder… Aber 42 Kilometer ist doch trotzdem eine Menge. Die läuft sich nicht in einem Fußballspiel, oder? Ja, das hat auch ordentlich wehgetan am Ende. Ich kann mich noch dran erinnern, da gab es bei Kilometer 35 oder so gab es dann so einen Stand mit Bier und Cola, das war dann super. Was, Bier? Ja, alkoholfrei, alkoholfrei. Ach so, natürlich, isotonisches Trainingsgetränk oder so, ne? Genau, richtig. Ja. Genau, und wenn du dann irgendwie die letzten Kilometer durch die Stadt läufst, dann merkst du das eh nicht mehr, so die Schmerzen, aber ja, es war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis. Hast du denn diesen Adrenalinschub und dieses High-Gefühl, von dem manche berichten, tatsächlich gespürt? Also wenn du sagst, du hast keine Schmerzen mehr, dann bist du irgendwann in einem Zustand, wo sich der Körper selber unter Narkose setzt, oder wie ist das? Also beim Marathon ist das ab Kilometer 33, also die letzten zehn ist es nur noch, also meistens nur noch Schmerz und einfach ankommen. Einfach laufen und ankommen. Zehn Kilometer Schmerzen. Ja, so ist es. Und bei dem Ulm-Marathon war es jetzt eher nicht so, weil da die zweite Hälfte war an der Illa entlang und da waren relativ wenig Zuschauer, deshalb war es da recht fad, sage ich jetzt mal. Aber manchmal habe ich das schon noch bei manchen Trainingsläufen, weil man so richtig irgendwie am, so in der, wie nennt man es am, ja nicht in der Wohlfühlzone, aber du läufst schon relativ schnell, aber es ist noch nicht so, dass du nicht mehr schneller kannst, sondern es ist so irgendwie so bei 90 Prozent von dem, was du so laufen kannst, ist dann irgendwie so das Sweet Spot der Geschwindigkeit und das ist dann schon ziemlich cool, wenn du merkst, ah, ich kann so richtig Gas geben, aber schneller geht es jetzt auch nicht mehr, weil sonst muss ich aufhören. Das ist dann schon ein cooles Gefühl, wenn du weißt, du rennst jetzt gerade an der absoluten Grenze, aber wenn du so weiterläufst, kannst du noch eine halbe Stunde laufen. Und das ist, das ist schon cool. Also das macht es dann auch, da kann man es auch genießen, sage ich mal. Ja, das kann ich mir, also auf eine, wie soll ich das sagen, auf eine seltsame Art und Weise kann ich mir das sogar vorstellen, obwohl ich wahrscheinlich niemals in dieser Situation bin, vielleicht früher mal, ich bin aus studentischen Zeiten relativ viel mit dem Rad unterwegs gewesen und manchmal hatte man auch so Momente, wo man gerade auf gerader Strecke, dass man dann so, also dass ich das Gefühl hatte, wenn ich nicht eine gewisse Geschwindigkeit erreicht habe, dann ist es nicht optimal und wenn diese optimale Geschwindigkeit da war, dann hatte ich so das Gefühl, das kann ich auch wirklich lange durchhalten. Ja, genau. So stelle ich mir das gerade mal so vor, also irgendwie diese eigene Souveränität zu spüren, wohlwissend. Und die Leistungsfähigkeit. Ja, genau, auch. Und ja, und wir haben das dann, wie müssen wir es genennen, du musst Pace machen oder irgendwie sowas. Ja, also es ist lange Jahre her und man glaubt es kaum, dass es mal so gewesen sein könnte. Gut, also das hat dich nicht abgestreckt, diesen Ulm-Marathon zu laufen, 10 Kilometer Schmerzen zu haben, sondern das hat dich eher beflügelt und seitdem ist Fußball ohne Ball, also Laufen dein Hauptsport. Ja, sogar eigentlich der Einzige, wenn ich so nachdenke. Ja, also ich habe dann auch Fußballspielen dann aufgehört, weil wenn du dich gerade irgendwie so auf den Marathon vorbereitest und dich schon angemeldet hast und du bist gerade voll dabei irgendwie in der Reise, also ich habe dann auch mich für den New York-Marathon angemeldet und wenn du dann gerade da in der Vorbereitung bist, dann wirst du auch nicht mehr Fußball spielen, weil die Verletzungsgefahr einfach viel zu groß ist. Also wenn da dann jemand auf den Fuß steigt oder irgendwas, dann, also ja, du wirst dann einfach nur in Ruhe haben und ihn alleine an der Donau entlang deine Kreise ziehen. Naja, aber umknicken oder so kann man ja auch immer mal schnell, ne, auf den Stein treten oder so, also so ganz. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Nee? Glückhaft, oder? Okay. Vielleicht, ja. Aber ich habe mich beim Laufen tatsächlich noch nie verletzt. Aber richtig gesellig ist das doch nicht, ne? Beim Fußball hat man ja eben, weil es eine Mannschaft ist, man hat ein gemeinsames Ziel, man verliert gemeinsam, man gewinnt gemeinsam, man kann feiern, hinterher in der Umkleide ist ja auch immer gerne so ein bisschen Rambazamba so, also das fände ich mir jetzt beim Laufen nicht so gesellig vor, also es war eher so ein alleine und dann schleicht man nach Hause und weiß zwar, was man getan hat, aber man kann mit niemandem darüber reden, feiern. Ja, also das ist immer Ja und Nein. Also man kann sich schon Lauftreffs anschließen, das habe ich auch mal gemacht, ich bin auch oft mit meinem Nachbarn dann gelaufen, aber ich mochte das auch nie so zu sagen, ich muss Dienstag um 19 Uhr zum Fußballtraining, ich muss Donnerstag um 19 Uhr zum Fußballtraining, ich muss Samstag um 13 Uhr am Fußballplatz stehen. Das war mir immer zu eng. Verstehst du, also das war mir zu festgelegt. Und mit dem Lauf, da kann ich eben sagen, ja heute, wann passt es mir denn heute, kann ich lieber in der Früh laufen, lieber in der Mittagspause oder lieber abends, wann habe ich denn Zeit, kann ich irgendwie meine Trainings halt so rumschieben, wie ich es dann am Ende brauche. Und das Laufen ist dann eben auch das Abschalten von der Arbeit, wenn man mit Leuten zu tun hat, von der Welt an sich, einfach mal eine Stunde für sich sein, ist dann auch mal schön. Du hast gerade das Wort gesagt, wie du es brauchst, ist das schon so, dass dein Körper dir sagt, wenn du mal ein paar Stunden oder vielleicht mal einen Tag oder so nicht gelaufen bist, jetzt ist es aber mal wieder Zeit, also hast du so einen Bewegungsdrang dann plötzlich? Ja, jetzt immer mehr, jetzt sitze ich den ganzen Tag nur vom Computer, vom Bildschirm und ich merke das total, also wenn ich mal drei Tage nicht gelaufen bin, dann muss ich auf jeden Fall los, also das ist auf jeden Fall so, ja. Ich habe mich mal mit einer Freundin unterhalten, die ist auch eher so sportorientiert, die kann keine Stunde irgendwie mal ruhig sitzen, die springt immer auf und muss immer unterwegs, also die hat Probleme, lange sitzen zu bleiben, also die muss ganz viel gelaufen sein, um dann mal eine längere Zeit sitzen zu bleiben und bei mir habe ich, haben wir dann festgestellt, bei mir ist es genau andersrum, ich kann sehr lange sitzen und muss mich nur sehr wenig bewegen, sozusagen, also wir haben gesehen, wie komplementär wir da eigentlich eingestellt sind. Naja, also das ist für mich kein Problem. Jetzt ist ja ein Marathon eigentlich immer so, also wenn man nicht gerade von diesen ganz verrückten Ultraleuten oder diesen noch verrückteren, diese drei Sportarten kombinierten, wie heißen die, Triathleten, so wenn man von denen nicht mal redet, dann ist ja so ein Marathon, 42 Kilometer am Stück zu laufen, so eine Maximalherausforderung irgendwie, die man vielleicht einmal im Jahr oder so schafft, so stelle ich mir das immer vor. Ich hatte auch mal eine Kollegin, die hat Marathon gemacht, das war wirklich so, ich glaube die war auch in New York, dass sie dann daraufhin wirklich hingearbeitet hat und dann war das das sportliche Großereignis und dann war erstmal eine Weile wieder nichts, sozusagen, also und ich hörte auch mal von professionellen Läufern, dass sie sagen, man kann nicht quasi jeden Monat Marathon laufen oder so, das wird der Körper gar nicht mitmachen. Klär mich doch mal so ein bisschen auf, wie oft kann man denn sowas machen, wie oft will man denn sowas eigentlich machen, so einen Marathon laufen? Das ist immer, das hängt immer ganz davon ab, also um die zweite Frage zuerst zu beantworten, wie oft will man das machen, da gibt es immer so Phasen beim Marathonläufer, man hat gerade einen Marathon gemacht, man läuft im Stil, man schwört sich, ich mache das nie wieder, das ist so ein Scheiß, das tut so weh, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Dann kriegst du die Medaille umgehangen, dann trinkst du dein Bier, dann am nächsten Tag kannst du nicht mehr gehen, am übernächsten Tag denkst du dir so, ja geht ja schon wieder ganz gut, es tut nur noch weh beim Treppe runtergehen und spätestens am Mittwoch oder Donnerstag, wenn der Lauf am Sonntag war, schaust du schon, was könnte denn der nächste Lauf sein, den ich mache. Also das ist dann schon so, das kribbelt schon wieder. Und ja, dann guckt man schon weiter und also, um die erste Frage zu beantworten, wie viele sollte man denn machen, also es gibt immer so das Prinzip der Periodisierung im Ausdauersport, das heißt, man kann irgendwie sich so auf den Frühjahrsmarathon vorbereiten, ist ganz gut und dann eben noch einen Herbstmarathon und dann eben so zwischen Oktober und Dezember dann eben eigentlich so ein bisschen Off-Season zu machen und weniger zu laufen, dass man auch den Körper nicht überstrapaziert. Bei mir war das so, dass ich, ja. Erich, mach ruhig, mach ruhig. Wie war es bei dir? Ich habe 2014 und 2015 habe ich vier Marathons gemacht in zwei Jahren. Also ich habe angefangen 2014 mit dem Hamburg-Marathon, der war dann im April, dann bin ich im Herbst den New York-Marathon gelaufen und dann habe ich es ein bisschen übertrieben, dann habe ich im März darauf schon wieder, bin ich in London gelaufen, um dann im Herbst 2015 den Berlin-Marathon zu machen und beim Berlin-Marathon war es dann einfach, da war der Ofen dann aus. Das heißt, die Erholungszeit zwischen New York, der im November ist und London, der dann im März ist, das waren nur vier Monate, das war einfach zu kurz. Da habe ich mich dann quasi irgendwie zwei Wochen erholt und bin dann sofort wieder in die zwölfwöchige Vorbereitung zu dem London-Marathon eingestiegen. Der ging dann noch einigermaßen, aber im Herbst 2015 war einfach der Ofen aus. Das heißt, man muss schon schauen, dass da die Erholungszeit und der Abstand zwischen so Marathon, also Marathon-Wettkämpfen, Halbmarathon ist dann noch ein bisschen anders, aber zwischen Marathon-Wettkämpfen auf jeden Fall mindestens ein halbes Jahr, sage ich jetzt mal, ist. Das heißt, so ein Lauf, der holt dann doch noch irgendwie Reserven aus deinem Körper raus, an die du normalerweise beim Training nicht drangehst? Ja, auf jeden Fall. Also du trainierst ja in der Marathon-Vorbereitung, trainierst du die 42 Kilometer gar nicht. Ja, das habe ich schon gehört, was mich sehr gewundert hat, weil ich dachte, irgendwie muss ich mich da mal konfrontieren damit, aber nee, offenbar nicht. Ja, das stresst den Körper einfach zu sehr. Da bräuchtest du zu lange wieder eben die Erholung, dass es in der Vorbereitung nicht rentiert. Du machst eben, du trainierst eben deinen Energiestoffwechsel so, dass er das dann schon aushalten sollte. Aber ob man es wirklich, ob man es richtig gemacht hat, weiß man dann wirklich dann nur, wenn man dann sich diesen 42 Kilometern ausgesetzt hat und dann ist man aber so ausgezehrt, dass man dann quasi Monate braucht, bis man eigentlich wieder bereit ist, körperlich diese Strapazer auf sich zu nehmen. Ja, also man sollte halt nach dem Marathon zwei Wochen auf jeden Fall, also 10 bis 14 Tage nicht laufen und dann halt wieder langsam anfangen eben zu laufen und dann eben schon irgendwie so noch ein, zwei Monate Pause machen, bis man dann wieder die Umfänge erhöht. Das hängt natürlich individuell ab und was man so für Vorgeschichte hat und wie der Trainingsstand ist, aber so grundsätzlich. Du hast gerade gesagt, bei Berlin, da war der Ofen dann aus. Heißt das dann, du hast abgebrochen oder bist du einfach mit einer Zeit ins Ziel gekommen, wo du sagst, also das ist jetzt eigentlich ein Streichergebnis? Ja, ein Streichergebnis war es nicht, aber ab Kilometer 30 musste ich dann halt öfter gehen und meine Beine haben einfach so wehgetan, dass einfach kein vernünftiges Laufen mehr drin war. Ich habe halt dann für einen Kilometer irgendwie zehn Minuten oder so gebraucht und das ist halt dann wirklich gehen. Kommt man ja auch vorwärts, ist eigentlich schlimm. Ja, ja, schon. Aber gut, mit Laufen nichts zu tun. Also ich habe halt in New York meine persönliche Bestleistung aufgestellt und ich dachte, da Berlin viel flacher ist als New York, würde da nochmal mehr gehen. Und so habe ich mich halt dann auch darauf vorbereitet und mit der Erwartung bin ich dann auch hingegangen. Es war dann irgendwie 3, ich glaube 3,33 oder so war dann der Marz und das war natürlich immer noch gut, aber es war halt nicht das, was ich erwartet hatte. Ich wollte halt unter 3,20 laufen und wenn du dann fast eine Viertelstunde langsamer bist, dann ist es halt am Ende sehr enttäuschend, sage ich jetzt mal. Ja gut, man hat ja schon gewisse eigene Ansprüche inzwischen, die man dann auch wieder erfüllen möchte. Genau. Der Beste war tatsächlich der New York Marathon für dich in deiner Sport, hat das auch mit der besonderen Umgebung da zu tun? Ich denke, wenn man da mal New York Marathon, das hat ja schon irgendwie so einen schillernden Nimbus irgendwie. Wenn jemand erzählt, oh ich fliege zum New York Marathon, das klingt immer schon so nach ganz großer Welt. Ja, das war der perfekte Tag, es hat irgendwie 10 Grad gehabt, das war der Sonnenschein, es war einfach ein super Tag und da ist einfach nie ein Streckenabschnitt, wo nicht mindestens die Leute in Zweierreihen an der Strecke stehen und klatschen und Stimmung machen und das ist einfach so, also ich kann es jedem empfehlen, der läuft, macht es das einmal, weil das ist echt das beste Erlebnis, was man so als Läufer haben kann. Das ist echt spektakulär. Du musstest aber schon auch ein bisschen, sagen wir mal, stressresistent sein, denn der New York Marathon 2014, das war dein zweiter Versuch, denn zwei Jahre zuvor, wo du schon mal da warst, haben sie dann gesagt, nö, wir blasen die Veranstaltung ab. Das war wahrscheinlich ein ziemlich übles Erlebnis. Ja, also gut, ich meine, das war verständlich, dass sie es abgesagt haben, weil da war ja Hurricane Sandy war da kurz vorher in New York und sie hätten es einfach schon, also wir sind halt dann, also damals musste man noch so Pakete buchen mit Flug, Startnummer und Hotel zusammen und dann war natürlich der Hurricane war, glaube ich, Montag oder Dienstag da und dann war es halt unklar, ob er überhaupt stattfinden würde und eigentlich war es klar, dass er nicht stattfinden wird, aber es gab halt noch nicht die offizielle Aussage und dann habe ich halt angerufen bei der Reiseveranstaltung, ja, fliegt ihr denn, findet es denn in Stadt, wie ist es denn so, ja, und wenn sie sagen, ja, bisher ist es noch nicht abgesagt, wir fliegen auf jeden Fall und wenn du nicht mitfährst, dann fährst du halt nicht mit. Und dann musst du natürlich eine Entscheidung treffen, obwohl es eigentlich sinnfrei war und dann kommst du da halt hin. Wir sind am Donnerstag hingeflogen und am Freitagabend kam dann die Absage vom Bürgermeister, ja, also wir machen den Marathon nicht. Aber da sind da die meisten Leute schon angereist gewesen, ne, also die waren ja schon alle da, weil du kommst halt am Samstag an, um am Sonntag den Marathon zu machen. Und das war dann auch so ein komisches Spiel irgendwie von denen, das so kurzfristig abzusagen, um dann doch die ganzen Touristen in der Stadt zu haben, die dann halt auch das Geld bringen. Ach, mit Kalkül, meinst du? Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das so lange noch rausgezögert haben. Aber vielleicht wollten sie auch alles möglich machen, wenn man es mal positiv sieht, dass es vielleicht doch geht. Ja, ausreizen bis zum, bis zum. Ja, auf jeden Fall, also das war verständlich, aber es war halt auch irgendwie blöd dann in der Stadt zu sein, wo eh alles aufgebaut wird. Also die hatten da ganz andere Probleme natürlich. Ja. Und was hast du da gemacht? Hast du dich mit den Leuten, die du im Flugzeug getroffen hast, dann einfach zum Laufen so verabredet? Ja genau, wir sind dann, ich habe halt die Stadt halt so angeschaut. Aber das war ja nicht überall, gab es Probleme und dann, ja, hat man halt am Sonntag, in der Früh hat man dann halt eine Runde, haben wir durch den Central Park gedreht und dann ging es am Montag schon wieder nach Hause. Also das war dann eh recht kurz der Trip. Also Moment, das habe ich jetzt so nicht realisiert gehabt. Du bist am Samstag angereist, um am Sonntag zu laufen? Nein, am Donnerstag. Nein, ich habe gesagt, man reist ja nicht am Samstag an, weil dann wäre es ja noch rechtzeitig gewesen, wenn sie am Freitag absagen, aber wir sind am Donnerstag angereist und am Montag wieder zurück. Aber das ist ja trotzdem ein ziemlich verrückter Trip für vier Tage nach New York und davon wird dann noch einer so, verlangt dann noch so viel körperlicher Einsatz von dir, dass du eigentlich quasi hinterher völlig am Ende bist und um dann, also allein schon dieser Jetlag, das ist doch eine enorme Herausforderung. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt nochmal machen würde, rein aus ökologischer Sicht, aber damals wollte ich ja unbedingt den New York Marathon mal einmal laufen und dann hat sich das daran geboten. Ich meine, je länger du bleibst, desto teurer wird es natürlich auch, weil die natürlich für die Deutschen nur die, also in diesem Paket nur die teuren Hotels hatten und da muss man natürlich da irgendwie als Student damals noch ja auch gucken, wie viel geht und der Jetlag kam mir auch voll entgegen, weil du musst um fünf aufstehen, um dass du auf die Insel kommst. Das ist ja vorgelagert auf dieser Insel und dann musst du vorher über die Brücke drüber mit dem Bus und dann sperrt die Brücke natürlich eine Stunde vorm Start ab und dann musst du halt rechtzeitig da sein und dann ist es natürlich, kommt es mir schon entgegen, wenn ich noch ein bisschen Jetlag habe da, dann ist es natürlich mitten am Tag. Ja, okay, ja, das stimmt. Und heute hast du so eine Medaille irgendwo an der Wand hängen und sagst, so, das ist mein New York Marathon. Wie viele andere hängen da noch? Zwei, vier, fünf. Also vor mir habe ich nur die wichtigsten Aufgänge, da hänge fünf und hinter mir liegen noch viele andere. Der letzte war in Stockholm, wenn ich das richtig nachvollziehen habe, oder? Ah, halb. Also ich habe mich jetzt auf die halbe Marathonstrecke spezialisiert, weil da das Training nicht ganz so zeitraubend ist. Du wirst doch nicht alt werden, oder? Man könnte es meinen, ja. Aber ich habe einfach keine Lust, am Sonntag dreieinhalb Stunden an der Donau entlang zu laufen, das ist mir jetzt irgendwie zu lang und zu viel Aufwand. Das hast du zur Vorbereitung auf Marathons der Vergangenheit durchaus gemacht, sonntags, nachmittags, wo man normalerweise schön Kaffee, Kuchen mit Familie oder so, Freundin, da bist du dann gelaufen. Ja, also ich habe das immer so gemacht, dass ich, ich habe da noch in Regensburg in der Stadt gewohnt, direkt drinnen und von meiner Haustür zu der Haustür meiner Eltern waren so ungefähr 32 Kilometer. Das heißt, ich bin Sonntag immer dann von meiner Wohnung zu denen nach Hause gelaufen, habe da gegessen und dann habe ich mich wieder heimfahren lassen. Okay, das klingt ja schon mal sehr, das ist ein Ziel vor Augen. Ja, genau. Sehr schön. Und bei diesen Strecken hast du dann auch immer Podcasts auf den Ohren? Ja. Weil manche sagen ja, Podcasts so im Straßenverkehr ist gefährlich, weil man kriegt ja nicht mit, was rechts und links ist und man wird schnell mal… Das ist ja der Donau-Radweg, da ist dann… Radfahrer. Meistens nur Radfahrer, ja. Ja, aber du bist gut. Aber du bist schneller. Ich habe nur einen, ich habe nur einen, quasi nur einen AirPod drinnen, um quasi mit dem anderen Ohr noch die Umgebung wahrzunehmen. Ah, das heißt, du bevorzugst Podcasts, die in Mono ausgespielt werden. Auf alle Fälle. Ich habe kaputte Ohren und vor allem das linke, das will nicht mehr so richtig und da habe ich auch immer die Präferenz oder ich komme nicht so gut klar mit Podcasts, die sehr viel Wert auf Stereophonie legen, weil dann ist immer ein Gesprächspartner weg, immer unhörbar. Ich habe dann auch schon mal, also ich habe mal so Radiotator oder so, die haben das dann ganz extrem gemacht, dann war irgendwie der eine Sprecherspieler, der war ganz links und der andere ganz rechts und ich hörte dann immer nur die Antwort oder was auch immer, aber ich habe nie verstanden, worauf der jetzt reagiert oder was er da irgendwie… Also die ganze Szene hat sich mir nicht erschlossen, weil ich eben nicht beides hören konnte. Ja. Das ist nicht so gut. Ja, aber das finde ich ganz gut, weil da kann man einfach sozusagen gedankenlos durch die Gegend laufen, einfach das zuhören und dann… Also es gibt zwei Arten von Training. Es gibt ja einfach die langen Dauerläufe, die man einfach nur so hirnlos quasi abspulen muss und dann gibt es die Intervall-Trainings, wo man wirklich aufpassen muss, dass man auch das Tempo richtig hält. Da kann ich keinen Podcast hören, da höre ich dann Musik. Aber meistens höre ich Podcasts, ja. Ich habe mal von so Audioangeboten gehört, wo dir eine Geschichte erzählt wurde und gerade für dieses Intervall-Training, wo dir eingeredet wurde, du wirst jetzt gerade verfolgt oder so und du musst jetzt einen Kilometer oder zwei Kilometer Vollgas geben. Also, wie heißt das, All-In oder so, alles was geht, um da aus dieser brenzligen Situation rauszukommen. All-Out. All-Out, ja genau, macht ja mehr Sinn. Um aus der brenzligen Situation herauszukommen. Hast du sowas mal probiert? Ja, aber das war mir sehr fremd. Vor allem, wenn du in der Dunkelheit läufst und eh schon, und dann kommen noch Aliens, ne. So schnell kann man gar nicht rennen. Ja genau, so schnell kann ich nicht rennen. Verstehe. Hast du den auch schon mal während des Laufens gepodcastet? Ich meine, der gute Läufer, der hat ja immer noch Luft über. Könntest du auch während des Laufens sprechen? Ja, also es wäre gut, wenn ich sprechen würde, weil dann würde ich mich immer an das vorgeschriebene Tempo halten bei diesen langsamen Dauerläufen. Weil da sagt man immer, man muss so langsam laufen, dass man noch gut sich unterhalten kann. Und wenn man ein bisschen ungeduldig ist und dann in Gedanken, dann muss man sich wirklich irgendwie disziplinieren, dass man auch wirklich in dieser Trainingszone bleibt. Und da wäre es dann vielleicht schon ganz gut, aber ich habe es noch nie gemacht. Hast du noch nicht gemacht. Aber du hast zumindest ein Podcast-Angebot oder du bist beteiligt an einem Podcast-Angebot. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf das, was du da im Podcast-Land eigentlich machst, was mit Laufen auch unmittelbar zu tun hat. Das sind die drei Schweinehunde. Genau, ja, richtig. Da bist du der Trainer? Ja, also es ging ja darum, dass der Dominik aus Heidelberg, der Stefan aus Wien und der Teacher aus München sich wieder sportlich betätigen wollen und einen Halbmarathon laufen wollen. Und da das nur Schaffen für mich jetzt nicht die große Herausforderung war, habe ich mich angeboten, sie quasi zu unterstützen und sie dann, ja, also jetzt nicht zu trainieren in dem Sinne, dass ich alles weiß und ihnen und sie einen festen Nagel auf das Trainingsprogramm, sondern eben, wenn sie mal Motivationsprobleme haben oder wenn sie Ratschläge wollen, dann können sie mich fragen und dann können wir das alles, soweit ich das, ich habe ja keine Trainerausbildung oder so, soweit ich das halt eben weiß oder meine Erfahrungen eben an sie dann weitergeben. Weil das Wichtigste für die war erstmal, das Laufen in den Alltag zu integrieren, weil wenn du nicht regelmäßig läufst, dann musst du erstmal schauen, wie du das in deinen Alltag integrierst. Das ist die eigentliche Herausforderung. Ja, und für alle die, die das jetzt mal überlegen zu tun, wie würde das gehen? Also zur Arbeit laufen und von der Arbeit zurück oder wie geht das? Ja, also wichtig ist, wenn man anfängt, das Herz und die Blutgefäße, die passen sich relativ schnell, also in drei bis vier, ja, sagen wir mal vier bis sechs Wochen passen sich die an. Das heißt, man wird relativ schnell Erfolg gesehen. Also ja, man fängt halt an irgendwie zu laufen und merkt, es wird immer besser und dann muss man eben aufpassen, dass man nicht zu viel läuft. Das ist auch bei Anfängern oft ein Problem, dass die halt eben dann Verletzungen kriegen von Überlastung, wenn sie vorher keinen Sport gemacht haben. Aber was der Dominik jetzt zum Beispiel macht, wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, der arbeitet eben noch an der Uni, also an einem Forschungsinstitut und bei denen ist es eben üblich, dass viele Menschen in der Mittagspause laufen gehen. Das heißt, er geht in der Mittagspause in der Dreiviertelstunde laufen, dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag. Und dann, ja, das ist eben natürlich im Tagesablauf drin, weil dann kommt er nach Hause und ist schon fertig mit dem Training. Oder wenn man früh aufstehen ist, dann kann man es eben vor der Arbeit machen. Das ist auch ganz cool. Dann ist man eben abends schon fertig, weil abends kommt immer irgendwie was dazwischen. Und so ist es eben ganz cool, so während der Woche, also während einer Woche so erstmal so schauen, dass man zwei bis dreimal, am besten dreimal laufen geht, um dann eben reinzukommen in diesen Rhythmus, in das Regelmäßige, dass man eben sich regelmäßig eine halbe bis dreiviertel Stunde bewegt, laufend. Okay, um dann so langsam dann aufzubauen. Die Kollegin, von der ich gerade erzählte, die den New York Marathon mitgelaufen hat, die erzählte damals auch, dass sie sehr schnell positive Effekte gespürt hat. Also das wäre das Schöne am Laufen, hat sie gesagt, dass man sehr schnell ein Erfolgserlebnis hat, dass man also merkt, es geht besser als gestern und besser als vorgestern oder so. Ich habe das damals, das ist aber jetzt bestimmt auch schon wieder zehn Jahre her, oder nee, warte mal, das muss um das Jahr 2000 gewesen sein, da bin ich auch, man glaubt es nicht, aber tatsächlich habe ich tatsächlich auch mal eine Phase gehabt, wo ich morgens noch vor der Arbeit ein paar Runden hier gelaufen bin. Das hat sogar schon in Dortmund angefangen, stellen wir gerade fest. Da bin ich nämlich noch um den Friedhof oder über den Friedhof gelaufen, da habe ich mich noch gefragt, ob man das eigentlich darf. Aber das sind die Dinge von mir. Wieder zurück zu dir. Ich habe damals auch mit dem Gedanken eigentlich das gemacht, weil ich dachte, ja, weil die Kollegin das so selbstverständlich erzählte, ich werde bald auch irgendwie dieses Gefühl haben, die Strecke schafft nicht mich, sondern ich schaffe die Strecke. Das hat sich bei mir aber irgendwie nie so richtig eingestellt. Und irgendwann bin ich dann in einer dunklen Winternacht oder Wintermorgen, wenn ich auf einer Eisfläche ausgerutscht bin, derartig böse mit dem Knie aufgeschlagen, da musste ich ein paar Wochen aussetzen und dann habe ich es auch, glaube ich, nie wieder angefangen. Also das war nicht gut. Ja, der Punkt ist das, dass man nicht zu schnell laufen darf. Weil wenn du immer glaubst, ich muss jeden Lauf, jeder Lauf muss schneller sein als der davor, dann bist du immer in so einer Belastung, dass du dich dann bis zum nächsten Lauf quasi nicht erholen kannst und dann quasi addiert sich diese Belastung immer mehr auf, dass du dann nur immer langsamer wirst und immer kaputter und immer schwerfälliger. Und dann wird es irgendwann, ja, irgendwann tut da was weh und dann kommen eben die Verletzungen. Das ist eben dann die Überlastung. Wenn jeder Lauf besser sein muss als der andere, du musst einfach mal nur gucken, dass du langsam eben so, am besten macht man das eben an diesen Pulsbereichen fest, dass du eben an diesem Grundlagenaustaubereich bleibst am Anfang. Denn sonst überlastet man sich schnell. Okay, vielleicht war das der Grund. Oder vielleicht war es doch einfach der Grund. Das könnte man selber. Dass ich kein geborener Läufer bin, bin doch eher ein Sitzer. Das war wo? Das war bei Dominik auch zwischendurch mal so, dass er meint, oh, das wird immer schwieriger. Ich habe immer so schwere Beine und es wird irgendwie nicht leichter und es wird, es macht einfach keinen Spaß. Man hat dann auch eben gesagt, ja, pass mal auf, jetzt ist wohl der Zeitpunkt gekommen, wo man wirklich mal auf Trainingsbereiche aufpassen müssen. Du musst langsamer laufen, du musst jeden Lauf schneller machen und dann ging es auch wieder besser. Also dieses polarisierte Training, die langsame Läufe richtig langsam machen und dann, wenn es wirklich mal ein Intervalltraining oder ein Tempotraining gibt, dann muss das aber auch richtig knacken, dann muss es richtig ballern und dann wird das auch. Das ist schon eine Wissenschaft für sich, auch das Laufen auf dem Ball. Ja, also man muss vor allem auf dem Körper hören und wenn es irgendwann wehtut oder irgendwas zwickt, dann muss man irgendwas anders machen. Okay. Und also die drei Schweinehunde, die haben jetzt wie viel, 14 Episoden haben wir schon. Was macht ihr denn da eigentlich in diesen Episoden oder bist du gar nicht in jeder Episode dabei? Naja, wir versuchen schon immer jede Episode zu viert zu machen, aber wenn jetzt mal einer nicht dabei kann oder nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber wir versuchen quasi den Podcast als Leistungsnachweis und als Motivation zu nehmen und auch als Dokumentation, dass man eben sieht, wie geht es uns dabei, wie geht es den drei dabei, was haben wir geschafft und auch als Motivation immer im Hintergrund, ach wir machen ja diesen Podcast, um uns zu motivieren, dass es nicht abreißt, dass auch jetzt regnet es heute ein bisschen draußen, auch jetzt ist ein bisschen kühl um die Nase, jetzt will ich aber nicht, aber dass man das quasi immer noch im Hinterkopf hat, dass man dann auch wirklich sich motivieren kann zu laufen. Weil man zum Rapport gerufen wird und man wird gefragt, wie viele Kilometer hast du denn in der Zeit zwischen der letzten Episode und dieser zurückgelegt? Wie oft warst du denn laufen, wie sieht es denn aus? Das ist natürlich jetzt bei mir ein bisschen blöd, also wenn man jetzt mich im Vergleich zu denen, weil ich habe dann immer irgendwie so zwischen 200 und 300 Kilometer pro Monat, das ist es dann vielleicht für die ein bisschen demotivierend manchmal? Das kann ich mir vorstellen. Ich habe fünf. Blöd, ja, also ich meine, die kommen schon auf 20 bis 30 Kilometer pro Woche und so auf ihre 100 Kilometer im Monat vielleicht. Hui. Also das läppert sich schon, wenn du irgendwie jeden zweiten Tag oder viermal in der Woche zum Laufen gehst, dann läppert sich das schon. Aber ich war jetzt in der Halbmarathonvorbereitung eben fünfmal der Woche beim Laufen, teilweise sechsmal. Da kommt halt mehr dabei rum. Da bist du in der Sinne des Wortes davongelaufen wahrscheinlich. Ja, deshalb nehme ich mich, also versuche ich mich da irgendwie, ja, zurückzunehmen. Aber das funktioniert, das Konzept. Also dass du da auch als der, sagen wir mal, der, wenn auch nicht der Trainer, aber so als der beratende Freund so das anhörst und dann auch mal sagst, ja, hier, versuch doch mal die Variante so oder mal die Variante so. Also das funktioniert schon auch. Also man sieht auch einen gewissen, sagen wir mal, Trainingseffekt. Dieses Vorhaben mit dem Halbmarathon, glaubst du, dass sie schon auf einem guten Weg sind dahin? Also wir haben das ja extra so angelegt. Wir haben vor einem Jahr angefangen und der Halbmarathon ist in einem Jahr, dass sie quasi das erste Jahr dazu nutzen, die Regelmäßigkeit sich an das Laufen zu gewinnen und sich auf den Trainingsplan vorzubereiten. Und jetzt kommt quasi schon langsam die Phase, ich habe jetzt mit den Leuten schon langsam angefangen, das Intervalltraining auch einzuführen und ihnen zu sagen, ja, ihr müsst viermal die Woche laufen, einmal quasi ein Tempotraining, einmal einen langen Lauf und dann noch zwei normale Läufe dazwischen, dass ihr eben euch verbessert dann auch und dass ihr auch schon langsam auf die Volumina kommt, dass ihr dann auch 21 Kilometer laufen könnt. Weil wenn du mit so einer 5-Kilometer-Runde anfängst, dann ist so ein Halbmarathon halt noch viermal so viel und das muss man auch erstmal irgendwie von den Gelenken her dann auch schaffen. Und da sind wir jetzt gerade dabei eben, der Dominik und der Stefan fangen jetzt langsam an, TJ hat noch ein bisschen Schwierigkeiten, aber da sind wir jetzt dabei eben die Intervall-Trainings zu machen und das gefällt ihnen auch ganz gut, weil sie halt merken, sie können wirklich an die Leistungsgrenze gehen und Intervall heißt ja, dass du quasi einen Kilometer schon sehr schnell läufst, dann machst du wieder Pause, dann läufst du nochmal einen Kilometer sehr, sehr schnell, so schnell wie du vielleicht früher nie gelaufen bist und dann machst du das viermal hintereinander und das gefällt ihnen eigentlich ganz gut, dass sie sehen, es geht vorwärts und sie können wirklich schnelle Tempi auch laufen. Das ist ja gestartet bei einem Ganzohr-Treffen im letzten Jahr und über Ganzohr sollten wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen ausführlicher reden, dann nehmen wir aber den Lars mit dazu, der ist ja auch Augenzeuge von der Veranstaltung. Lass uns aber doch bitte vorher nochmal einen Blick auf deine anderen Podcast-Angebote werfen, denn wie ich festgestellt habe, sind es gar nicht wenige, sondern gleich vier, also wenn man jetzt den Drei-Schwein-der-Hunde-Podcast mit einzieht und du machst das auch schon relativ lange, nämlich seit Juli 2016, da hast du angefangen mit dem 1889-FM-Podcast, ein Sport-ein-Fußball-Podcast, was ist das genau? Eigentlich haben wir davor noch, ein halbes Jahr davor mit The Random Scientist angefangen. Echt? Habe ich mich vertan? Da steht die erste Episode Dezember 2016, dann habe ich vielleicht einen falschen Eindruck oder Ausdruck. Also wir haben zum Superbowl quasi in dem Jahr, vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber ich glaube, dass The Random Scientist vorher war. Aber wenn wir über 1889-FM reden, ja das entstand eben daraus, dass ich in meiner Erinnerung schon The Random Scientist gemacht habe und dann eben geguckt habe, gibt es denn in dieser, dann habe ich vom Rasenfunk eben von Max gehört und dann habe ich geguckt, ob es für meinen lokalen Fußballvereinen in Regensburg eben auch einen Podcast gibt und den gab es eben nicht. Und dann habe ich mir Leute gesucht, die sich mit dem Fußballverein auskennen und habe die dann einfach gesagt, wie schaut es denn aus, wenn ich das produziere und euch einlade und ihr mir dann, also sie mir dann im Prinzip erzählen, was bei dem Verein so abgeht, dann könnt ihr über euren Lieblingsverein reden und ich lerne mehr über den lokalen Fußballverein, weil ich den auch nur so am Rande verfolgt habe früher und dann ist es doch für alle ein Gewinn. Und jetzt versuche ich das halt einmal im Monat irgendwie dann auch zu machen und das läuft eigentlich ganz gut. Ja, jetzt sind fast zweieinhalb Jahre und 41 Episoden, das ist doch eine ordentliche Strecke. Das funktioniert. Das ist vor allem auch ganz, ganz cool, weil die Fußball-Podcast-Community auch ganz, ganz stark ist und das ist eigentlich, macht euch viel Spaß. Ja gut, hier Max Ost und die ähnlichen sozusagen, das ist ja natürlich ein ganzes Universum nochmal für sich, da ich mit Fußball jetzt nicht so viel zu tun habe, bin ich da ein bisschen raus, aber ich staune auch immer, was da tatsächlich alles so abgeht, also wirklich ziemlich irre. Wir reden von Max Ost und dem, der was mehrere Angebote, ja Rasenfunk, genau. Rasenfunk, Imperium. Ja genau, der ist ja da wirklich sehr, sehr umtriebig und also das ist schon die, so eine, das ist wahrscheinlich schon Imperium, also der hat da, was er da aufgebaut hat. Ja, der macht das jetzt ja auch hauptberuflich quasi. Ja, aber auf Spendenbasis, glaube ich. Ohne Werbung auf Spendenbasis. Genau, sehr faszinierend. Also er hat ja auch schon bei Subscribe oder so, hat er schon mal so ein bisschen erzählt, wie er das Ganze angeht, also schon, schon, schon nötigt mir schon ziemlich viel Respekt ab für ihn. Auf alle Fälle, ja, auf alle Fälle, vor allem, wenn man seine Familie, seinen Familienhintergrund dann noch so kennt, dann. Ja, er ist alleinerziehender Vater, hat er schon ein paar Mal gesagt. Zwillingsvater. Zwillingsvater auch noch, genau, also der hat eigentlich alle Hände voll zu tun und schafft es aber dann doch noch, man muss ja auch diese Fußballereignisse, diese Spieltage relativ zeitnah besprechen. Also wenn das alles mal drei oder vier Wochen alt ist, dann interessiert es ja auch keinen mehr, genau. Und das kriegt er schon irgendwie noch hin, also das ist schon ein kleiner… Ja, vor allem die ganzen Spiele, also ich meine, es sind ja neun Fußballspiele an 90 Minuten und allein die alle zu sehen bis zur Sendung, ist ja schon Wahnsinn. Tja, wie macht er das? Er schläft wahrscheinlich nicht. Real life und am Abend, ja. Ja, wenn die Kinder dann vielleicht mal im Bett sind. Und bei Zweien, da ist ja meistens doch immer eins wach und will dann, wie auch immer. Sehr beeindruckend. Gut, du hast dich also quasi, ja, hast dich animieren lassen vom Rasenfunk-Imperium und gesagt, gibt es das für meinen lokalen Bereich auch? Nein, gab es nicht. Und weil es das nicht gab, hast du gesagt, ja, dann mache ich es halt selber. Also diese ganz schöne Hands-on-Basis-Podcast-Idee. So, die hast du umgesetzt und funktioniert. Wunderbar, herstlichen Glückwunsch. Ja, danke. Es gab auch eine, also wenn ich noch schnell eine Folge erwähnen darf, weil da gab es auch eine über die Geschichte des Jahres, die habe ich zusammen mit Daniel gemacht, Daniel Messner. Und normalerweise machen wir nur so 40 Minuten irgendwie und die ging halt echt irgendwie drei Stunden, weil wir den Archivar vom Jan zu Gast hatten. Und das war echt eine super Folge, da mal richtig die ganze Geschichte einfach mal durchzubesprechen. Also wir hätten noch Tage reden können, aber das war echt sehr schön, da mal einfach mal jemandem zuzuhören, der sonst auch nicht so das Medium kriegt, sondern einfach mal schön von der Geschichte zu hören. Ja, so eine Win-Win-Situation, einer, der mal erzählen darf, der mal Publikum hat, was ihm auch zuhört, was nicht dann nach fünf Minuten desinteressiert von dannen zieht, dann doch zum nächsten Bierstand. Und ihr kriegt dann tatsächlich auch mal die Informationen, die ihr auch haben möchtet, auch als Produzenten. Man möchte ja auch gerne was auf seine Tonspur aufkriegen. Ja, klar. Und aus persönlichem Interesse dann sowieso noch, genau. Ja. Und durch Zufall ist dann der Random Scientist entstanden oder wo kommt das Random daher? Was ist das überhaupt? Naja, Dominik und ich, also mein Freund Dominik und ich, wir haben uns ja im Studium in Ulm kennengelernt und wir waren halt Wissenschaftler und haben uns ausgetauscht darüber. Und dann haben wir halt, als es zum Ende unserer Doktorarbeit quasi zuging, haben wir uns überlegt, ja, wir könnten jetzt eigentlich auch irgendwie mal ein Projekt starten, was machen wir denn? Und dann sind wir halt eben auf die Podcast-Idee gekommen. Und dann haben wir uns einen Titel überlegt, ja, was können wir denn da nehmen? Na, Wissenschaftler, so Doktoraten, die sind ja eh austauschbar, ja, weil sie halt billige Arbeitskräfte im Labor sind, überspitzt formuliert. Und deshalb haben wir uns quasi, über das Austauschbar sind wir dann auf dieses Random, dieser zufällige Doktorant dann quasi gekommen. Ach so, ja. Einfach, ja, wie auch bei 1885, es gab halt keinen dedizierten Biologie-Podcast und dann dachten wir, ja gut, dann machen wir halt wir das. Und dann haben wir uns halt überlegt, einfach nur über Paper diskutieren ist auch irgendwie dann auf Dauer langweilig. Wir wollten es jetzt aber auch nicht so showmäßig, so episch wie methodisch inkorrekt machen. Warum nicht? Ist doch ein Erfolgsformat. Ja, aber wir wollten nicht vier Stunden aufnehmen, sagen wir mal so. Ihr wolltet was Seriöses machen, womöglich? Schöne Grüße an Minderheit. Ich bin ein bisschen frech, Entschuldigung. Das ist natürlich eine berechtigte Frage, aber einerseits schon, wollten wir natürlich seriös sein, aber andererseits natürlich schon auch mit dem, mit der gewissen Lockerheit und dem gewissen Witz, der natürlich auch den Spaß rüberbringen soll, den wir damit haben. Weil es ist natürlich schon irgendwie trocken und es sind halt auch Fakten und es sind Daten und man muss auch seriös damit umgehen, aber dennoch ist es halt, wollten wir das nicht alles so bierernst sehen. Weil, ich meine, es sind ja auch, also, ja, wir machen das halt aus Spaß und der sollte dann da auch rüberkommen. Und dann haben wir uns halt eben ein Show, also wir wollten auf jeden Fall zwei Publikationen besprechen, jeder eine, weil, ich meine, wenn jeder zwei macht, dann muss man das natürlich wieder vorbereiten, was ja natürlich auch viel Zeit kostet. Und dann hat meine Freundin, jetzige Frau, hat dann gemeint, ja, wenn ihr doch diese komplizierten Begriffe dann immer verwendet, und, um die Paper zu beschreiben, dann wäre es doch cool, wenn wir auch irgendwie wenigstens das mal erklären würden, was das alles ist. Und dann habe ich gemeint, ja gut, dann mache ich halt noch so einen allgemeinen Biologie-Teil, wo ich halt anfange, mal die DNA zu erklären, mal die RNA zu erklären, halt alle die Begriffe, die man eigentlich so ständig verwendet im Labor, wo aber, wenn man jemandem erzählt, ja, ich arbeite im Zellkern mit der DNA, dann versteht, also die meisten Leute verstehen es dann schon nicht mehr, was ich da tue. Deshalb wollte ich das noch mit einbauen. Und dann hat der Dominik eben noch gesagt, ja gut, dann mache ich noch einen Nobelpreisträger und dann ist das eine runde Sendung. Und so haben wir uns jetzt da geeinigt. Und es ist eigentlich ein ganz schönes Format, wie ich finde. Ihr habt ja auch schon 39 Episoden auf dem Tacho, also das läuft auch gut. Ja, also wir haben uns halt auf eine Episode einmal im Monat geeinigt, dass wir dann auch nicht in die Verlegenheit kommen, dann wirklich viele ausfallen zu lassen, weil wir keine Zeit haben, weil wir unterwegs sind oder so. Und deshalb haben wir uns auf dieses einmonatige Format dann geeinigt. Und das macht uns Spaß und das Feedback könnte noch ein bisschen ansteigen. Aber so macht es eigentlich ganz Spaß. Und ja, 39 Folgen hätte ich jetzt am Anfang auch nicht damit gedacht, dass wir so weit kommen. Wie, es gibt kein Feedback. Ihr hört nichts von euren Hörerinnen und Hörern? Ja, es ist schwierig. Also wir kriegen im Schnitt, sag ich mal, eine E-Mail oder einen Facebook-Post oder so pro Monat. Ich habe jetzt auch die Kommentare abgeschalten, weil erstens keine kamen und zweitens wegen DSGVO war ich mir jetzt auch nicht so sicher und wollte mich dann auch nicht so sehr damit beschäftigen, wie ich das jetzt alles DSGVO-konform kriege. Wenn eh keine Kommentare kommen, deshalb bin ich über das Feedback noch ein bisschen enttäuscht. Das könnte noch mehr sein. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal den Random Scientist Podcast hört, vor allen Dingen diejenigen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich mal in der Biologie so ein bisschen zu tummeln, vielleicht weil sie noch Schülerinnen und Schüler sind oder schon etwas reifere Semester, aber sich vielleicht trotzdem mal in ein neues Gebiet einarbeiten wollen. Also hier dringende Höherempfehlung, The Random Scientist und vor allen Dingen auch Feedback geben. Also der Punkt ist, wir wollen nicht den Bauch gepinselt haben. Nein. Sondern was uns interessieren würde, wir kommen halt jetzt mit den allgemeinen Biologiethemen schon in so Bereiche, wo es dann schon sehr, sehr speziell wird. Weil die ganzen Sachen, DNA, Proteine, Kohlenhydrate und so, das haben wir jetzt alles abgegrast, aber uns würde interessieren, was die Leute noch so interessiert. Das wäre so eine Sache, die uns noch ein bisschen abgeht. Aber sonst läuft es, sind wir sehr zufrieden und es macht immer noch Spaß. Okay. Etwas, was noch spezieller ist, das ist das dritte oder vierte Angebot, was du machst. Active Motives Podcast. Und der hat noch so einen Beinamen, den habe ich mir aufgeschrieben, Epigenetics Podcast. Also da habe ich ja schon Schwierigkeiten, die Namen auszusprechen. Und ich habe ganz kurz in die letzte oder die aktuelle Folge reingehört, da habe ich schon gedacht, oh Fat Flicks, da reden aber jetzt wirklich Fachleute auf einem sehr hohen Niveau. Was ist genau das? Ja, das ist, Active Motives ist die Firma für dich, Arbeite. Deshalb heißt es so. Ah, guck an. Und wir machen eben... Wir haben einen Firmenpodcast aufgemacht, das habe ich jetzt, jetzt begreife ich das ja erst mal. Erzähl mal. Erzähl mal. Also der Bereich, für den wir vor allem Produkte machen, ist eben die Epigenetik, also die Modifikationen, die über der, also die DNA nicht direkt in der Sequenz beeinflussen, sondern die eben obendrauf für die Regulation zuständig sind. Deshalb heißt der Epigenetics Podcast. Und da ich immer schon irgendwie gern mit Wissenschaftlern noch mal reden wollte über ihre Arbeit und das bei The Random Scientist irgendwie nicht so richtig reinpasst, habe ich einfach zu meiner Arbeitsstelle gesagt, wie schaut es denn aus, wenn wir da mal so ein paar Interviews machen? Und das habe ich dann angefangen. Im Juni 2017, das heißt, es ist schon über ein Jahr her, sechs Episoden, ist jetzt nicht ganz so häufig, ne? Ne, es ist auch sehr schwierig, an die Wissenschaftler ranzukommen. Deshalb bin ich jetzt dazu übergegangen, wenn ich auf eine Konferenz gehe, das muss ich auch ab und zu beruflich machen, dann schreibe ich einfach die Keynote-Speaker an und frage die, ob die Zeit haben, weil sie eh schon auf der Konferenz sind und da ist es dann oft einfacher, ihnen eine halbe Stunde von ihrer wertvollen Zeit zu klauen. Deshalb sind die auch immer nur so eine halbe Stunde lang, weil ich dann wirklich versuche, die nicht drei Stunden aufzuhalten, weil das bei den Leuten dann wirklich oft schwierig ist. Und übers Internet ist es auch schwierig, weil man dann eben die Audioqualität auf der anderen Seite nicht im Griff hat und dann wird es oft, ja, unbefriedigend. Ja, und deshalb habe ich jetzt, mache ich es halt immer so schwungweise, weil wenn wieder eine Konferenz ist, dieses Jahr im September habe ich zum Beispiel drei Leute bekommen, den Hank Stannenberg, das war recht schön, der hat an Malaria geforscht und auch war in einem großen Konsort sehr beteiligt und wurde zum Ritter geschlagen, was auch irgendwie ein ziemlich witziges Ding ist. Und dann habe ich die neue Chefin vom EMBL, vom Europäischen Molekularbiologischen Labor eben angeschrieben, ob sie Lust hat und die Chefin vom Friedrich-Mischer-Institut in Basel. Und eben zuerst über ein bisschen Persönliches und dann eben schon auch Hardcore Science quasi. Das ist auch auf Englisch, falls man das noch sagen sollte. Also das ist schon nicht mehr Grundlage, also da muss man schon im Thema ein bisschen drin sein, dass man das dann auch versteht. Ein bisschen, ja, ja. Also das ist schon wirklich Fach. Also man sollte vom Fach sein, ja. Ja, ne, also sonst ist man schnell, ganz, ganz schnell abgehängt, ja. Aber das mache ich halt, weil es mir Spaß macht und weil ich gerne mit den Leuten eben über ihre Arbeit rede und, ja, deshalb gibt es jetzt auch noch nicht so viel, aber, ja, es soll auch ein bisschen Marketing für die Firma sein, deshalb ist das so ein bisschen... Gehört das denn zu deiner Arbeit? Machst du das quasi in der bezahlten Arbeitszeit oder ist das so eine Freizeitgeschichte, die du da so nebenbei machst? Halb, halb. Also ich kann das schon während der Arbeitszeit machen, aber wenn ich auf die Konferenz fahre und es dann halt nach 18 Uhr ist, dann ist es halt auch, keine Ahnung, Freizeit, Arbeitszeit, wer weiß das schon. Also ich rechne jetzt da keine Überstunden ab oder so, aber es ist so halb, halb, würde ich jetzt sagen. Halb, halb, ja. Wenn du da vor Ort aufnimmst, was für ein Equipment hast du denn da so am Start? Was benutzt du denn an Rekorder und Mikrofon und so? Standard Syndicate Equipment. H6 und das Template Love Gedächtnis Headset oder was? Ja. Was ist das Standard Syndicate? Ja, ja, genau. Also ich habe ein H6 hier, über den ich jetzt auch aufnehme, dann eben ein Notebook. Und ich habe die HMC, ich habe drei HMC 660 und ein DT 297. Da mischst du jetzt aber Ralf Stockmann Gedächtnis Headset und Tim Prittlove Gedächtnis Headset. Genau richtig, genau richtig. Also das eine, das Tim Prittlove Gedächtnis Headset habe ich für mich und die drei anderen für die Gäste, was irgendwie auch komisch ist, aber ja, der Hygiene wegen. Und ja. Der akustischen Hygieneweg. Ja, Hauptsache, ihr könnt euch auf eine Phantomspannung einigen, die dann für alle Geräte taugt. Ja, ich habe versucht, das auf dem H6 irgendwie, aber das kann man nur für alle gleich regeln. Deshalb fahre ich die immer mit 12 Volt und das hört sich eigentlich immer ganz gut an. Na bitte, prima. Wenn es geht, das muss nur funktionieren, das reicht. Ja, eben richtig, man muss es müssen. Genau, das mache ich und ich habe mit dem H6 schon versucht, eben auf SD-Karte aufzunehmen oder auf dem Computer aufzunehmen. Das funktioniert beides ganz gut. Ja, das mache ich so. Und manchmal aber auch dann per Remote, dann mit Studio Link auch? Also diejenigen, die das können, auch, ja. Mit Dominik mache ich nur Studio Link, weil er in Heidelberg ist und ich hier in Regensburg. Die Fußballrunde, die mit vier Leuten, das mache ich immer vor Ort quasi, alle vier zusammen. Manchmal ist da auch ein Spieler dabei, deshalb machen wir das immer zusammen. Deshalb habe ich auch die vier, dass wir quasi zu viert dann immer höchstens sind. Genau, für den Active Motiv Podcast habe ich einmal ein Studio Link Interview gemacht. Das war aber auf der anderen Seite, da kamen meine Bitten nach Headsets und Kopfhörer nicht an. Das war dann am Tag der Aufnahme recht schwierig, das dann so hinzukriegen, dass es einigermaßen sich anhört, weil dann wirklich über das Notebook ein Mikrofon aufgenommen wurde und wir konnten gerade noch irgendwelche Kopfhörer organisieren, dass ich quasi mich nicht doppelt höre. Ja, das war dann ein bisschen, das hört man natürlich auch, wenn man es weiß, aber am Ende ging es dann ganz gut. Und welche Ausspielwege benutzt du? Ich glaube, einmal WordPress gesehen zu haben auch, aber dieser Active Motiv Podcast, der hat eine eigene Basis irgendwie, ne? Ja, also Random Scientist und 1889 produziere ich. Die laufen Standard WordPress Podlove. Die Schweinehunde macht der Stefan in Wien, da hat er sein eigenes Zeug am Laufen und das Active Motiv wurde in Amerika aufgesetzt, dass es eben mit unserer Webseite auch funktioniert und so. Das läuft über Podbean. Das ist ein amerikanischer Hoster. Da bin ich so semi damit zufrieden, aber das ging nicht anders. Ja, wenn das ins Haus Portfolio reinpassen muss, dann muss man manchmal auch ein bisschen sich halt anpassen und nehmen, was geht. Jetzt haben wir gerade schon ganz kurz Ganzohr erwähnt. Also das Treffen der Wissenschafts-Podcasterinnen und Podcaster und nach dem, was du beschrieben hast und deiner Profession ist es natürlich sehr, sehr naheliegend, dass du da irgendwie dich mit beteiligst. Ich glaube, in Stuttgart warst du das erste Mal dabei, letztes Jahr, oh nee, das war ja schon vor zwei Jahren. Ja, korrekte Erinnerung, ja. Das wäre dann 2016 gewesen, ne? Ja, genau. Da bist du zum ersten Mal mit dem Dominik gemeinsam auch aufgeschlagen. Wie bist du darauf aufmerksam geworden und warum bist du gekommen damals? Sehr, sehr gute Frage. Aufmerksam darauf geworden bin ich einfach, weil ich gesehen habe, was es für eine coole Community eben um diese privaten Podcasts in Deutschland gibt. Wenn man dann eben da mal eintaucht und irgendwie versucht anzufangen, ich habe verschiedene Mikrofone ausprobiert, was klingt denn gut, was kann man denn da nehmen? Dann googelt man ein bisschen und irgendwann trifft man, also sticht man in das Wespennest-Sendegate. Also im positiven Sinne, ne? Also man sticht da so rein, was ist denn das, was ist denn das? Und dann auf einmal öffnet sich so eine neue Welt. Im positiven Sinne, weil man einfach für alles irgendwie eine Antwort kriegt und auch viele tolle Menschen kennenlernt. Und dann gab es da eben irgendwann mal den Post, dass es eben das Ganze auch gibt. Vielleicht habe ich es auch irgendwo im Sendegarten gehört oder irgendwo anders, aber im Sendegate war es dann wahrscheinlich. Und dann habe ich einfach gedacht, na gut, Dominik, da müssen wir hin. Wenn wir noch einen Wissenschafts-Podcast-Konferenzen kennen, dann läuft. Und dann haben wir einfach mal angeschaut, was es da noch so für Leute gibt und was die so tun. Und das war einfach schön. Ja, in Stuttgart war das ja mehr so ein wirkliches Werkstatttreffen. So, wir haben da in einer großen Runde gesessen, Pizza gefuttert oder irgendwo beim Bildermann uns versorgt. Genau, am Abend davor noch. Ja, genau. Das war noch richtig Barcamp-Style. Ja, genau. Also das war, glaube ich, für uns auch so der richtige Einstieg, weil man konnte einfach viel diskutieren, viel lernen, viel hören. Wie machen die anderen das so? Was haben die so für eine Einstellung? Wie lange machen die das schon? Also Omega-Tau schon zehn Jahre, das ist ja unglaublich. Ja. Und dann auch den methodisch inkorrekt, den, ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber größten Wissenschafts-Podcast, dass die da auch ganz normal einfach mit teilnehmen und ganz, ganz geerdet sind, ist ja auch super. Das ist eine lustige Community. Lars, ich habe dich gerade gehört, oder? Wolltest du was sagen dazu? Ich habe nur zugestimmt, dass das Treffen in Stuttgart mir gut gefallen hat. Dieses kleine, na klein, nicht im abwertenden Sinne, aber es war halt recht kompakt. So, wir haben uns in unseren kleinen Gruppen da in den einzelnen Räumen mit zu einzelnen Themen zusammengesetzt und haben uns die Köpfe heiß geredet, teilweise auch ordentlich diskutiert. Man war sich ja nicht immer einig, aber trotzdem, da fand ich einen sehr tollen Austausch. Und dann ging es weiter, das Jahr später waren wir in Innsbruck. Da warst du auch da, Stefan, oder? Ja. Da tue ich mich da auch. Ja, da war ich auch da, ja. Das heißt, es hat dir so gut gefallen in Stuttgart, dass du gesagt hast, da gehe ich nächstes Jahr wieder hin und dann warst du auch in Innsbruck. Da warst du ein bisschen anders vom Setting her, weil wir da auch so wissenschaftliche Vorträge hatten. Wie hat dir das gefallen? Na, mich fand ich sehr positiv, mal ein anderes Format auszuprobieren. Und ich bin ja auch daran gewöhnt, dass es Vorträge gibt und dass man eben dann sich die auch anhört und mitdiskutiert oder wenn es einen nicht interessiert, dann einfach nur passiv zuhört und es zur Kenntnis nimmt und zu den Akten legt. Ach, gute Technik. Entschuldigung. Ja, also ich meine, man muss ja nicht, man muss sich nicht an jeder Diskussion beteiligen. Und ja, ich fand das gut, aber da gab es dann auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mit der Subscribe verwechsel, aber da gab es dann schon auch eher so diesen Fokus auf, wie monetarisiere ich das Ganze jetzt? Was irgendwie da schon der Trend war, aber was mir dann auch, also weil das bei uns jetzt ja auch nicht der vordergründige Zweck war, dann auch nicht so viel gebracht hat. Aber die Barcamp-Sessions, ja. Das erinnere ich allerdings jetzt nicht mit dem ganz Ohr, das Monetarisieren. Ja, vielleicht war das auch die Subscribe, das kann schon sein. Vielleicht verwechsel ich das. Das kann sein. Ja, ich denke auch. Also wir hatten den Leonard Dobusch, der hat über die verschiedenen Creative Commons Lizenzen und so weiter gesprochen und wir hatten den einen Wissenschaftler direkt aus. Ja, das fand ich super, genau. Das war sehr interessant, wie weit er da auch gedacht hatte. Und wir hatten den einen anderen Wissenschaftler noch aus Österreich, der selber auch Podcaster war und der hat dann quasi so aus seiner Sicht berichtet. Ja, die kann ich mich jetzt erinnern, also tut mir leid, Melanie, wenn ich jetzt nicht mehr aus Innsbruck erinnere als diese beiden Gastvorträge. Ja, ich erinnere mich noch an den schönen Abend, wo dann eben die Schweinehunde gegründet wurden. Das war echt so eine Bierlaune, oder? Ja, total, total. Wir haben ja gleich noch die erste Folge am Abend aufgenommen. Also das war richtig, ja, richtig spontan. Kenne ich von mir so gar nicht, aber ja. Lernst du ganz neue Seiten an dir kennen. Super. Sozusagen, ja. Das war aber auch eine lauschige Stimmung da unter dem Dach, da in der Gastronomie. Also ich habe diesen Abend auch als sehr angenehm in Erinnerung. So, dann machen wir jetzt mal einen Sprung noch wie jetzt zu der aktuellen Veranstaltung in Wien an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Nochmal mehr wie eine wissenschaftliche Konferenz. Also wir haben im Prinzip Stuttgart war, oder Witten und Stuttgart, das waren wirklich so Werkstatttreffen. Dann haben wir in Innsbruck so ein bisschen mehr die Universitäts- oder Kongressatmosphäre gehabt. Und in Wien, das war jetzt, glaube ich, das nochmal gesteigert, sozusagen. Der Lars und ich, wir haben uns schon ein paar Mal darüber auch privat ausgetauscht. Also so richtig warm geworden sind wir da eigentlich nicht. Und du hast gerade, Stefan, das auch schon so schön einfließen lassen. Man muss sich ja auch nicht jeden Schuh anziehen, beziehungsweise wie das der Bernd Rupp sagte, ich lasse mich auch nicht von jedem ärgern. Ich entscheide, über wen ich mich ärgere. Also irgendwie, das Thema Ärger klingt so ein bisschen mit. Hast du dich in Wien geärgert, Stefan? Nein, das würde ich so nicht sagen. Gut. Ich fand die Barcamp-Session war aber immer gut. Das war schön. Das Vortragsprogramm war irgendwie schwierig, weil mir das am Anfang auch nicht klar war, dass da irgendwie ein Diskurs verlangt wird oder dass es darauf abzielt. Es war zwar vom Lothar gesagt worden, dass ja, wir wollen jetzt mal die zusammenbringen, aber dass dann die Radio-Leute quasi nur zu ihrer eigenen Session da sind. Ich versuche das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Und am nächsten Tag, wo dann vor allem, meinem Eindruck nach vor allem Podcaster gesprochen haben, sie dann nicht mehr da sind und sich auch nicht dem Diskurs gestellt haben oder zumindest keiner möglich war, fand ich schwierig. Und dann habe ich es einfach für mich so angenommen, wie ich es vorher eben gesagt habe. Ja, ich habe mir das angehört. Ich habe es versucht aufzunehmen und dann zu den Akten gelegt. Um eben halt, ja gut, es war ein Vortrag. Also es geht jetzt vor allem um den, von der Frau Vinnie Warta, glaube ich war der Name. Die kannte ich vorher zum Beispiel gar nicht und mir war nicht bewusst, dass es so eine Gegenrede sein wird, über die dann auch gar nicht so richtig diskutiert wurde. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, das war jetzt ihre Meinung zur Kenntnis genommen, aber ich habe mich jetzt dadurch nicht angegriffen gefühlt oder mich darüber geärgert. Ich habe das einfach als einen Vortrag, als eine Abhandlung zur Kenntnis genommen. Ich habe auch nochmal den Text gelesen, den es dann noch gibt, weil ich glaube, weil ich, mein Eindruck war eher, es war kein Vortrag, sondern eher ein vorgelesener Text, der auch irgendwie nicht so sehr als Vortrag geeignet war irgendwie. Ja, und dann habe ich den halt einfach zu den Akten gelegt und dann war es auch gut für mich. Ich erinnere mich, dass sie so mit uns eine Reise machen wollte, also gedankliche Reise an sechs Standorte, die durchaus in der Zeit, also in der Geschichte sehr, sehr unterschiedlich liegen, über einen Bürgermeister, einen Bonner Bürgermeister, Lohmann oder so ähnlich, dann kam aber auch der Luhmann und dann waren wir bei Cicero und ich weiß nicht, was noch alles und alle führten Argumente ins Feld, dass Podcasting ja eigentlich nicht taugt. So, das war so das Fazit. Sie ist durch die Welt gereist oder durch die Zeit gereist und hat sich von klugen Leuten den Rat geholt, lasst es bleiben, es taugt nicht. So, das war das, was übrig geblieben ist. Als Einstieg oder als zweiter Vortrag bei einer Podcaster-Konferenz, das war irgendwie schon ein bisschen komisch. Ja, es war vor allem vor dem Hintergrund komisch, dass sie ja gesagt hatte vor dem Vortrag, sie hat noch nie einen Podcast gehört. Und das war dann irgendwie schon so ein Kriterium, wo ich mir ja gesagt habe, naja, so eine theoretische Abhandlung mit was, wo ich mich nicht damit beschäftigt habe, schwierig. Ja, aber meinungsstark, das musste man definitiv schon sagen. Ja, ja, klar, man kann das natürlich schon machen, aber man kann ja dann schwer, also man kann natürlich schon drüber diskutieren, aber man kann irgendwie schwer drüber diskutieren, weil alles, was wir vorbringen würden, ist aus unserer Erfahrung. Und das ist auf einer anderen Ebene wie die Theorie, die sie anbringen und da kommen wir einfach nicht zusammen. Genau, wie sagte Lothar so schön, was sich paart, ist eine Art, hier paart sich nichts, das sind zwei verschiedene Arten, die gehen einfach nicht zusammen. So war das einfaches Fazit. Du hast dich aber, bitte, ja? Ja, nee, mach weiter. Ich wollte zum Lars überkommen, weil dir, Lars, ist es nicht so gelungen, das einfach so an dir abperlen zu lassen. Du hast dich von den Worten doch schon ganz schön mitnehmen lassen und dir hat auch erst mal so ein bisschen die Konferenz verhagert. Die haben dir auch am Anfang, ich sag selber schon Konferenz, ja, nennen wir es halt Konferenz, verhagelt am Anfang. Ja, das ist sicher eine Frage der persönlichen Motivation, mit der ich da hinfahre. Es ist nun mal eben nicht ganz billig, nach Wien zu eiern und sich da ein paar Tage lang aufzuhalten. Und ich gehe dann da eben hin, um bestimmte Dinge zu tun oder zu erleben, zu lernen, zu erfahren. Und ja, ich habe das halt so aus unserer Community als doch ein bisschen flauschiger und lauschiger und konstruktiver erlebt. Und was jetzt dort war, war das also, ja, es war ja mal von diesen, ich will jetzt eigentlich keine neuen Gräben ziehen, aber es war eben von diesen drei Gruppen die Rede, dass der akademische Bereich, der Radiobereich und der Podcasting-Bereich und offenbar war es wohl irgendwo aus dem akademischen Bereich wohl irgendwo eine bekannte Geschichte, dass man eben auch Diskussionen durch, ja, mal eine bewusste Provokation oder Gegenüberstellung von Thesen, ja, mal provoziert, herausfordert und ja, mir als jemanden, dem das nicht bekannt war und fremd war und es fühlt sich immer noch fremd an für mich, war das, also ich fühlte mich auf eine gewisse Weise irgendwie angegriffen. Ich kann das nicht anders sagen. Ich komme also zu einer Veranstaltung, wo ich dachte, wir reden über Wispot, wir reden darüber, wie wir unsere Podcasting-Geschichte unters Volk bekommen, wie wir es besser machen können, was wir anders machen können, neue Ideen erarbeiten und so wie das eben, insbesondere da habe ich das Treffen in Stuttgart eben zum Beispiel ganz toll in Erinnerung oder die in Witten auch und was da eben passiert ist, ist, ich komme also zu einer Sache hin, die, ja, schon eine Stange Geld gekostet hat, wo ich dachte, so, jetzt habe ich mich ein Jahr darauf gefreut, dass wir daran weiterarbeiten und muss mir sagen lassen, dass es eigentlich alles scheiße ist, was ich mache. Das ist jetzt sehr, sehr drastisch überspitzt, aber so im Prinzip ist das erstmal, wo ich gedacht habe, was soll das? So, und ich weiß nicht genau, warum man dann mit einer bewussten Provokation anfängt, wo man dann eigentlich sagen kann, vielleicht sollten wir besser Brücken bauen als Gräben ziehen, aber gut, ich habe dann gehört, dass das mit der Organisation eben auch nicht so ganz einfach war aus Gründen, die brauchen wir jetzt nicht hier weiter ausführen, das sind Voraussetzungen, die mir teilweise auch nicht bekannt waren, aber in dem Moment war ich schon ein wenig angefressen. So, dieses Gesamtbild, ich habe also nicht viel mitgenommen von der diesjährigen Veranstaltung und habe das eben sehr bedauert. Wir hatten ja nicht nur die Frau Winnewater dabei, sondern auch noch einen Herrn aus einer Universität, die sich wohl auch mit Kommunikation und Radio oder so beschäftigt. Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Rost oder so ähnlich. Rost? Nee. Rau, Rau, Herr Rau, Professor Rau, Ostfalia Universität, wenn ich mich richtig erinnere. Der hat doch so fünf Thesen aufgestellt, was man so tun soll. Also achten Sie auf Hintergrundgeräusche. Wie war das? Bringen Sie Atmosphäre rein? Machen Sie kein trockenes Gespräch? Also es waren so Do's and Don'ts, die er da so vorgestellt hatte. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, der stand im Geist vor seinen Studierenden. Das war so erst oder zweit Semester, denen er jetzt mal so die Grundprinzipien so beibringen musste. Und bei mir ist das so ein bisschen ins Leere gelaufen, weil ich mir gedacht habe, ja, gut, hätte ich vielleicht auch am Anfang ganz gerne mal gewusst. Aber inzwischen habe ich diese alle Fehler habe ich schon gemacht. Ich habe Interviews geführt mit Pausentaste aktiviert und habe Interviews geführt mit wahnsinnig viel Lärm im Hintergrund. Und ich habe mich beim Schneiden vertan und habe Spuren verwechselt. und ich habe alle Fehler gemacht und daraus gelernt, brauchte ich eigentlich jetzt nicht mehr. Hast du, Stefan, von dem, was der Professor da erzählt hat, irgendwas mitnehmen können? Nicht wirklich, weil das auch eine Stilfrage teilweise ist. Also ich meine, ich mag es nicht, wenn Atmo dabei ist. Ich mag einfach die Stimmen hören. Das reicht. Und so führe ich auch meine Interviews. Aber der Professor hat gesagt, das ist nicht richtig. Was setzt du denn dazu? Ja, das ist ja gerade the beauty of the podcast, dass man eben tun kann, was man will. Und wenn das keinen interessiert, dann hört es halt auch keiner an. Und ja, Ende der Sache. Das ist ja gerade das Schöne an diesem privaten Podcast. Wir machen das, weil es uns Spaß macht und wie wir uns das vorstellen. Und wenn sich das dann noch wer anhört, ist das toll. Wenn aber es halt keiner anhört, dann hat er die Möglichkeit, Feedback zu geben und sagen, hey, das ist jetzt ein technischer Fehler, das gefällt mir nicht und so weiter. Ich habe zum Beispiel auch gestern, muss ich wieder meine Aussage von vorher revidieren, auch von Feedback gekommen, ja, jemand, der kann mir einfach nicht zuhören, weil ich einfach einen Sprachduktus habe, der ihm nicht zusagt. Ja gut, da kann ich jetzt lange Sprachübungen machen, aber das werde ich nicht ändern können. So ist es halt. Und wenn das seine Meinung ist und er sagt, so müsst ihr die Podcast machen, dann ist das okay. Aber wir müssen ja nicht alle die Podcasts so machen, wie er das sagt. Das ist eigentlich, glaube ich, genau das, was ich so ein bisschen vermisst habe. The beauty of the Vielfalt oder wie du es gerade genannt hast. Also dieses celebrate diversity. Also das nimmt alle Möglichkeiten an und wahr und probiert irgendwas aus, ohne dass man jetzt wirklich sagen muss, es ist genau diese Richtung oder das muss so sein oder das darf man, das darf man nicht. Wir sind ja nicht in einer Fernsehshow, wo wir das Format haben, das ist so und das muss bis zum Ende so bleiben und wenn das Format nicht funktioniert, dann wird das abgesetzt und durch ein anderes ersetzt. Also so ist es ja nicht. Nur weil jetzt mal 100 Leute weniger zuhören, setzen wir uns ja nicht ab. Nö, also wenn es die richtigen, wenn dann die richtigen übrig bleiben, also das ist ja eigentlich so die Grundidee, ich brauche gar nicht viele Zuhörer, ich muss halt nur die richtigen haben. Also die, die mit mir diesen Weg gehen wollen, die sich ein langes Format anhören wollen oder halbe Sätze akzeptieren, weil ich irgendwie anfange und nicht weiß, wie ich den Satz zu Ende kriege oder so und wer das ertragen kann und dann trotzdem einen Gewinn daraus ziehen kann, der ist mir herzlich willkommen und alle anderen schicke ich gerne auch weiter. Das war aber das war nicht so, das stand nicht so irgendwie im Vordergrund, außer vielleicht durch den Britlers Vortrag, aber da habe ich ehrlich gesagt auch nicht so viel Neues mitgenommen, weil das einfach der Standard war. Auch am Sonntag waren das auch vor allem immer wieder Wiederholungen der Sachen, die wir Podcasts ja eh beherzigen, tun, wissen. Also ja, da bin ich dann ja auf auf der Seite vom Lars, dass ich dann sage, ja, die Barcamps haben mir mehr gebracht als die Vorträge. Was für einen Barcamp hast du besucht? Was hast du da für Themen mitgebracht? Eins oder zwei, also du musst ja jetzt nicht alles aufzählen. Ich war bei dem Feedback-Geworth vom Stefan, das fand ich sehr interessant, wie man Feedback in Podcasts einbauen kann, wie man dann Rückkanal einbauen kann, um auch Sprachfeedback zu integrieren. Da bin ich dann rausgegangen und habe gedacht, da wären wir jetzt eine Stunde lang rumgeredet und es kam irgendwie nichts dabei rum. Aber der Stefan hat dann am Ende gemeint, das war der Eindruck, den du hattest. Ich habe jetzt hier 50 Punkte aufgeschrieben, die ich ja quasi in meinen aufnehmen kann, um das dann zu proklamieren und zu sagen, so muss es werden. Das fand ich sehr cool, dass unsere Auffassung davon so unterschiedlich war. Ja, das fand ich ziemlich cool. Ich habe da irgendeine Zusammenfassung auch gesehen, die Stefan gemacht hat. Das waren wirklich viele, viele Punkte. die er aufgelistet hatte. Weiß gar nicht mehr, wo das, und das soll jetzt in dieses Panoptikum einfließen oder was? Wo soll das einfließen? Lars, weißt du das? Wo es jetzt genau einfließt, weiß ich nicht, aber ich habe den Link mal in den Chat geschmissen und schreibe den gleich eben mit dir für die Shownotes dazu. Das ist das Feedbackiverse. Das ist im Blog von Panoptikum.io veröffentlicht worden am 3. Oktober. Stefan hat gemeint, er will es jetzt veröffentlichen, um mal das gemacht zu haben, um definiert zu haben, das müsste es haben und wer es dann machen will, der kann es machen. Ihr habt euch damit näher schon beschäftigt. Könnt ihr das vielleicht ein bisschen skizzieren? Also wer da jetzt noch nie von gehört hat, Feedbackiverse ist ja erstmal ein wunderschönes Wort, aber was verbirgt sich da genau dahinter? Ist das eine technische Definition oder ist das eine Art, wie wir sprechen, also so eine Art Netiquette oder was soll das genau sein? Lars? Ja, ich könnte eben, Stefan hat das sehr schön ausformuliert in seinem Blogbeitrag und ich würde vorschlagen, dass ich mal eben zwei Absätze vorlese davon. Gerne, ja. Hintergrund ist meine Unzufriedenheit mit dem Zustand des Feedbackprozesses für Podcasts. HörerInnen müssen immer, um Feedback zu geben, einen Medienbruch aus dem Podcatcher machen. Beim Hören mit einem Webplayer ist spätestens mit dem Absenden des Feedbacks der Hörvorgang unterbrochen. Auch die anderen in der deutschsprachigen Podcastszene üblichen Feedbackkanäle, E-Mail, Twitter, erzwingen den Medienbruch vom Ton zum Text. Der Aufwand, eine eigene Telefonleitung für Feedback schalten zu lassen, ist unverhältnismäßig hoch und für Hobbypodcasts kaum zu stemmen. Er sorgt nur für eine weitere Fragmentierung der Feedbackkanäle. Ich sehe im Protokoll ActivityPub eine Chance, alle Anforderungen, die an das Kommentieren gestellt werden, erfüllen zu können, da dieses Protokoll ähnlich RSS erweiterbar ist. Dazu muss allerdings ein Standard geschaffen werden. Als erster Schritt für den Prozess zu solch einem Standard sollte die Feedback-Session dienen, die möglichst viele Anforderungen, also Spezifikationen benennen sollte. So und da sind wir dann bei der Session, die dann bei der Ganzort stattgefunden hat. Und dann folgt diese lange Liste, die er notiert hat, mit möglichen Anforderungen an Feedback beziehungsweise ActivityPub, um zu schauen, ob man das da irgendwo hineinbekommt. Und jetzt mal ganz doof gefragt, wenn ich jetzt Hörer bin von irgendwas und was weiß ich, der Stefan erzählt mir da irgendwas zu einer biochemischen Anlage und dann sage ich, ah, das habe ich aber nicht begriffen oder toll und ich will ihm das mitteilen, welches Medium verwende ich dann? Dann kannst du in deinen Podcatcher reinquatschen sozusagen, so ist das meine Verständnis. Du kannst in Audioform oder in Textform Feedback geben. In das Ding hinein, wo ich den Podcast auch gehöre. Ah, okay. Das ist eine der Möglichkeiten. Dass du quasi eine Inbox hast, wo dann das ganze Feedback aufläuft und du kannst es dann anhören, verwenden, wie du dann willst. Ja. Ah. Solche Versuche, das Feedback quasi mit dem Medium einzufangen, wo eben Podcasts auch ausgespielt werden, die hat es ja in der Vergangenheit auch schon das eine oder andere Mal gegeben. Er hat da jetzt offenbar eine neue Basis, eine neue Plattform irgendwie ins Auge genommen. Ja, und diese Spezifikationen, das sind ganz, ganz viele Geschichten, also zum Beispiel, dass man eben über dieses Protokoll einen Podcast liken kann, eine Episode liken kann, öffentliche Kommentare liken kann, dass man Kommentare vielleicht abonnieren kann pro Podcast und pro Episode. wurde, also das sind jetzt alles einzelne Punkte, die er dort notiert hatte, die in diesem Blogbeitrag alle aufgelistet sind und das sind noch etliche Punkte mehr und zum Beispiel, dass eben bei dieser Technik dann auch eine, zum Beispiel die Länge eines Kommentars begrenzt werden kann, dass man vielleicht eben auch HörerInnen blocken kann, die das vielleicht irgendwie missbrauchen, dass man vielleicht eine Kommentar Freischalt und Moderationsfunktion hat und all diese Dinge sind da schon mal so ein bisschen skizziert, aber das natürlich zu einem großen Ganzen zu bauen, das ist natürlich schon ein Schritt. Okay, das kann ich mir vorstellen, spannende Idee. Was waren denn da so diese, die, sagen wir mal, unterschiedlichen Auffassungen, Stefan, kannst du dich noch erinnern? Naja, der Stefan hat ins Spiel gebracht, dass da quasi jeder einen Account haben sollte, dann den er auch selbst hostet und da haben sie dann so die Geister ein bisschen geschieden, weil ich mir denke, wie soll ich denn, wo soll ich denn das hosten? Und er hat so gemeint, ja, beim E-Mail ist es ja auch so, dass du dann bei Gmx oder irgendwo dir einen Account machst und dann hostest du ja deine E-Mails da und so sollte das dann halt auch in diesem Feedback-Universum dann sein, ob es dann ein Wegwerf-Account wird, dass du quasi immer, wenn du ein Feedback abgeben willst, dir einen neuen Account klickst oder der automatisch erstellt wird und so, das ist natürlich eine technische Frage oder eine Umsetzungsfrage am Ende, aber er war dann halt auch sehr der Meinung, dass man die dann halt auch in der eigenen Gewalt noch haben sollte, lizenzrechtlich und so weiter und dann war halt die andere Frage, wie wird denn das umgesetzt, kann man dann quasi sagen, ja jetzt ist hier Zeitstempel zwei Minuten 45, hier gebe ich das Feedback ab, wie kann ich darauf reagieren, kann ich das dann wieder abspielen in der neuen Episode und hat das so Sachen, die sich dann ja zwangsläufig stellen, die Fragen. Da macht er ein richtig großes Fass auf. Ja natürlich, das ist ein Riesenfass. klingt schon, aber ich habe eben die Meinung, man musste jetzt mal das raus proklamieren, so soll es sein und da kann man sich dann daran abarbeiten. Klingt ja nicht unlogisch sozusagen, dass man einfach mal irgendwas, so einen Pfahl in den Boden rammt und dann sagt, so jetzt haben wir erstmal einen festen Grund irgendwie und da kann man sich ja dann abarbeiten und wenn es gar nichts taucht, reißt man das Ding wieder aus dem Boden raus, möglich wäre das ja. Das ist echt interessant, also so Leute, die sich mit diesen Datenbanksystemen, also hier Christian Bettnerweg mit Füth oder Stefan Hasslinger mit Panoptikum, die sich mit diesen Strukturen so mehr oder wenig auseinandersetzen, dass die dann, also ich denke, das kommt aus dieser Idee, die Stefan da so mit sich trägt, also wie kann ich was strukturieren, wie kann ich was automatisieren, wie kann ich Kanäle bauen und so weiter, dass das nochmal so ein ganz anderer technischer Blick auf diese Welt ist, als ich zum Beispiel aus meiner Hörer- und auch Macherperspektive habe, also ich würde immer sagen, ja Kommentare, es gibt ein Kommentarfeld oder ruf mich an auf der Erntemaschine oder schick mir eine E-Mail, kommt schon irgendwie an und wird in seiner Vielfalt auch irgendwie bearbeitbar bleiben, weil es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ist, ich käme gar nicht auf die Idee, das auf diese Art zu strukturieren, aber warum nicht? Die Maschinen bieten es ja an, solche Protokolle zu bauen, Superspannend. Was sagst du dazu, Lars? Könntest du dir vorstellen, mit sowas irgendwie umzugehen? Ich habe so den, ja wie sagt man so schön, den Schmerz nicht. Ich höre die Episode meist zu Ende, also wenn ich kommentiere, meist höre ich eine Episode eben zu Ende, mache mir zwischendurch ein paar Stichworte, weil vielleicht kommt in der Episode ja noch mehr, zu dem ich etwas schreiben möchte, das ist bei MinCorrect zum Beispiel ein, zwei, drei Mal vorgekommen, dass ich dann eben mehrere Sachen aus einer Episode kommentieren wollte und ich wollte eben nicht drei Kommentare dafür schreiben, das habe ich mal irgendwie gehabt, ach, da kam mir jetzt noch was, ich wollte irgendwas ergänzen und die Ergänzung kam dann doch noch hinterher in der Episode, ich weiß gar nicht mehr genau wie das war und drum habe ich mir dann irgendwann angewöhnt, bevor ich kommentiere, höre ich die Episode erst zu Ende, das heißt, diese unmittelbare Reaktion, die brauche ich nicht und ich bin an der Stelle eigentlich mit dem Text recht zufrieden, dass ich eben das niederschreiben kann, einmal eben durchformulieren kann, also ich selber bräuchte jetzt nicht unbedingt eine Audio-Kommentar-Funktion, auch wenn ich es so zum Einspielen natürlich sehr schön finde, aber so, ich habe nicht das Gefühl, dass mir da jetzt wirklich was fehlt, wenn ein Podcast das nicht anbietet. Ja, verstehe. Ich überlege gerade meine Benutzererlebnisse so bei Twitter oder so, es gibt so, manchmal so Posts, so Tweets, da juckt es mich irgendwie zu reagieren, also es ist irgendwie schön oder irgendwas hat sich bei mir, hat es bei mir getriggert, aber es reicht nicht, um da jetzt was zu schreiben oder so, das reicht dann nicht, aber dann mache ich halt dieses Herzchen oder Sternchen oder was auch immer, also das ist dann so diese, dieses, wie soll man sagen, Kommentarleid oder so, Version, vielleicht kann man da noch so ein bisschen was rauskitzeln, also das ist vielleicht so ein bisschen auch die Idee, die Stefan Hasslinger damit verbindet. Ja und da ist ja den Ausspruch, den spürt ich Schmerz nicht, den kann ich sehr gut nachvollziehen, also ich hätte den jetzt auch im Moment nicht, aber Ja gut, ich meine, es gibt ja natürlich irgendwann die Möglichkeit, also angenommen, das wäre jetzt da und ich habe mir jetzt irgendwie Gedanken gemacht, habe meine Notizen, also ich habe dann manchmal eben eine Textdatei offen, weil ich nun mal oft im Zug oder so Podcasts höre, ansonsten versuche ich mir einfach anhand der Shownotes noch eben zu erinnern, was war es denn jetzt, entweder habe ich jetzt gerade Zeit, das Telefon in die Hand zu nehmen und irgendwas zu markieren oder mir die Stelle zu merken oder eben nicht, ob ich dann, wenn ich die Funktion jetzt ganz unkompliziert hätte, sie nutzen würde, das kann ich jetzt natürlich gar nicht sagen, vielleicht wäre das auch ganz witzig, also aber im Prinzip steht ja auch im Blogbeitrag drin, als Feedback-Medium steht auch Text zur Verfügung und den Gedanken, das alles mal zu zentralisieren, dass alle Kanäle zentral auflaufen, jetzt habe ich irgendwie Quatsch erzählt, dass alle Kommentare zentral auflaufen, alles an Feedback zentral an eine Stelle auflaufen, dass man nicht irgendwie alles einzeln durchchecken muss, das finde ich natürlich, kann ich mir sehr praktisch vorstellen, insbesondere wenn das jetzt ein größeres Angebot ist, wo wirklich auch viel zurückkommt, also bin korrekt mit zig Kommentaren, ich kriege ja kaum welche, dafür ist mein Projekt zu klein, ja, deswegen, also ich kann mir denken, dass es anderswo einen anderen Bedarf gibt. Ich sehe gerade im Chat, der Sascha hat geschrieben, das Problem ist zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, gehen viele Feedback-Gedanken verloren, das heißt, was du gerade skizziert hast, ich höre mir die Episode erst zu Ende an und gebe dann sozusagen einen Gesamtrückblick, das setzt voraus, dass man sich das auch alles merken kann und wenn man nicht so ein Gehirn hat, wie du, Lars, dann geht das vielleicht auch. ich sagte ja gerade, ich gucke noch mal in die Shownotes und versuche mich zu erinnern, um was es ging, also das Problem habe ich natürlich. Bei mir auch, wenn du einen zwei Stunden Long Run hast und dann hörst du eventuell drei Podcasts dabei, wenn du dann dich noch an die Fragen vom Ersten zu erinnern, ist schwierig. Aber wenn du das gerade ansprichst beim Laufen, hast du denn das Gerät in der Hand oder hast du das irgendwie in so einer Manschette am Arm oder so, da kämpfst du doch auch gar nicht dran. Ich habe so einen total spießigen Bauchbeutel. Und dann könntest du das während des Laufens rausfummeln und dann irgendwie Ja, ich mache das manchmal, wenn ich dann einen Podcast habe, der mir jetzt gerade nicht zusagt, dann versuche ich da den umzuschalten. Das geht ja. Also das ist so ein Stretchgürtel, der dann um den Bauch anliegt und das wackelt auch gar nicht. Also das ist echt sehr angenehm. Aber da kann man es auch rausfummeln. Ja, das geht schon. Okay, also dieses direkte Feedback, wenn es nur ein Plus- oder Minusknopf wäre oder ein Daumen hoch und ein Daumen runter oder so auf die Sekunde genau, das würdest du schon schaffen. Das würde gehen. Nee, das würde ich nicht schaffen. Aha. Ich würde mich, glaube ich, auch, also in der Situation würde ich mir dann auch vielleicht, also wenn es wirklich ein wichtiges Feedback ist, dann gehe ich danach auf Twitter und versuche mir das zu merken. Und wenn, dann muss ich es halt nochmal nachhören, wenn das Feedback wirklich so wichtig ist. Später, dann gehe ich halt nochmal zurück und sende das dann nachher nochmal ab. Ich habe da gerade noch irgendwie so eine Musikplattform vor Augen. Ich weiß gar nicht, war das Soundcloud? Da konnte man im Prinzip einzelne Stellen in der Musik ja markieren und irgendwie, ich glaube, sogar kommentieren, wo dann dran steht, hier hammerharter Break oder was weiß ich, was dann in der Musik kommentiert war. Da stelle ich im Moment irgendwie dann doch wieder recht witzig vor, wenn also zum Beispiel ein populäres Angebot an der Stelle du dann sehen kannst, dass an der Stelle 400 Leute an der gleichen Stelle sagen, hier habe ich mich weggeschmissen vor Lachen oder so. Das stelle ich mir wiederum irgendwie recht witzig vor. Was man davon hat, weiß ich nicht, aber witzig fände ich es. Ja, das müsste man dann halt auch aus den ganzen Podcast-Clients dann irgendwie irgendwo sammeln. Das ist dann wieder. Ja, und dafür ist dieses Protokoll ja dann da. Ja. Also, dass man das implementieren würde auf eine einheitliche Basis stellt. Ja. Hatte denn die Janett mit der Podcast nicht auch mal irgendwie sowas gesagt in der Richtung irgendwas, das ist ja ganz dunkel in meiner Erinnerung. In der Richtung habe ich auch was, ja, aber ich kriege es doch jetzt gerade nicht zusammen. Da gab es nämlich irgendwann mal eine Basis, vielleicht war das sogar Soundcloud und die haben dann glaube ich die API zugemacht. Also, was sie da ursprünglich nutzen wollte, das ging dann nämlich nicht mehr und dafür hätte sie erst ein riesiges Backend aufbauen müssen und das war ja dann zu viel. Also, irgendwas war da. Vielleicht. Ja, ich habe den kleinen nicht benutzt, da weiß ich, kann ich nichts beisteuern. Na gut, ist ja, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ich hatte das nur gerade irgendwie in meinem Hirn, zwuchte das gerade. Na gut, wollen wir es jetzt auch nicht vertiefen, es geht ja jetzt auch nicht um dieses eine Projekt hier speziell, sondern wir wollten eigentlich mal so ein bisschen über, ganz auch nochmal sprechen, über das Ereignis in Wien, also was durchaus mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden ist. Hast du denn irgendetwas mitgenommen, Stefan, von Wien, wo du gesagt hast, okay, dafür hat sich die Reise gelohnt. Ich habe hier einen neuen Aspekt. Es war, gut, es war sicherlich ganz witzig, mit den drei Schweinehunden mal Auge in Auge zusammen zu sitzen, was sonst eher nur remote geht. Aber über dieses Socializing hinaus noch irgendwie für den Podcast ein Aspekt, den du mitgenommen hast, der denn neu war? Ja, ich war in einer Interview-Session noch im Barcamp, wo wir halt über die Sache diskutiert haben, wie man Interviews führt, ob man nicht, wenn man sich von einem Experten was erklären lässt, ob man nicht dann, woher weiß ich denn, ob das, was der erzählt, valide ist oder ob es nicht irgendwie gefärbt oder eine Meinung ist oder ob das die Fakten wirklich wahr sind, müsste man dann noch das irgendwie gegenchecken, müsste man dann noch eine zweite Meinung einholen von jemandem anderes. Das fand ich ganz interessant, eben im Licht dieses Interview-Podcast, wie ich den angehe, ob ich mich da richtig verhalte, weil es ja auch schon irgendwie ein journalistisches Werk dann am Ende ist, ob man da nicht kritischer rangeht oder ob man sich einfach nur von demjenigen dann seine persönliche Geschichte erzählen lässt und dann sagt er, gut, das ist seine Geschichte, ich mache das klar, das ist nur seine Geschichte und ob das, was er stimmt dann, er sagt dann auch immer hundertprozentig stimmt, ist dann halt sein Problem und nicht meins. Das würdest du so als Fazit mitnehmen? Also du musst dich als Wohl... Nein, das war die Diskussion oder... Das war die Diskussion, okay. Ja, und ich habe mir dann halt auch viel Gedanken gemacht, muss ich dann an meinem Interview-Stil was ändern oder... Ja, und bin dann genau zu diesem Schluss gekommen eben, dass ich ja eigentlich die Geschichte der Leute erzähle, die Daten, die sie generiert haben, die kann man alle nachlesen, die sind alle publiziert, von dem her bin ich da eigentlich fein raus. Ja, über diesen Wahrheitsanspruch, da wurde ja auch so, wenn nicht direkt dann doch so ein bisschen unterschwellig diskutiert, also wer kann... Wer hat sozusagen die Kompetenz, die Wahrheit auszusprechen und... Ja, genau. Mich hat das ja ohnehin schon irritiert, weil für mich, es gibt es nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt durchaus mehrere. Es gibt ja diesen etwas populären Spruch, es gibt irgendwie drei oder vier Wahrheiten, also wenn wir beide was gemeinsam erlebt haben, dann gibt es meine Wahrheit, deine Wahrheit, die Wahrheit von den Leuten mit den anderen Leuten, die dabei waren und das, was wirklich passiert ist oder so. Also, ähm... Ja, das ist aber dann eine Erfahrung und vielleicht keine Wahrheit. Ja. Ja, das ist Haarspalterei, aber ja, ich weiß, was du meinst. Nee, ja, nee, also klar, ich meine, man braucht ja jetzt nur an jemanden zu geraten, der hier diese Flacherde-Theorie hat verkauft. Also wir würden es ihm unterhalten und im Podcast wird proklamiert, die Erde ist eine Scheibe. So, das ist jetzt ein relativ offensichtlicher Fall, aber je nachdem, wenn dir einer was in die Bereichen erzählt, wo du nicht so unmittelbar eine Gegenthese hast, dann ist das vielleicht nicht so einfach zu erkennen und ich habe aber, also ich als Host hätte jetzt auch nicht unbedingt den Wahrheitsanspruch, sondern ich, wie du schon gerade gesagt hast, ich erzähle dir die Geschichte des Gesprächspartners und solange sie mir halbwegs plausibel vorkommt, habe ich keinen Grund zu sagen, nee, der darf jetzt sich hier nicht äußern. Wenn der jetzt aber, was weiß ich, zu rassistischen Äußerungen neigt oder vielleicht zum Bürgerkrieg aufruft oder was, dann würde ich schon sagen, nee, das, du kannst jetzt nicht hier irgendwelche Bevölkerungsgruppen pauschal für irgendwelche Taten verantwortlich machen, sondern, also, da würde ich schon durchaus auch eingreifen, aber mit meiner Brille und das ist ja eben auch, weil es quasi, weil ich der Host bin, mein Angebot, das hat Markus Völter auch mal so schön gesagt, ich bin der Chef, hier passiert, was ich sage oder das hat Tim Britloff auch mal so gesagt, in mehr oder weniger humoristischer Form, aber letztendlich ist es schon so, also es ist durch uns und von uns gefärbt, was wir machen und da kann auch mal ein Fehlgriff drin sein, klar, also ich muss aber jetzt nicht irgendeine übergeordnete Wahrheitsbehörde haben, die meinen Inhalt erstmal kontrolliert, also das würde ich mir auch irgendwie, wie soll ich sagen, verbieten wollen, dafür ist ja genau das, diese Amateurhafte und anspruchsreduzierte Form, freie Form, spielerische Form ist ja möglich, erlaubt es mir. Also das, ja, also, ja, da stecken ein paar ziemlich vernünftige Gedanken drin, andererseits, also zumindest in Wien hatte ich so das Gefühl, das war schon so ein bisschen der Streit um Kaisersbad oder so und hatte dann eine Dimension angenommen, wo ich dann auch wirklich nicht mehr so wirklich folgen mochte auch, da halte ich es dann auch eher mit dir und dem Bernd Robb, der dann eben auch sagt, ja dann lass es einfach mit vorbeigehen, genau, was interessiert mich das. Würdest du denn zu einer nächsten Veranstaltung Ganzohr wieder hingehen oder hast du es jetzt mit dreimal Teilnehmen genug? Nein, 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 also die Ganzohr ist auf jeden Fall meine Go-To-Conference, würde ich sagen, aber ich habe mir überlegt, ob ich, das Problem ist halt immer die zeitliche Nähe der Subscribe zur Ganzohr und jetzt muss ich mal gucken, ob ich nicht vielleicht mal auch mal zur Subscribe gehen will und ob ich dann noch zur Ganzohr gehe, das, keine Ahnung, muss ich jetzt mal schauen, wie sich das, also ich würde auf jeden Fall, wenn es eine nächste Ganzohr gibt, bin ich auf jeden Fall count me in, sozusagen. Okay, ist das schon mal gut. Ein schönes Schlusswort. Was ist vielleicht? Vielleicht ist es dann auch mal nicht in Österreich, dann wird der Anreiseweg zwar für mich weiter, aber dann ist es, weil die letzten beiden Male waren jetzt in Österreich. Genau. Das ist mal wieder woanders. Ja, Stuttgart war schon gar nicht schlecht für dich, ne? so. Ja, das war auch, also Regensburg ist einfach verkehrstechnisch ziemlich schlecht. Okay, da können wir es ja auch in Kiel machen, dann ist es auch egal. Ja, ja, eigentlich schon. Ja, Wien war jetzt eigentlich das Beste, weil ich konnte mich in die C-Sätze und umsteigelos hinfahren, das war ziemlich praktisch. Ah, das ist komfortabel, ja, das ist gut. Ja. Gut, es ist eine Go-To-Konferenz, das ist ein schönes, schönes Fazit sozusagen, zu mitnehmen. Ich wäre jetzt für den Moment auch durch mit der Gartenbank, es sei aber die Frage an dich gestellt, ob du vielleicht noch irgendwie von dir aus einen Aspekt hast, den du jetzt, wo du die Situation der Hörenden hier nutzen möchtest, um vielleicht noch das eine oder andere aus deiner Werkstatt zu erzählen. Ich bin geplättet, nein. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Okay, war ja auch eine Menge, ansonsten kommst du einfach nochmal wieder, es ist ja nicht so, als wenn die Gartenbank dann zu- und abgeschlossen wäre. Die Idee, dass du in den Sendegarten kommst, die hast du ja selber geboren und zwar in einem Taxi in Wien. Ich habe dir einfach die Waffe auf die Brust gesetzt und habe gesagt, jetzt... Was muss man eigentlich tun, um in den Sendegarten eingeladen zu werden? Nix. Wann hast du Zeit? Zack, bumm, bist du da. So einfach. Ich saß auf dem Beifahrersitz im Taxi und von hinten kam so eine Schelle, so patsch. Ich habe mir das heute nochmal so durch den Kopf gehen lassen, dass wir wirklich zu dritt hinten auf dieser Bank gesessen haben. Das geht auch wirklich nur, weil du ein Sportler vor dem Herrn bist und deswegen die Hälfte vom Platz, den ich noch über... Also ich brauche die anderthalb Plätze und du brauchst nur ein Halb und von daher ging das dann. Sonst hätte das gar nicht funktioniert. Ja, ich wurde bewusst nach vorne quartiert. Aber wir haben es geschafft. Zweimal sind wir glaube ich zu fünft mit dem Fahrer zusammen. Zu viert. Zu viert, ja. Super, das war witzig. Ja, war eine witzige Situation. Ja, überhaupt, genau. Naja, war schon... Also hatte auch seine schönen Momente, ganz klar. Ja, war... Und Wien mal gesehen zu haben, war ja auch... Ja, vor allem aus einer anderen Perspektive, war halt nicht diese... Ich bin jetzt hier als Tourist, sondern ich mache hier wirklich... Also, ich mache hier was und sehe... Also die Dachterrasse war ja episch. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Da oben über den Dachen. Hoch über den Dächern von Wien mit dem Stephansdom in unmittelbarer Sichtweite und hinter... Hinter im Hintergrund. Also, im Rücken die Jesuitenkirche und vorne dann so drei Häuserblocks weiter den Stephansdom. Das war schon nicht schlecht. Also, das wollen wir schon sagen. Sehr gut... Geht schlechter, ja. Ja, geht schlechter. Geht schlechter. Gut, Stefan. Noch ein ganz herzliches... Ach, eine Frage Eine Frage habe ich noch, genau. Und zwar habe ich mich gefragt, warum du dich John Dillinger nennst und nicht Stefan Dillinger in deinem Twitter-Account. Und dann habe ich mal geguckt, wer denn John Dillinger eigentlich ist. Mag sein, es gibt verschiedene. Aber einen habe ich gefunden. Das war ein US-amerikanischer Gangster, der sich mit seiner Bande auf Bankraub spezialisierte. Der hat gelebt von 1903 bis 1934. Das FBI setzte auf ihn ein Kopfgeld von 10.000 US-Dollar aus und erklärte ihn als erste Person überhaupt zum Staatsfeind Nummer 1. Dillinger wurde am 22. Juli 1934 beim Verlassen eines Kinos von mehreren FBI-Agenten erschossen, nachdem er von seiner Bekannten Anna, der Frau in Rot, verraten worden war, schreibt die Wikipedia. Ist das der John Dillinger, nachdem du deinen Twitter-Account benannt hast? Yes. Nein. Deshalb gehe ich auch bis heute nicht... Nummer 1. Deshalb gehe ich auch bis heute nicht gerne ins Kino. Nee, Spaß beiseite. Wir waren früher, also als ich noch Teenager war, mit meinen Eltern viel in Amerika im Urlaub. Und dann trifft man ja immer irgendwelche Amerikaner. Also ich weiß nicht, immer wenn man in Amerika ist, da kommt man irgendwie immer mit denen ins Gespräch. Das ist unausweichlich. Also das war irgendwie immer so, dass wir mindestens einmal im Urlaub mit einem Amerikaner ins Gespräch gekommen sind. Da gibt es ja zu viele, ne? Ja, ja, klar. Aber ich meine, in Deutschland würdest du jetzt, also passiert mir das nicht so oft, naja, egal. Auf jeden Fall haben die uns immer, wenn wir, wie heißt die denn, wo kommt die denn her, bla bla bla. Und dann immer, wenn wir unsere Nachnamen gesagt haben, wurden wir halt auf den angesprochen. Und wenn man dann eben ins Internet kommt, dann muss man sich irgendeinen Nickname überlegen. Und ja, da bin ich halt jetzt auf dem hängen geblieben. Das erklärt es ja super. Der amerikanische Gangsterboss, Staatsfeind Nummer 1. Okay, wie war das mit der roten, wie hieß die Frau? Die rote Sarah? Anna. Nee, die Frau in rot, die Anna, die rote Anna. Okay. Keine rote Anna in deinem Gegend, hast du dich vielleicht als FBI verrät. Meine Frau heißt auch nicht Anna. Gut, dann ist das safe. Das letzte Mal, als wir im Kino waren, war alles safe. Ja, okay. So, jetzt danke ich aber nochmal für deinen Besuch hier auf der Gartenbank. Wir machen jetzt weiter mit der Sendung. Andere Themen und ein bisschen Blütenschätze und so weiter. Du bist ja Hörer des Angebotes, das heißt, du weißt, der Gast bleibt, wenn er Zeit hat, gerne einfach da und gibt noch seinen Kommentar dazu, wo immer das passt. Aber wir nehmen halt den Fokus von dir weg. Mehr ist er halt nicht. Okay, dann kommen wir ins Querbeet, wenn ich den Knopf hier finde. Da ist er. So, Querbeet ist der Ort für alle möglichen Themen des Podcast-Landes und gerade schon auch angesprochen, Omega Tau, vor allem das Omega Tau-Jubiläum mit zehn Jahren. Omega Tau hatte der Stefan auch gerade schon ganz kurz erwähnt, hat stattgefunden in, wo waren die jetzt? In Frankfurt, ne? Genau. Ja, genau. Frankfurt am Main. Du bist da gewesen zu diesem Ereignis, Lars. Erzähl uns doch von der Feierstunde Omega Tau zehn Jahre. Ja, ich hatte das gesehen und dachte, das könnte was sein. Hab das dann allerdings eine Weile verschleppt, bis dann Markus da selber, glaube ich, noch mal drauf hingewiesen hatte und dann habe ich ziemlich spontan gesagt, ja, das gucke ich mir mal an und bin hingefahren am Freitag. Das fügte sich ganz gut, dass ich dann noch eine Veranstaltung in der Nähe besucht habe und am Samstag späten Nachmittag bin ich dann zu diesem Bistro und da hatten wir einen richtig feinen, tollen Abend mit richtig toller Stimmung. Das hat richtig viel Spaß gemacht und ich hatte, ja, wir haben dann Sonntagmorgen noch gefrühstückt und ja, im Prinzip, wir hatten uns mehr oder weniger von einem guten Teil der Leute schon verabschiedet. da habe ich dann draußen mit den Koffern neben uns mit Nora und Markus noch mal kurz gesprochen und habe das aufgenommen und vielleicht können wir uns das mal immer anhören. 21. Oktober 2018, der Tag danach. Wonach? Gestern war Omega Tau zehnjähriges Jubiläum. OT10. OT10, genau. Das war die Stimme von Markus und der Markus erzählt mal, was war denn da los? Viel. Wir haben unseren zehnjährigen Geburtstag gefeiert in Frankfurt, Sankenberg Bistro, hatten ein paar Vorträge, unter anderem von Paolo Ferri, ESA, ESOK. Ja, und geredet, gegessen, getrunken, gegessen mit ein bisschen Hindernissen. Coole Sache. Ich gehe zwar davon aus, dass jeder unsere Hörerinnen und Hörer Omega Tau kennt, aber für die, falls es welche gibt, die es nicht kennen, was ist Omega Tau? Omega Tau ist ein Interview- und Reportage-Podcast zu Themen aus Naturwissenschaft und Technik, manchmal auch andere Themen, die uns interessieren. Wir machen Interviews mit Experten zu den Gebieten, die uns interessieren oder uns über den Weg laufen. Das Ganze macht ihr jetzt zehn Jahre. Wie hat es angefangen? Angefangen hat es, dass wir beide damals noch zusammen waren und zum einen eine gemeinsame Beschäftigung gesucht haben, so ein gemeinsames Ding, und zum anderen um die Zeit rum hat ein gewisser Mensch namens Steve Tupper, ein amerikanischer Podcaster, einen Mitflug bei den Thunderbirds, also amerikanische Air Force Kunstflugstaffel, quasi gewonnen als Podcaster und da dachte ich, cool, will ich auch. Ich mache jetzt auch so einen Podcast mit unter anderem Fliegereithemen und das mache ich so lange, bis ich da auch mitfliege. Das hat ja dann erstaunlich gut geklappt. Ich meine, ihr habt ja doch inzwischen einiges gesehen. Aber ich bin nicht mitgeflogen. Aber ja, das stimmt schon. Also ich meine, es öffnet Türen und das weißt du ja mindestens genauso gut wie ich, deshalb macht man den ganzen Scheiß ja, ne? Auch. Ich meine, es macht auch so Spaß, aber ja, es öffnet Türen. Jetzt habt ihr die Idee gehabt, ihr feiert das Zehnjährige. Wie habt ihr euch das überlegt? Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Wir haben gedacht, ach, wir wollen mal was machen. Wir haben ja schon das ein oder andere Hörertreffen gemacht und haben gedacht, zum Zehnjährigen können wir das auch so ein bisschen ausweiten. Und wenn man es ausweitet, dann möchte man vielleicht auch so ein bisschen mehr Programm anbieten. Ja, und so ist das zustande gekommen. Was da auch dazu kam, wir haben ja im Mai in Hamburg das Omega Tau Live zum Thema Ozeane gemacht, also quasi eine Episode vor Publikum. Und das hat, wenn man ehrlich ist, nicht so richtig gut funktioniert. Also weil es halt für das Publikum vor Ort nicht viel Mehrwert bringt. Das ist im Grunde halt, du kannst nebenher nichts tun, das ist dann, brauchst einen höheren Entertainment-Charakter, der passt aber nicht zu unseren Interviews. Und dann war so die Überlegung, was wären denn sinnvolle Live-Formate für Omega Tau? Und Interviews sind es eigentlich nicht. Und inzwischen haben wir mehrmals ein bisschen so einen Vortrag gehalten über Podcasting allgemein. Und dann war eben die Überlegung, wenn wir jetzt eh schon zehn Jahre feiern, dann versuchen wir das mal anders aufzuziehen. Und zwar mit reinem Fokus auf die Live-Audience. Wir haben auch nicht aufgenommen. Und dadurch ist es auch mit so ein bisschen motiviert worden. Ja, und ihr habt schon gesagt, Paolo Ferri war hier vom ESOG, konnte noch ganz frische Informationen mitbringen vom Staat, vom BP Colombo. Was habt ihr sonst noch gehabt? Es gab Lightning-Talks, unter anderem von dir. Achso, das darf ich nicht sagen. Nee, von, also fast ausschließlich von ehemaligen Interviewgästen. Ja, und wir haben selber noch ein bisschen auf die zehn Jahre zurückgeblickt. Ja. Genau, so ein paar Meilensteine anhand von Episoden. Was war gut, was schlecht gelaufen. Und was für mich aber so eigentlich das Wichtigste war, war einfach ganz viele Hörer zu treffen. Und auch, was ich ganz, also noch intensiver wahrgenommen habe, als jetzt bei anderen Hörertreffen, war, dass die Leute halt unheimlich gut auch mit uns und miteinander sich unterhalten können, weil man eben diese gemeinsame Basis hat oder vielleicht so ein bisschen die gleiche Denke mitbringt und halt schon vielleicht viele Episoden irgendwie quasi gemeinsam gehört hat. Das fand ich echt großartig. Ich war ja als Stinknummer als Gast da und fand es einen sehr geselligen und unterhaltsamen, sehr spaßigen Abend mit einer wirklich tollen Stimmung bei den Vorträgen und so. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Wieso habt ihr euch für Frankfurt entschieden? Wegen der bahntechnisch gut erreichbaren Infrastruktur und dem Flughafen. Stuttgart liegt halt an einem Ende der Republik und Frankfurt liegt verkehrstechnisch mehr in der Mitte. Und wir hatten hier eben schon den Ansatzpunkt da mit dem Bistro vom Museum, wo du ja schon mal warst. Ja, aber... Das hat auch weitergeholfen, weil so eine Location, die dann die Requirements da erfüllt, zu finden, ist eben auch nicht so ganz einfach. Ja, also muss halt sinnvoll erreichbar sein, nicht zu teuer, nicht zu groß, nicht zu klein und so weiter und da war das eigentlich ganz gut. Und was wir gerade vorhin gar nicht gesagt haben, ist, wir haben ja nachmittags schon in einer oder in drei kleineren Gruppen schon eine Führung durchs Museum gemacht, also da hat nur ein Teil der Gäste teilgenommen. Naturkunde, nur zu. Genau, Dinosaurier und ausgestopfte Tiere und sowas. Und das war auch echt nett. Hatte halt so ein bisschen so einen Charakter, wie wenn wir irgendwo eine Reportage machen, so ganz, ganz ein bisschen. Seid ihr mit dem Verlauf und so, wie es gelaufen ist, also zufrieden? Ja, also, ja, klar. Also ich meine, das Feedback, was wir bekommen haben, war durchweg positiv. Das Einzige, was nicht so gut geklappt hat, war die Essensinfrastruktur. Wir waren 120 Leute, die alle durch eine Buffetschlange mussten und dann hat hier die Kneipe noch ein bisschen was verbockt, weil sie noch nicht ganz fertig waren und es aber nicht gesagt haben. Dann sind wir 20 Minuten angestanden, ohne Sinn und Verstand, da hätten wir noch einen Vortrag machen können. Das war so ein bisschen ärgerlich, als so tendenzieller Perfektionist stört einen sowas. Aber ich glaube, dem Ganzen hat es nur bedingt einen Abbruch getan. Das Essen war auch echt gut. Das hat es dann kompensiert. Hat mir sagen lassen. Ich habe schnell gegessen, habe nichts gesehen. Ja, ich glaube auch, die Leute hatten in der Wartezeit auch genügend Gesprächsthemen. Insofern war es okay. Wir waren dann halt alle sehr hungrig mal zwischendurch. Ja, ich habe aber auch nur Gutes gehört und ja, es gab so ein bisschen Geschmunzelt, als ihr noch mal umdisponieren musstet, aber ja, also der Plan, der hat ja schon vor Beginn nicht mehr funktioniert, weil unser Hauptvortragender im Eifer des Gefechts sein Laptop vergessen hatte und dann noch mal nach Darmstadt zurück musste und das Ganze dann schon mal vor Beginn war schon klar, dass der Plan, den wir uns, wir haben uns ja öfters unterhalten, wie lange machen wir die Pause und so im Detail geben wir den Vortrag zehn oder zwölf Minuten, ja, und zwar alles komplett am Arsch, bevor es losging. Ja gut, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass man das durchweg mit oder zum größten Teil mit Humor genommen hat und ich selber fand es auch einen tollen Abend und damit zurück in den Sendegarten. Und da sind wir wieder eine wunderschöne kleine Einspielung. Ich musste gerade so lachen, als Markus sagte, dann planst du alles auf Minuten genau und schon in den ersten Sekunden deiner Veranstaltung ist der ganze Plan nur noch Makulatur. Sehr, sehr schön. Aber Lars, hast du jetzt einen Vortrag gehalten oder nicht? Das wurde mir jetzt nicht ganz klar. Du hast gesagt, du bist ein stinknormaler Gast gewesen, aber? Ja, ich war stinknormaler Gast, aber ja, es gab eben mehrere, also ich habe jetzt gelernt, was ein Lightning Talk ist, also so ein Kurzvortrag, so eine Kurzpräsentation, will ich es mal nennen. Und da waren mehrere eingeplant und leider ist einer mit einem sehr spannenden Thema über die fliegende Sternwarte Sophia ist leider krankheitsbedingt ausgefallen. Und ja, ich war eben am Nachmittag schon da, etwas vor dem offiziellen Beginn und da hat Markus mich dann gefragt, ob ich irgendwie einspringen könnte, indem ich was über unseren Trip nach Baikonur mache. Und dann bin ich zum Hotel zurückgeeiert, habe mir eben mein Notebook geholt und habe dann, ja, so eine Bilderstrecke zusammen improvisiert und hatte mir so ein paar Stichworte auf den Zettel geschrieben und das habe ich dann, ja, später am Abend dann, ja, zum Besten gegeben, sozusagen. Und ja, also ich habe da was gemacht, aber so ein richtig ausgefeilter Vortrag war das eben nicht. Das ist ein spontaner Blitzeinschlag da verursacht. Das ist ja sehr schön. Aber ich glaube, das ist insgesamt gut angekommen. Also was ich so gehört habe, war das ganz ziemlich gut. Ja, also ich hatte auch den Eindruck, dass die Leute da wohl ihren Spaß dran hatten und ich bin eigentlich nicht der Mensch, der jetzt unheimlich gerne vor Menschen spricht, aber ich gebe zu, ich hatte auch meinen Spaß da. Also das nimmt Scheu für das, was noch kommt nächstes Jahr. Ja, genau. Was die Noah da ansprach, war, dass die Gäste sich auch untereinander so doll unterhalten haben, weil der Spirit so ähnlich war. Kannst du das bestätigen? Bist du auch mit Menschen in ein Gespräch gekommen, die du vorher nie gekannt hast? Also ich gebe zu, ich war eben eine Weile hinter meinem Notebook vergraben und hatte Bilder rausgesucht und so. Ich war also jetzt nicht so wahnsinnig eingebunden für eine längere Zeit. Ja, längere Zeit ist übertrieben, aber für einige Zeit, wie mir das eigentlich lieb gewesen wäre. Und es war eben auch ein Mensch da, mit dem ich unbedingt Dinge besprechen wollte, die ich hier jetzt nicht kundtun will. Aber das heißt, ich war vom Moment auch so ein bisschen aus der Welt raus. Aber ich habe die Stimmung wahrgenommen. Und die war echt, die war echt cool. Also man merkte so, dass im Großen und Ganzen eine sehr ähnliche Wellenlänge da war. Und es hat sehr viel Spaß gemacht bei den Vorträgen. Also ich konnte den größten Teil der Vorträge dann noch verfolgen, mit den anderen zu lachen und so. Man merkte eben da, die Stimmung war toll. Anders kriege ich es gar nicht gesagt. War prima. Schön. Ich habe bei Twitter einige Fotos gesehen und dann dachte ich mir beim Gucken, ach, ist es doch wieder so ein Jungens-Treffen. Stimmt der Eindruck? Also dass da doch recht wenige Frauen da sind, obwohl Nora ja ganz tapfer die Quote sozusagen, der Hosts nach oben zieht. War schon eine Jungens-Veranstaltung, oder? Ja, ich tue mich schwer, da so einen Stempel drauf zu kleben. Aber wenn man das jetzt so geschlechtermäßig formuliert, waren männliche Wesen sicherlich deutlich in der Überzahl. Und ja, das ist mir auch aufgefallen. Naja, vielleicht sind die Dinosaurier dann doch eher was. Nein, nein, sind nicht. Nein, nein, nein. Dinosaurier sind auch für Mädchen. Und ausgestopfte Tiere und was auch immer. Es war im Senken-Märkmuseum. Das wurde, glaube ich, nur einmal ganz kurz erwähnt. Das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen. Also auch ein Ort des Wissens und der Wissenschaft durchaus. Also passend, passender ging es eigentlich gar nicht. So vom Setting her. Schön. Ja, also von hier aus auch nochmal Glückwunsch an Nora und Markus. Zehn Jahre ist ja doch auch erstmal eine Strecke. Hier muss man zusammenkriegen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie die Luft rausgeht. Sondern die haben immer wieder neue Themen. Und irgendwelche Anfragen. Wir haben demnächst Termin hier, wir haben Termin da. Habt ihr irgendwelche Fragen? Sollen wir was mitnehmen und so? Das geht immer, immer weiter. Sehr spannend. Gut, kommen wir weiter. Das ist jetzt mehr oder weniger nur ein Hinweis. Den hatte ich gefunden. Und zwar habe ich einen Tweet gesehen von der Larissa Vasilian. Die man vielleicht im Podcastland eher unter ihrem Pseudonym Annik Rubens kennt. Die ist eine der ersten Podcasterinnen Deutschlands und hat ein Angebot gemacht, Schlaflos in München. Was damals in den Zeiten, als es glaube ich drei oder vier größere Podcastangebote in Deutschland gab, große Beachtung gefunden hat. Sie hat es dann irgendwann eingestellt. Und soweit ich weiß, ist sie Mitarbeiterin beim Bayerischen Rundfunk. Und zumindest ist es auch mit als solches getaggt hier. Sie schrieb in diesem Tweet, habe gerade meinen ersten Newsletter für die Podcast-Entdecker geschrieben. Bin gespannt, was ihr von den Tipps haltet. Hier abonnieren. Er kommt dann am Freitag. Ja, wahrscheinlich dann regelmäßig am Freitag. Bei dem, wo man sich registrieren kann, stand noch dabei, Sie lieben Podcasts, dann registrieren Sie sich hier für den neuen Newsletter, der Ihnen Podcast-Tipps von Bayern 2 direkt in Ihr Postfach liefert, jede Woche neu. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt. Ich weiß nicht, was in diesem Newsletter drin ist. Aber Larissa Vasilian war schon mal zu Gast. Ich glaube nicht im Sendegarten, sondern noch im PodUnion Magazin. Die Frau weiß, wovon sie redet. Die ist, wie gesagt, eine Podcasterin der ersten Stunde in Deutschland. Und das ist bestimmt nicht schlecht. Also wer sich für Newsletter interessiert aus dem Podcast-Land, der kann mal dort reinschauen. Entweder googeln mit Bayern und Newsletter-Podcast oder hinterher in die Show-Notes gucken. Ich werde da den entsprechenden Link reintun. Jetzt haben wir vor der Sendung ganz kurz gesprochen, auch über das Thema. Und Lars sagte, er hätte sich abonniert. Er hätte abonniert und schon einen kurzen ersten flüchtigen Blick auf diesen Newsletter geworfen. Kannst du uns ganz kurz sagen, was du gesehen hast? Ja, also dieser flüchtige Blick ist, das muss man wirklich betonen. Ich habe im Prinzip noch keinen der Links da drin angeklickt, weil ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich hatte mich für diesen Newsletter mal registriert und habe dann diese wohl erste Ausgabe nach wenigen Minuten anscheinend nachgeliefert bekommen oder so. Oder es war Zufall. Ja, Bayern 2, die Podcast-Entdecker. Also es geht hier los. Liebe Ohrenmenschen, können Tiere lachen? Haben Sie Humor? Und dies und das. Ich habe für diesen Newsletter-Podcast für Sie herausgesucht, die sich um lustige Menschen drehen. Denn die besten Podcasts sind für mich jene, die Emotionen transportieren. Lachen Sie mit und seien Sie versichert. Humor hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Nach dieser Einleitung kommt dann eine Liste von Podcasts. Zum Beispiel 1 zu 1 der Talk mit Christoph Maria Herbst, der hier als ziemlich komischer Schauspieler bezeichnet wird. Radio Wissen, wie die Menschen weltweit lachen. Radio Spitzen, wenn das Lachen im Halse stecken bleibt. Dann geht es nochmal um Harald Schmidt, ein Angebot von SWR 1. Und so weiter ist es also eine bunte Mischung. Anscheinend hier eben über das Thema Humor ein bisschen zusammengefasst. Und ja, was es jetzt genau ist, die einzelnen Links muss ich mir dann tatsächlich nochmal angucken und schauen, ob was für mich dabei ist. Die Länge der Podcast-Folgen ist jeweils mit angegeben. Das finde ich schon mal relativ angenehm. Und das geht zwischen 8 Minuten bis zu einem Angebot, das fast 4 Stunden läuft. Und dazwischen sind auch noch einige angesiedelt. Ich höre aber daraus, dass es sich jetzt dabei nicht nur um Angebote aus dem Bayerischen Rundfunk handelt, sondern eben auch über Podcast-Land, wo immer Larissa da nun gerade die Grenzen setzt. Das ist ja für jeden auch irgendwie anders. Aber sie macht also einen Gesamtüberblick. Ja, so sieht es mir aus. Es ist auch ein internationales Angebot verlinkt. Das Inside of You Podcast zum Beispiel heißt. Dann eben was aus der Radiolandschaft. Dann, ich klicke jetzt doch nochmal eben einen Link an. Denn ein Angebot scheint von Zeit Online zu sein. Ja, und so weiter. Es läuft eben hier über diese Newsletter-Plattform. Das heißt, man sieht jetzt nicht direkt, wenn man mit der Maus über den Link fährt, wo er den hinführt. Das finde ich ein bisschen schade. Auf jeden Fall für Menschen, die sich da noch weiter informieren möchten oder einfach nochmal wieder andere Podcasts kennenlernen möchten, als in unserer Blase nun drin sind, könnte das eine gute Quelle sein. So, ein drittes und letztes Thema im Querbeet habe ich noch mitgebracht. Und zwar habe ich das auch in der letzten Lage der Nation von dem Philipp Manze gesprochen gehört. Und zwar geht es um die Richtlinien für Werbung im Podcast Lage der Nation. Dieses Angebot will sich auch durch Werbung finanzieren. Und es ist auch in der Vergangenheit so gewesen, dass der Philipp dann für irgendwelche Produkte, kurz nachdem die Sendung angefangen hat, nachdem die Episode angefangen hat, gab es dann quasi einen Break. Dann hat der Philipp dieses Produkt irgendwie vorgestellt. Und es gab wiederum einen Break. Und dann haben die im Prinzip ihre normale Sendung fortgesetzt. Das ist dieses berühmte Native Advertising. Das heißt, der Host spricht selber die Werbung ein. Mindestens einmal kann ich mich erinnern, dass das Produkt, um das es ging, von ihm auch direkt insofern empfohlen wurde, dass er sagte, ich benutze das selber oder wir benutzen das selber. Und wir können von guten Erfahrungen berichten. Also es gab einen unmittelbaren Bezug zwischen ihm als Host, ihm als Nutzer und ihm als Werbenden. Und das ist ihnen anscheinend ein bisschen auch negativ rückgemeldet worden, weil sich da die Werbebotschaft und die Podcastbotschaft doch so arg miteinander verwoben haben, dass man nicht mehr so ganz auseinanderhalten konnte, wo fängt Werbung an, wo hört sie auf. Es gab ja auch mal andere Fälle bei einem Podcast, wo mitten im Gespräch plötzlich gesagt wurde, ach, ich habe übrigens gestern Abend bei einer Freundin übernachtet, die hatte eine tolle Matratze, das war von der Firma so und so. Und da hatte man gar nicht mehr gemerkt, ob da jetzt eine Werbung beginnt oder ob das ein neutrales Gespräch ist. Bei Lager der Nation merkt man das schon immer noch, ganz deutlich, dass da jetzt Werbung passiert. Aber durch diese Empfehlung gab es so ein bisschen so ein komisches Geschmäckle. Und Philipp und Ulf Burmeier, Philipp Banzi und Ulf Burmeier, die beiden Hosts von Lager der Nation, haben jetzt Richtlinien für Werbung aufgeschrieben. Ich zitiere mal eben erstmal einen ganz witzigen Satz, den sie geschrieben haben. Wir sind uns bewusst, dass wir als einer der meistgehörten Podcasts in Deutschland große Verantwortung tragen. Und deswegen kommt die Erklärung, wir machen keine Werbung, sondern wir veröffentlichen Werbung zahlender Kunden. Mit der Einblendung einer Werbeintegration in die Lager der Nation ist keinerlei inhaltliche Positionierung der Redaktion verbunden, insbesondere keine redaktionelle Empfehlung. Also hier klare Distanzierung davon. Das wird im Sende geht, doch recht kontrovers diskutiert. Unter anderem habe ich einen Tweet oder einen Eintrag von Ralf Stockmann dazu gelesen, der schreibt, so ist es meines Erachtens nicht das, was zumindest derzeit als Werbung bei euch läuft. Da sprecht ihr selbst, ich glaube korrekt immer Philipp, den Werbetext ein. Und zwar in vielen, den meisten Fällen so formuliert, dass ein persönlicher Spin reinkommt oder zumindest angedeutet wird. Es ist gerade keine von anderen produzierte Werbesendung, sondern deine Stimme, deine Rhetorik und damit aus Sicht der Hörerinnen auch deine Überzeugung. Und das finde ich jetzt wirklich einen sehr interessanten Punkt, denn ich habe eigentlich gedacht, dieses Native Advertising, das sei eben in der großen Gruppe aller möglichen Werbeformen genau deswegen so attraktiv, weil es den Spin des Hosts mitbringt und weil es eben aus der Sicht der Hörenden quasi eine Empfehlung ist. Also ich habe mit diesem Coolie gut geschrieben, dann werdet ihr auch mit diesem Coolie gut schreiben. Ich habe auf diesem Bett gut geschlafen, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch tun und so weiter. Ich hatte eigentlich gedacht, dass genau das macht Podcast Werbung, Native Advertising im Podcast, für Werbetreibende besonders attraktiv. Und genau davon distanzieren sich aber jetzt Lage der Nation in ihren eigenen Richtlinien, wohl wissend, dass sie es vorher auch schon mal so ein bisschen unscharf gemacht haben. Und da ist eine ganz interessante Diskussion entstanden, auf die möchte ich eigentlich nur hinweisen, dass da also doch versucht wird, eine Linie, eine Grenze zu ziehen, was wo an einer Stelle, wo es nicht ganz so einfach ist. Der Stefan Dillinger, unser Gast auf der Gartenbank, der hatte ganz am Anfang gesagt, ja, er kennt den Thread, er hat auch im Sendegate dazu gelesen. Wie hast du das wahrgenommen, Stefan? Ja, ich fand es eigentlich ganz gut, dass da mal einfach geschrieben wird, auf was sie so Wert legen. Und dann war natürlich diese Kontroverse über das, dass sie diese Werbung auch selber einsprechen. Das ist ihnen natürlich ein bisschen auf die Füße gefallen. Weil, was auch der Max dann geschrieben hat, wäre es vielleicht gut, dann die Trennung noch deutlicher zu machen, indem man einfach die Werbung mit Musik hinterlegt. Denn wenn man einfach an die Stelle springt, weiß man jetzt gerade nicht, ob man in der Werbung ist oder eben nicht, wenn man auch vorne und hinten die Trenner hat. Deshalb ist das ein guter Hinweis. Aber ja, die Kontroverse gibt es natürlich, dass wenn du die Werbung selber einsprichst, ist die Trennung zwischen Werbung und redaktionellem Inhalt natürlich unter Umständen schwierig. Ich glaube, ich fand es einen guten Ansatz, einfach mal das aufzuschreiben, auf was man so Wert legt. Und dann kann man sich das ja zumindest mal ansehen und vielleicht auch für sich selber dann übernehmen, wenn man das mal machen will. Ist das denn jetzt nur meine Verständnis von besonderer Werbung, also quasi Empfehlungswerbung, wenn der Host, die Host, die Werbung selber spricht? Ich hatte schon gedacht, dass das eben das besondere Stilmittel der Podcast-Werbung sein könnte, die man vielleicht auch noch mal teurer verkaufen kann, als eine, was weiß ich, wie haben wir es schon mal gehört, bei 4.000 Hertz, diese Opel-Werbung, wo dann dieser Fußballtrainer da einfach erzählt hat, dass er da dieses tolle Auto hat oder so, wo ich mich gewundert habe, Jürgen Klopp, genau, der hat mir dann erzählt, dass er eine Opel gekauft hat und so weiter. Das war jetzt aber, das hätte ich eben auch in einem ganz normalen anderen Angebot genau in die gleiche Art und Weise, in die gleiche Art und Weise hören können. Diese besondere Färbung, dass das eben eine quasi eine Empfehlung ist, die gibt es natürlich dann da nicht. Wenn der Host es selber spricht, klingt das schon eher so. Ist das nur meine Wahrnehmung oder würdet ihr das teilen? Lars, wie siehst du das? Ich gebe zu, dass ich jetzt gerade etwas abgelenkt war. Ich hoffe, ich antworte thematisch richtig. Ich selber finde diese Grenze sehr, sehr dünn bei dem selber gesprochenen, bei der selber gesprochenen Werbung. Ich habe jetzt noch nicht so viele Podcasts gehört, wo es wirklich vorkommt. Wenn es deutlich getrennt ist, dann ist das eine Sache, wo ich sagen würde, ja, kann ich mit leben. Wenn das allerdings verschmilzt, habe ich, glaube ich, Probleme damit. Aus Sicht der Werbetreibenden, könntest du dir denn vorstellen, dass das eine besondere Attraktivität hat? Da jetzt Werbung, also wenn der Host es selber spricht, dass das dann doch nochmal einen anderen Spin hat, in dem Sinne, wie das der Ralf Stockmann da formuliert hatte? Oh ja, das würde ich eindeutig so sagen. Allein schon dadurch, dass wenn die Trennung unscharf ist, es dann wirklich wie eine echte Empfehlung wirken könnte, dass jemand sagt, ja, auf der Matratze habe ich toll geschlafen. Das, ja, also das ist auch das, was mir eben nicht gefällt. also es gibt so irgendwo in meiner Wahrnehmung dann so eine Grenze zu einer leichten, ja, bewusst akzeptierten, ja, Irreführung oder ein akzeptiertes Missverständnis und die Idee gefällt mir persönlich nicht besonders gut. Interessant auf jeden Fall, dass dieses Thema aufkommt. Interessant auch, dass sich Lage der Nation, also Philipp und Ulf, da so konkret mit auseinandersetzen, dass sie es einfach mal formuliert haben, ich glaube sechs oder sieben Punkte. Sie haben auch ausgeschlossen, für welche Artikel sie jetzt zum Beispiel keine Werbung machen würden wollen, Waffen beispielsweise oder irgendwas sonstiges nicht legales. Das sind so die Ausschlusskriterien. Sie suchen die Partner auch nicht selber aus, sondern sie haben eine Agentur dazwischen geschaltet. Also das wird alles so ein bisschen aufgeschrieben und erklärt. Nicht aufgeklärt, sondern erklärt. Also wer sich für das Thema interessiert, kann da gerne mal im Sendegate nachschauen. Vielleicht einfach mal die Suchmaschine da benutzen oder der Thread heißt Richtlinien für Werbung in der Lage der Nation. So, ich wollte Ihnen darauf aufmerksam machen, ist sicherlich eine spannende Frage. Damit sind wir durch das Querbeet durch und kämen jetzt zu den Veranstaltungen der nächsten Zeit, nämlich im Blühkalender. Und dann darf ich in der bewährten Manier den Lars bitten, uns eine Übersicht zu geben. Ja, und jetzt hast du mich ganz kalt erwischt, weil gerade das Backup dazwischen geschossen ist. Gib mir eine Sekunde. Ja, das ist jetzt doch wirklich blöd gewesen. Wir können vielleicht nochmal nochmal hinweisen, im Sendegate, was gerade schon auch erwähnt wurde. Da gibt es eben für die verschiedenen Jahre jeweils Kalenderansichten oder einen Eintrag, den wir als Kalender benutzen. Und ich wurde letztens auch mal angesprochen, dass irgendwie der, was war das, der 10. November wäre ja wohl ein ganz besonders toller Tag, weil da so viele Veranstaltungen wären. Dann habe ich in den Kalender geschaut, da stand aber nur eine Veranstaltung. Aber die Quelle, die mich da anschrieb, das war der Sascha Erler, Grüße an dieser Stelle, an Babylon 5, der hatte gesagt, ja, da sind ja ganz viele verschiedene Veranstaltungen und die drei, die er nannte, von denen war nur einst halt eingetragen. Deswegen vielleicht nochmal hier ganz allgemein der Hinweis, wenn jemand eine Veranstaltung macht und möchte gerne, dass sie publik wird, bitte direkt da in dieses Sendegate eintragen, in diese Terminliste, weil dann können es alle sehen, können alle mit planen und vor allen Dingen kann der Lars das dann benutzen, um es hier in den Terminen zu nennen, wenn sein Backup nämlich durchgelaufen ist. Ja, das hast du sehr schön überbrückt jetzt. Das Dokument ist jetzt wieder offen und ich starte einfach mal durch. Die Termine der nächsten Zeit aus dem Sendegate und los geht's vom 3. bis zum 4. November. Da gibt es im Messezentrum Nürnberg die Hack & Make, ein Kreativ- und Technik-Festival. Da soll es auch eine Anlaufstelle für Podcast-Einsteiger, Neugierige und Interessierte geben. Das Festival hat eine Homepage zu finden unter hackmake.de. Am 4. November gibt es die Science-Podcast-Night. Dieses Mal gibt es den Resonator-Podcast live zum Thema Unsere kosmische Nachbarschaft. Holgi spricht da mit der Planetenforscherin Dr. Ina Pleser vom DLR-Institut für Planetenforschung. Das Ganze findet statt in Berlin-Moabit, dort im Kalasch- und Moabiter-Bar-Projekt. Beginn ist um 19 Uhr, Tickets kosten 5,40 Euro. Dann gibt es auch wieder eine Night of the Pots des Raucherbalkons. Das ist dieses Mal Nummer 6 und es steht unter dem Motto Hell freezes over. Das Ganze ist am 10. November und zum Mitmachen anmelden kann man sich noch bis zum 4. November. Dann gibt es am 10. November vom Podcast die Rückspultaste, die Aufzeichnung der Jahresendgala, die verflixte Melodie, Teil 4 mit Publikum. Das Ganze ist in Lüdenscheid und Beginn ist um 19 Uhr. Dann gibt es eine Veranstaltung in Schweden am 10. Dezember in Stockholm, das Kommunikation mit Podcast. Das soll wohl eine Konferenz sein und dort soll man sich von 8 Podcast-Experten, was immer das sein mag, zum Thema Podcasting inspirieren lassen können. Dann schauen wir zum Jahresende. Da gibt es wieder den Chaos Communication Kongress, den 35C3, wieder in Leipzig und das vom 26. bis zum 30. Dezember. Da soll es wieder ein Sendezentrum geben und da folgen sicher weitere Infos in der nächsten Zeit. Der Vorverkauf mit Vouchers hat begonnen. Die sind natürlich begrenzt. Mit diesen Vouchers kann man bis zum 8. November Tickets beziehen. Danach geht es in drei Stufen in den normalen Vorverkauf. Dann schauen wir noch mal ins Jahr 2019. Am 4. Januar gibt es wieder das Podcaster-Treffen Pottruhe, wie immer im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 9.10 Uhr. Und dann gibt es vom 6. bis zum 8. Mai die Republika. Die findet statt in der Station Berlin. Und der Call for Participation läuft noch bis zum 16. Dezember. Im gerade schon ausführlich genannten Termin-Wiki gibt es auch Links zu den Veranstaltungen, wo es dann weitere Infos gibt. Und wie Martin auch schon gesagt hat, das Ding ist offen für weitere Einträge. Und damit schließe ich die Termine für dieses Mal. Ganz herzlichen Dank. Und wir kommen zur nächsten Rubrik. Das wären unsere Setzlinge. Wie schon in der letzten Sendung gesagt, tue ich mich mit den Setzlingen in letzter Zeit ein bisschen schwer, weil ich einfach die nötige Ruhe und die, ich weiß auch nicht, die Zeit nicht, die innere Ruhe nicht habe, mich mit den so vielen neuen Angeboten auseinanderzusetzen. Außerdem bin ich mir auch gar nicht so ganz klar darüber, welche Quellen ich da eigentlich benutzen kann. Auf der Suche nach geeigneten Quellen bin ich auf eine schon längst mir bekannte, aber längst wieder auf vergessene Quelle gestoßen, der Christian Bettnerick, der Vater vom FÜT, frühe Hörsuppe, pflegt eine Kuration, die nennt er Nullnummern. Und da packt er auch also Podcastangebote hinein, die starten. Und da habe ich so ein bisschen reingeschaut. Das ist eigentlich eine Form der Setzlinge, nur an anderen Orten. Und ich habe schon überlegt, ob das vielleicht gar keinen Sinn macht, dass wir hier auch nochmal neue Angebote vorstellen, wenn sie nämlich dann da auch aufgetaucht sind oder auch auftauchen, dann kann man ja einfach dahin verweisen. Das ist mir noch nicht so hundertprozentig klar, wie ich da entscheide. Und was ich aber gefunden habe beim Durchsehen, dass die Frau Nora, die Nora Hespers, die ja bekannt ist mit der Anachronistin und dem Was denkst du denn Podcast, jetzt auch noch einen Interview-Podcast gestartet hat mit dem Titel Mensch, Frau Nora. Da möchte sie dann einfach interessante Menschen vorstellen. Ich lese mir eben vor, was sie zu dem Angebot schreibt. Mein Name ist Nora und irgendwie fühlten sich Menschen in meiner Umgebung schon immer veranlasst, mich Frau Nora zu nennen. In den unterschiedlichsten Gemütszuständen, das kann ein Mensch, Frau Nora sein, wie in Schön, dass du da bist, lange nicht gesehen oder ein Mensch, Frau Nora. Das ist wie in Das ist ja mal ein dickes Ding oder Mensch, Frau Nora, wie in Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt? Es gibt ja aber noch den anderen Teil in mir, den Definitionsteil. Wer bin ich eigentlich? Und auch darauf kann ich nur im Dreiklang antworten. Mensch, Frau, Nora. Heißt im Klartext, in erster Linie bin ich ein Mensch mit allen Vor- und Nachteilen, die das Menschsein so mit sich bringt. Dann bin ich biologisch betrachtet eine Frau. Das kann ich mit einiger Gewissheit wohl sagen. Für manche Menschen ist das wichtig, für andere weniger. Letzten Endes bin ich aber vor allem ich, Nora und das, was aus mir rauskommt. Gedanken in Texten und Tönen. Damit beschreibt sie das Angebot Mensch, Frau Nora. Also wie gesagt, ein Interview-Podcast soll das wohl werden. Und sie hat das gleich in der ersten Episode auch umgesetzt. Da hat sie mit der Musikerin Anja Arnold gesprochen. Die ist eine Gitarristin, aber nicht nur. Leitet eine Musikschule und hat vor allen Dingen alle Musiken, also Intro- und Outro-Musiken für die Podcast-Angebote von Nora bisher gemacht. Also das habe ich mit großer Freude gehört. Und das ist ein schöner Setzling, auch wenn ich vorher gesagt habe, ich weiß gar nicht, wo die Setzlinge so herkommen. Aber eine Quelle kenne ich noch, nämlich unseren Gast, Stefan, der hat auch einen Setzling mitgebracht, hat er vorhin erzählt. Und ich bitte dich, den uns jetzt vorzustellen. Ja, ich habe gerade mein Handy zur Hand genommen, um den nochmal nachzuschauen, dabei ist es mir runtergefallen. Ja, ich wurde im Sendegate angeschrieben, um Hilfestellung zu leisten bei der technischen Umsetzung eines Podcasts. Und deshalb habe ich gedacht, könnte ich den jetzt hier auch gleich mal vorstellen, denn der, glaube ich, hat jetzt drei oder vier Folgen. Ich bin jetzt erst vor kurzem darauf aufmerksam geworden. Und das ist die New Work Lounge, also neue Arbeitslounge, newworklounge.de, glaube ich, oder .com, ich glaube, .de ist es. Das ist ein Interview-Podcast eben über neue Arbeitsformen und die neue Arbeitswelt, die da auf uns zukommt, zukommen wird. Genau, New Work Lounge. Inhaltlich kann ich noch nichts darüber sagen, ich hatte noch keine Zeit reinzuhören, aber ich habe hier eben Hilfestellung gegeben, um das Projekt an den Start zu bringen. Die Haust, der Haust ist, na, ich weiß den Vornamen nicht mehr. Bevor ich jetzt was Falsches sage, New Work Lounge.de, können wir alle Informationen finden. Genau, wunderbar. Ja, ein bisschen Standhilfe ist ja sicherlich nicht falsch und wenn du ihn kennst oder sie, warum solltest du es dann nicht nennen? Eben. Alles klar, das sind also die Setzlinge. Ja, ist ein bisschen stiefkindlich im Moment. Mal sehen, wie das damit weitergeht. Aber die Blütenschätze, die haben wir im Programm und da kommen wir jetzt als letztes hin. So, und ich hatte ja ganz am Anfang von dem Brief von der Silke gesprochen und dass da auch ein Blütenschatz drin war und zwar hat sie da vorgeschlagen als Blütplatzabhörerinnen und Blütenschatz sozusagen die, ähm, wo ist die jetzt hingeschrieben? Die NDR-Korrespondenten. So, und zwar sind zwei Korrespondenten, ein Mann und eine Frau, ein Ehepaar, Lena Bodewein und Holger Senzel im Ausland und zwar mit ihrem Sohn Johnny und sie sind die erste Familie, die erste ALD-Journalistenfamilie im Ausland. Die sind also quasi als Korrespondenten ins Ausland geschickt worden und Korrespondenten berichten natürlich immer fürs reguläre Programm, aber die machen auch einen Podcast, wo sie dann Themen, die sie dort betreffen oder vielleicht auch Dinge, die sie im linearen Programm halt erzählen, dann da nochmal aus ihrer privaten, persönlichen Sicht auch mit dem Sohn Johnny am Mikrofon nochmal durchbesprechen. Und da hat uns die Silke darauf aufmerksam gemacht und das wurde aber auch schon mal von Frau W. aus E. empfohlen, vor einigen Wochen, das hatte ich hier noch gar nicht untergebracht und ich muss sagen, ich habe sogar bei Jörn Schaar schon mal das Angebot wahrgenommen, der im Juni schon davon erzählte, dass es dieses Angebot gibt. Die Silke hat das jetzt aber nochmal ganz konkret genannt gehabt, weil es um die Episode geht, wo der Holger Senzel zurück vom Reportereinsatz im Erdbeben und Tsunami-Gebiet auf der indonesischen Insel Sulawesi zurückgekommen ist. Ich hatte seine Beschreibungen im Deutschlandfunk schon gehört und das hat er quasi wortgleich dann auch im Podcast nochmal dargestellt, aber eben, weil er mit seiner Frau darüber gesprochen hat, war das auch nochmal mit sehr viel persönlicher Färbung verbunden. Das ist wirklich sehr interessant zu hören, das ist die Episode Singapur mitten in der Katastrophe und man bekommt es unter ndr.de slash info slash mitten in der Katastrophe und dann ein Komma, Audio 445132 HTML. Das wird jetzt sicherlich nicht so richtig funktionieren, also ich verweise auf die Show Notes beziehungsweise einfach mal mit NDR Korrespondenten und Podcast, dann sollte man da vielleicht fündig werden. Also das kann man mit Gewinn hören. So, das haben wir da, das ist der Hörerblütenschatz, dann hat der Lars was mitgebracht, was hast du denn mitgebracht, Lars? Ja, ich habe mitgebracht eine Folge vom Early Bird tatsächlich. Ich bin ja am vergangenen Freitag eben nach Frankfurt gefahren zum 10-Jährigen von Omega Tau und unterwegs hatte sich der Marc kurz bei mir gemeldet, weil wegen einer Umstellung des Servers ja, der Feritz nicht mehr so richtig wollte, dieses Podcast, ja, dieses, dieses Hosting-System, dieses Publishing-Ding von Christian heißt er, glaube ich, ne? und da hatte ich dann so ein, zwei kleine Fixes eben gemacht, so ein bisschen was improvisiert und Marc hat dann abends sich zum Testen noch hingestellt, während er gekocht hat und hat einfach eine Folge improvisiert, die, ich glaube, ungefähr eine Stunde lang ist und ja, irgendwie traf die an dem Freitagabend genau meine Stimmung, was den Humor anging und ich hatte einfach, einfach Spaß dran, Marc an der Stelle einfach so zuzuhören und ja, einfach geplaudert, hat eine Art Chili gekocht und ja, dabei ins Mikrofon gequatscht, gute Laune, ein paar Witze drin und mehr war in dem Moment für mich gar nicht nötig und ja, weil ich da meinen Spaß dran hatte, ist das mein Blütenschatz dieses Mal. Sehr schön, Marc beim Kochen, also das macht mich ja direkt neugierig, da muss ich auch nochmal reinhören. Stefan, wir haben dich gar nicht vorgewarnt, was Blütenschätze angeht, aber du bist ja aktiver Hörer des Sendekasses, wie du zumindest hast beantworten lassen. Ich habe mich vorbereitet. Bist du tatsächlich vorbereitet? Ach, vorbildlich. Hast du mitgebracht? Ich habe euch ja gesagt, dass ich über die Sportpodcasts zum Podcast hören gekommen bin und jetzt gerade ist, das wird euch wahrscheinlich nichts sagen, aber ich bin auch Baseball-Fan und gerade ist das Finale der amerikanischen Baseball-Liga und in Deutschland gibt es tatsächlich einen Podcast, der sich mit dem amerikanischen Baseball ausschließlich beschäftigt und die machen jede Woche eine Folge und jetzt zu diesem Finale, das ist eine sieben Spiele Serie, also maximal sieben Spiele, wer als erster vier Spiele gewinnt hat, gewonnen und die finden halt immer nachts um zwei statt, die Spiele gehen so drei bis fünf Stunden, je nachdem und die schaffen es tatsächlich, dass sich das Spiel anschauen, anschließend noch eine einstündige Folge aufnehmen, sodass, wenn ich in die Arbeit fahre, ich quasi die Besprechung des Spiels aus der Nacht schon auf den Ohren habe und das finde ich so großartig, dass ich das hier erwähnen wollte. Die ersten beiden Spiele waren jetzt schon und ich konnte das immer auf dem Weg zur Arbeit hören. Just Baseball heißt der Podcast, justbaseball.de und das ist einfach sehr großartig, was die da Saison für Saison jetzt schon seit fünf Jahren auf die Beine stellen und beide Daumen hoch. Das klingt ja richtig gut, vor allem diese Aktualität, also das herzustellen, Hut ab, Hut ab. Da habe ich eben heute Morgen die Besprechung von Spiel zwei gehört und die würde ich dann empfehlen als Blütenschatz. Super. Justbaseball.de Gut, ganz herzlichen Dank. Ist doch wunderbar, dass unsere Gäste sich schon vorbereiten, ohne dass wir das noch irgendwie andeuten müssen. Ach, es wird immer besser, es wird immer komfortabler für uns. Super. Ich habe noch ein kleines Extra, das ist aber jetzt kein Blütenschatz, sondern aber ich erwähne es trotzdem hier an der Stelle. Und zwar, es geht darum, dass ich was gewonnen habe. Die Dela war so nett in ihrem Desolat, 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 nein, Dela Sasta Cast, das mit dem Desolat ist ja natürlich da irgendwie mit drin, in ihrem Dela Sasta Buchclub zwei Bücher zu verspielen oder verschenken. Man musste irgendwie einen Hashtag von ihr, den sie benutzt hat, verarbeiten, benutzen. Und wer das tat, der konnte ein Buch gewinnen. Und ich war einer von zwei glücklichen Gewinnern und habe ein Buch gewonnen bei der Dela. Und zwar ein Buch von Sebastian Niedlich, mit dem sie auch vorher ein Interview geführt hatte. Also das gehört also quasi in dieses Autorengespräch mit hinein. Ich durfte mir was aussuchen und habe mir ausgesucht, am Ende der Welt gibt es Kaffee und Kuchen. Weil mich das irgendwie an Pottstock erinnert hat. Das mit dem Ende der Welt. Und Kaffee und Kuchen gab es ja da auch immer gut. Ich habe das Buch von der Dela zugeschickt bekommen. Möchte mich nochmal ganz herzlich an der Stelle dafür bedanken bei ihr und auch bei dem Autoren Sebastian Niedlich. Mit dem hatte ich nämlich auch über Twitter so ein bisschen mich ausgetauscht, weil ich mir gedacht habe, wenn ich hier schon quasi in der Community und für die Community ein Buch gewinne, denn ich hatte das über den Sendegarten vertwittert, dann soll auch die Community was davon haben. Und ich habe den Sebastian Niedlich gefragt, ob es okay wäre, wenn ich aus der Geschichte oder das sind mehrere Geschichten in dem Buch, ob ich da vielleicht etwas daraus vorlesen darf und würde das dann einfach an einen regulären Sendegarten hintendran hängen. Das möchte ich jetzt nicht zum Teil des Sendegartens machen, aber quasi für diejenigen, die es interessiert, hängen wir dann einfach ein Stück vorgelesenes hintendran. Es sind 42 Minuten. Das fand ich ganz witzig, dass das gerade so ausgekommen ist. Insgesamt ist die Geschichte sehr viel länger. Ich habe zwei Stunden und 50 dafür gebraucht, aber wir wollen ja jetzt nicht hier Markenrechte und Leistungsschutzrechte und Urheberrechte und so weiter über Gebühr strapazieren. Also soll das mit diesem Ausschnitt dann auch genug sein. Wie gesagt, hänge ich einfach hintendran und wenn er noch ein bisschen mehr dazu wissen will, dem sei der Dela Sastakast 62 empfohlen. Da wird das nochmal kurz angesprochen, wo man das Buch bekommen könnte, wenn es einen interessiert und wo die Erlaubnis steht, dass das mit dem Ausschnitt klar geht. Das steht in den Shownotes und wir können jetzt hier im Chat natürlich den Link geben, weil wir werden das nicht in der Postschuh spielen, aber in der Aufzeichnung, da werden wir das dann einfach hinten dran hängen. Also nochmal Dankeschön an die beiden, die mir dieses Buch gegeben haben und den Lesespaß gemacht haben. Das vorzulesen war eine schöne Sprechübung. Also da habe ich jetzt einige Abende mit verbracht und es war ziemlich witzig, aber auch erkenntnisreich, sagen wir es mal so. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Kommen wir zum Ende. Ich danke ganz, ganz herzlich unserem Gast Stefan Dillinger, der sich auf Twitter John Dillinger nennt und damit an Staatsfeind. John Dillinger 15. Natürlich, Entschuldigung. Die 15 ist wichtig. Wofür steht die? Das war eigentlich, mein Geburtstag ist der 15. Deshalb habe ich das wahrscheinlich genommen, weil John Dillinger schon weg war. deshalb musste man halt irgendeine Nummer nehmen. Okay. Das ist halt immer so das Problem. Du hast nicht schon 15 Marathons? Doch, hast du wahrscheinlich, ne? Ne, keine 15 Marathons, ne. Ne, doch nicht. Außerdem würde sich die Zahl ja dann verändern. Ja, ist auch doof. Ja. Na gut, okay. Also John Dillinger 15, Staatsfeind Nummer 1 und früh verstorben, weil das FBI meinte, ihm seinem Leben ein Ende setzen zu müssen. Das wünschen wir dir nicht. Wir wünschen dir doch viele... Ich bin auch schon älter als er. Das siehst du. Aus dem Alter, aus dem gefährlichen Alter bist du halt heraus. Viele, viele weitere heitere Stunden mit dem Podcast, sowohl als Hörender als auch als Machender. Viele erfolgreiche Halbmarathons, die du dir offenbar für die Zukunft vorgenommen hast. Viel Spaß noch mit den drei Schweinehunden, die deine Ratschläge wirksam umsetzen. 2019 ist das Ziel, was die drei anstreben, hast du gesagt. Ja, genau. Am 13. Oktober 2019 und in der nächsten Folge der Drei-Schweinehunde werden wir uns wahrscheinlich live alle dafür anmelden. Seien Sie dabei, wenn die Drei-Schweinehunde... Also dann die Drei-Schweinehunde plus eins, also Drei plus eins Schweinehunde sich beim Podcast, beim Laufcast... Marathon anmelden, genau. Marathon, Marathoncast anmelden. Also vielen Dank für die Erzählung aus deiner Arbeit und von deinen Podcast-Angeboten. Spaß gemacht. Das war sehr spannend, da hineinzuhören. Ganz herzlich möchte ich auch mich bedanken beim Lars, der heute einen langen, langen Tag gehabt hat und er hat durchgehalten. Das danke ich dir ganz besonders herzlich. Dankeschön. Ja, war schön wie immer dabei zu sein und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Super. Und wir wollen nicht vergessen, den lieben Sebastian, der krankheitsbedingt heute jetzt nicht am Mikrofon war, aber er hat die Finger auf der Technik nach wie vor. Er macht uns die Zentrale, auch wenn er schniefend und hustend und ansonsten eingeschränkt in der Ecke sitzt und versucht langsam wieder gesund zu werden. Alles, alles Gute an dich, lieber Sebastian, in diese Richtung und vielen, vielen Dank, dass wir dann trotzdem deine technische Unterstützung hier nutzen dürfen. Ein Dank geht auch an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier live zugehört haben, die im Chat mitgeschrieben haben und natürlich auch an alle, ich sage es mal despektierlich, KonservenhörerInnen, denn das ist ja die Idee des Podcasts, dass man die Sachen zu dem Zeitpunkt hören kann, wo es selber gut passt, wo man vielleicht auch mal ein Häppchen hört und dann wieder ausmacht und dann wieder anmacht, also das berühmte Zeitsouveräne und vielleicht auch Themensouveräne hören, also wenn mal was nicht interessant ist, einfach weiterklicken, schadet ja nicht und ihr gestaltet euer Angebot damit nach euren Vorstellungen und es hat das Beste, was geben kann. Okay, wir gehen in die Nacht, Dankeschön nochmal an alle, die den Sendegarten mögen und unterstützen und dann sagen wir einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Normalerweise gewinne ich ja nichts, aber manchmal habe ich halt doch Glück. Und so hatte ich Glück, als die Dela ein Buch, beziehungsweise zwei Bücher verschenken wollte. Sie hat im Dela Sastakast 62, das Gewinnspiel heißt das, zusammengefasst, was da passiert ist. Und zwar hatte sie sich vor einiger Zeit in ihrem Dela Sastakast Buchclub mit dem Autor Sebastian Niedlich unterhalten. Und aus dem Grunde hat es eine Verlosung gegeben. Man sollte also, glaube ich, einen gewissen Hashtag benutzen. Und wer das gemacht hat, der hat also die Möglichkeit, eines von zwei möglichen Büchern von Sebastian Niedlich zu gewinnen. Ich habe gewonnen und der Twitter-Account MissDeWorde hat auch gewonnen. Ich durfte mir was aussuchen. Dankeschön, Dela. Dankeschön, Sebastian. Also Sebastian Niedlich in dem Fall. Ich durfte mir etwas aussuchen und da mir der Titel, am Ende der Welt gibt es Kaffee und Kuchen, dieses Taschenbuch so gut gefallen hat. Vielleicht gibt es das sogar als paperback, als gebundene Ausgabe, das weiß ich gar nicht. Ich habe es hier als paperback vorliegen. Jedenfalls hat mir dieser Titel so gut gefallen, am Ende der Welt gibt es Kaffee und Kuchen, weil mich das so an Potsdam erinnert hat. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das bekommen kann, ich konnte mir das eben aus dem Angebot auswählen, dann würde ich einen Teil daraus vorlesen und an den Sendegarten dranhängen, damit alle was davon haben. Dann ist es ja schön, dass ich das Buch bekommen habe, aber eigentlich macht es ja viel, viel mehr Sinn, das mit allen zu teilen. Jetzt ist also der große Moment gekommen, wo ich jetzt einfach mal versuche vorzulesen. Ich weiß nicht, wie weit ich komme. Die Geschichte ist doch ein bisschen länger. Ich habe da mal so ein bisschen rumgeblättert. Also vielleicht ein Wort zu dem Buch. Drei E-Book-Bestseller zum ersten Mal in einem Band, steht hier auf der Rückseite. Zitiert wird, das Ende der Welt ist auch nicht mehr das, was es mal war. Der Tod, der Hase, die Unsinkbare und ich. Und ein Gott, drei Könige und zwei Milliarden Verrückte. Ich kenne keines dieser Geschichten, keine dieser Storys. Aber ich glaube, das wird ganz witzig. Ich lese nochmal hier in den Klappentext. Mit Humor ist alles leichter, selbst dann, wenn man in einem Restaurant landet, in dem das jüngste Gericht serviert wird. Oder wenn man den schrecklichsten Liebeskummer aller Zeiten hat. Oder man ein klitzekleines bisschen daran schuld sein könnte, dass die Erde von galaktischen Angreifern in die Luft gesprengt wird. Klingt verrückt? Ist es auch. Und das Einorn, das beim Ende der Welt eine durchaus tragende Rolle spielt und Gottes Meinung über den Geisteszustand der Menschen, haben wir bisher noch nicht einmal erwähnt. In diesem Band gibt es endlich auch ein Wiedersehen mit Martin und seinem besten Freund, dem leibhaftigen Tod. Na, das ist ja mal eine schöne Einladung an den Vorlesenden. Der heißt ja auch Martin. Also gut, ich starte auf der Seite 138 mit der Geschichte, am Ende der Welt gibt es Kaffee und Kuchen. Lucy bog mit ihrem Kleinwagen auf das Gelände neben dem Diner, das von ihrem Chef liebevoll Parkplatz genannt wurde. Eigentlich war es nur eine Fläche aus festgefahrenem Sand neben der Straße, wo jede Bewegung, sei es von Füßen oder Rädern, derart viel Staub aufwebelte, dass das Atmen schwer fiel. Der Motor stotterte kurz, als sie den Schlüssel herumdrehte und der Wagen ausging. Die Warnlampe, die die ganze Fahrt überleuchtete und ihr sagen wollte, dass der Wagen zur Inspektion musste, ignorierte sie schon seit Wochen. Dafür hatte sie keine Zeit und nicht das Geld. Sie griff nach der schweren Tasche voller Bücher auf den Beifahrersitz und stöhnte leicht, als sie sie anhob. Als sie die Tür öffnete, hustete sie, da die Staubwolke, die ihr Wagen hinterlassen hatte, sich noch nicht gelegt hatte. Hastig schloss sie den Wagen ab und ein kurzer Blick auf den Parkplatz zeigte, dass bereits Gäste da waren. Außer ihrem Auto standen dort noch der Pick-up ihres Chefs, der vollgepackte Kombi von Leuten, die offenbar auf der Durchreise waren, ein Motorrad und ein großer Laster, der Paul, einem Stammgast, gehörte. Sie lief die Straße zum Eingang des Diners entlang und hielt sich rechts auf der Seite, die aus der Stadt hinaus führte. Aber vermutlich hätte sie auch mitten auf der Straße gehen können, da sich kaum je eine Seele hier hinaus verirrte. Die Ortschaft hinter ihr lag zwar noch in Sichtweite, aber war so weit weg, dass sie wie eine Fata Morgana am Horizont wirkte. Und aus der Richtung, in die sie schaute, weg von der Stadt, kamen noch seltener Besucher. Außer ihr störte kein Mensch oder Tier das leise Rauschen des Windes, der die rollenden Strauchgewächse durch die Prärie schob. Ihre Tasche polterte gegen die Glastür, als sie eintrat. Sofort traf sie den Blick von Maurice, ihrem knapp zwei Meter großen schwarzen Chef, der hinter dem Tresen mit der Kaffeemaschine kämpfte. Und sein Blick war nicht freundlich. Verdammt Mädchen, hast du eigentlich mal auf die Uhr gesehen? Natürlich regte Maurice sich auf. Er hätte sich aber auch aufgeregt, wenn sie nur zwei Sekunden zu spät gekommen wäre. Sie vermutete, dass das an seiner Armeevergangenheit lag, wo Pünktlichkeit immer groß geschrieben worden war. Ja, ich habe auf die Uhr gesehen und festgestellt, dass sie stehen geblieben ist. Aber wie es der Zufall will, kann ich mir keinen neuen Wecker leisten, weil mein Chef mir zu wenig zahlt. Vielleicht zahlt dein Chef dir zu wenig, weil du nicht pünktlich kommst? Na, wenn man das nicht als die Zwickmühle des Lebens bezeichnen möchte, sagte Lucy und ließ ihre Tasche hinter dem Tresen auf den Boden poltern. Aber im Ernst, es tut mir leid, Maurice, aber ich musste noch meine Unterlagen für die Uni zusammenkramen. Maurice seufzte und wischte sich die Finger an einem Tuch ab. Mädchen, deine Schicht beginnt um halb neun, nicht Viertel nach neun. Du kannst nicht fast eine Stunde später kommen, ohne vorher mal Bescheid zu geben. Sie stemmte ihre Hände in die Hüften. Und wenn du mal ein Telefon anschaffen würdest, das in dieser gottverlassenen Gegend auch funktioniert, hätte ich dir vielleicht rechtzeitig Bescheid geben können. Verdammt, rief Maurice. Seine Stimme überschlug sich fast dabei. Er verschwand in die Küche. Nun wirf dir schon die Schürze über und fang an. Wir haben Gäste und ich kann nicht die Küche und die Bedienung übernehmen. Lucy nahm die Schürze vom Haken und streifte sie über. Sie nickte Paul, dem Truckfahrer, auf seinem Stammplatz am kurzen Ende der Theke zu. Er fasste sich ans Basecap und lächelte sie mit ein paar Zähnen an, die ihm verblieben waren, bevor er sich wieder dem Fernseher hinter dem Tresen zuwandte, in dem Sport gezeigt wurde. Lucy schlang die Bänder der Schürze einmal um den Bauch und verknotete sie. Schätze, meine Ankunft hatte ich heute schon eine halbe Million Umsatz gekostet, Boss, sagte Lucy laut, damit Maurice in der Küche sie durch die Durchreiche hören konnte. Wir haben genug Gäste, um die du dich kümmern könntest, sagte er und fing an, Zutaten zu sortieren. »Tu doch nicht so, als ob hier so viel zu tun wäre. Wir sind mitten im Nirgendwo, Maurice. Morgens würdest du auch mal eine Stunde ohne mich auskommen,« sagte sie, während sie die Kaffeemaschine nachfüllte. »Mädchen, wenn du denkst, dass ich den Laden hier morgens allein schmeißen kann, sollte ich vielleicht dein Gehalt kürzen.« Er drehte ein paar Eier auf der Bratfläche. »Oder dich vielleicht gleich feuern mit dieser Attitüde.« »Hast du schon wieder ein neues Wort gelernt?«, fragte sie ihn. »Was hast du denn jetzt schon wieder?« »Attitüde, offenbar.« Sie sah, wie Maurice den Kopf schüttelte. »Ich sollte mich wirklich nach einer neuen Bedienung umsehen. Erst zu spät kommen und dann auch noch wieder Worte geben.« »Ja, aber eigentlich findest du mich total witzig und süß und bist dankbar, dass ich wenigstens etwas Trinkgeld für uns beide raushole,« sagte sie. Und er grunzte nur zur Antwort. »Außerdem weißt du ganz genau, dass du hier draußen so schnell keine andere Bedienung findest. Und ich brauche den Job.« »Pünktlichkeit gehört dazu, Mädchen. Jetzt kümmere dich einfach um die Gäste,« sagte er, schnappte sich ein Messer und begann Paprika zu schneiden, als müsste er sie umbringen. Lucy ging um den Tresen und schaute nach den Gästen, die weiter hinten saßen. Wer auch immer das Diner mal gebaut hatte, wollte die Bedienung wohl damit ärgern, dass sie immer den weitesten Weg zu den Kunden nehmen müsste. Die Öffnung des Tresens war vorne in der Nähe der Eingangstür, sodass Lucy am langen Ende des Tresens erst auf der Küchenseite und dann auf der Kundenseite entlang musste. Neben dem Eingang vor dem großen Frontfenster befanden sich fünf Sitznischen, bevor der Gang eine Biegung machte, welcher der Tresen ebenfalls folgte. An diesem kürzeren Ende des Diners gab es ebenfalls ein großes Seitenfenster, eine etwas geräumigere Sitzecke zwischen den beiden Fenstern und zwei weitere Sitznischen. Am kurzen Ende des Tresens standen drei Hocker, von denen einer im Grunde immer für den einzigen Stammgast des Diners reserviert war, der hier sein Frühstück zu sich nahm. In der Ecke zwischen dem großen Frontfenster und dem Seitenfenster, dort, wo die einzigen drei Pflanzen des Diners standen, saß eine Familie. Vater, Mutter, zwei Kinder. Ein Junge und ein Mädchen. Die Eltern studierten die Speisekarte. Die Kinder traten Cola und starrten auf den zweiten Fernseher, der etwas abseits von ihnen an der Decke hing und auf den Nachrichtenkanal eingestellt war. Ist wohl egal, was da läuft, dachte Lucy. Sobald irgendwo ein Fernseher an ist, schauen die Kinder hin. Der vollgepackte Kombi, ging es Lucy durch den Kopf. Sie behielt die Eltern einen Moment im Blick und dachte, dass der Vater vermutlich in der IT-Branche tätig war und seine Kinder sonst kaum sah. Er hatte diese typische Blässe von Leuten, die den ganzen Tag nur vor dem Bildschirm hockten und kaum die Sonne sahen. Die Mutter war etwas biedergekleidet und vermutlich Teilzeitkraft in der Sachbearbeitung, bei einer Versicherung oder so. Vielleicht hatten sie sich sogar in der gleichen Firma kennengelernt. Vielleicht war er auch Killer bei der Mafia und sie die Tochter einer verfeindeten Familie, die sich während der Arbeit kennen und lieben gelernt hatten und sich nun mit den Kindern in einem anderen Staat absetzen wollten, um auf normale Familie zu machen. Lucy stellte sich vor, dass man da bestimmt einen Film draus machen könnte. In der letzten Ecke, ganz hinten, am weitesten entfernt vom Eingang, saß die Motorradfahrerin, wie man unschwer an ihrer Lederkluft erkennen konnte. Lucy stellte sich vor, dass sie eine Karrierefrau war, die sich gerade eine Auszeit von ihrer Arbeit und ihrer Beziehung genommen hatte, um die Welt zu erkunden und sich selbst zu finden. Was auch immer dieses sich-selbst-finden heißen mochte. Oder sie war eine Polizistin, die suspendiert worden war und nun auf eigene Faust einen Killer suchte. Vielleicht hatte sie eine heiße Spur zum Familienvater geführt und nun beschattete sie ihn. Lucy sah ein paar Mal zwischen der Familie und der Motorradfahrerin hin und her, aber beide Parteien kümmerten sich nur um ihren eigenen Kram. Lucy lächelte und zuckte mit den Schultern, dann ging sie zunächst an den Tisch der vierköpfigen Familie. Kann ich Ihnen irgendetwas bringen? fragte sie in die Runde und lächelte speziell die Kinder an, die aber gar nicht so richtig Notiz von ihr nahmen. Wir hatten vor ein paar Minuten Kaffee bestellt, sagte der Vater. Lucy seufzte. Ich habe gerade frischen Kaffee aufgesetzt. Bitte gedulden Sie sich noch einen Moment. Vielen Dank. Ansonsten hatten wir ihrem Kollegen schon gesagt, dass wir essen möchten. Allerdings hätten wir gern noch eine zweite Portion Pancakes, sonst streiten die Kinder, sagte der Vater. Natürlich, antwortete Lucy und lächelte weiterhin freundlich. Sie nahm dem Vater die Speisekarte ab und ging weiter zur Motorradfahrerin, die über eine Landkarte hing und verwirrt schaute. Haben Sie schon bestellt? fragte Lucy. Die Bikerin schreckte hoch. Oh, entschuldigen Sie, ich wollte nicht. Schon gut, sagte die Motorradfahrerin. Ich war nur gerade in Gedanken. Verfahren, was? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich wäre auf der richtigen Straße. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich kann diesen Ort hier nicht finden. Ja, ich glaube, dass die wenigsten Kartenhersteller dazu neigen, Ende der Welt auf ihre Produkte zu schreiben. Die Motorradfahrerin sah sich skeptisch an. Naja, machen wir uns nichts vor, erklärte Lucy. Wir sind hier mitten in der Einöde. Das Deiner gibt es nur, weil es früher an der großen Durchgangsstraße lag. Aber seit die Interstate gebaut wurde, damit die Laster noch schneller irgendwelchen Technikmüll aus China quer durchs Land fahren können, ist das hier quasi alles, was es in der Gegend gibt. Yay, der amerikanische Traum. Die Frau schaute immer noch skeptisch. Lassen Sie mich mal sehen. Lucy nahm die Karte und warf einen Blick drauf. Dann nickte sie und zeigte der Motorradfahrerin die Stadt, die ein paar Meilen entfernt lag. Sie fuhr mit dem Finger eine dünne Straße entlang und markierte mit dem Fingernagel, wo sie sich gerade befand. Ein nicht näher gekennzeichneter Punkt an einer Straße, die durch ein erstaunlich großes Nichts führte, wenn man die Stadt außer Acht ließ, über die sich aber selbst die Einwohner kaum Gedanken machten. Die Bikerin sah sie erleichtert an und dankte ihr. Lucy war neugierig geworden. Wenn ich fragen darf, was verschlägt sie denn hier in unsere blühende Metropole? Ach, ich bin einfach nur auf der Durchreise. Ich will einmal die Staaten von Ost nach West durchqueren. Das war schon ein Traum von mir, als ich noch ein kleines Mädchen war. Ganz allein, mit dem Motorrad. Da müssen Sie aber eine Menge Zeit mitbringen und Sitzmuskeln. Das ist ein ganz schöner Weg. Die Frau lächelte, aber hinter dem Lächeln schien ein gewisser Grad Traurigkeit zu stecken. Ich habe mir mal eine Auszeit vom Job gegönnt. Habe die letzten Jahre fast nur gearbeitet. Da kann ich mir auch mal was gönnen. Bingo, dachte Lucy, voll ins Schwarze. Aber das sagte sie natürlich nicht, sondern sie fragte nur, ob die Frau denn keine Angst davor hatte, dass sie ihr unterwegs irgendetwas zustoßen könnte. Was soll mir schon passieren? Ich sitze ja nicht erst seit gestern auf der Maschine. Und es ist ja auch nicht überall so einsam wie hier. Nirgends ist es so einsam wie hier, würde ich sagen. Lucy lächelte sie an. Außerdem vertraue ich auf Gott, sagte die Frau, zog eine Kette mit einem Kreuz aus ihrem Ausschnitt. Schade nur, dass Jesus offenbar kein Navigationssystem ist, was? Scherzte Lucy. Aber die Frau musterte sie plötzlich, als hätte sie vor ihren Augen mit dem Teufel geschlafen. Lucy, die aus einer jüdischen Familie stammte, aber sich nie wirklich mit Religion beschäftigt hatte, lächelte freundlich und zeigte ihren kleinen Notizblock, um die Frau daran zu erinnern, weswegen sie eigentlich da war. Haben Sie vielleicht irgendwas Veganes, sagte die Motorradfahrerin. Äh, wir, Lucy musste einige Momente nachdenken. Wir haben einen vegetarischen Burrito, glaube ich. Vielleicht schauen Sie einfach in die Karte. Die Frau starrte auf die in Leder gebundene Karte und verzog das Gesicht. Ist das echtes Leder? Lucy stutzte erneut. Ehrlich, keine Ahnung. Vielleicht erzählen Sie mir einfach, was Sie so haben, damit ich nicht das tote Tier berühren muss, das für diese Karte sein Leben lassen musste. Nun zog Lucy eine Augenbraue hoch. Sie sind sich schon bewusst, dass Sie einen Anzug aus Leder tragen, oder? Leder, das ist Kunstleder. Also wenn ich mir die Karte hier so anschaue, bezweifle ich, dass das echtes Leder ist. Aber selbst wenn, tragen Sie ja nicht die Verantwortung dafür, dass die Haut des Tieres dafür verwendet wurde. Aber ich würde damit das Problem unterstützen. Lucy hatte keine Lust, sich auf eine solche Diskussion weiter einzulassen, weil sie das zu gut von ihren Kommilitonen kannte. Im Zweifelsfall würde sie nur bockig reagieren und somit die Kundin verärgern. Also grübelte sie, welche Speisen vielleicht passend waren. Wie wäre es mit etwas Rührei? Ich bin Vegetarierin und Sie bieten mir Eier an? Entschuldigung, ich habe nur einen Moment nur überlegt, was wir an fleischlosen Gerichten haben. Und ich dachte, zum Frühstück da wäre keine Eier. Ja, ja, schon gut. Wie wäre es mit dem vegetarischen Burrito, den ich erwähnt habe? Aber die Frau schüttelte den Kopf. Salat? Nein, ich will etwas Ordentliches. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Werden Sie etwas schnippisch? Ich will lediglich wissen, was Sie essen möchten. Fragen Sie mich doch nicht, was ich will, sondern sagen Sie mir, was Sie haben. Lucy war mittlerweile genervt von der Frau, versuchte aber freundlich zu bleiben. Wie wäre es denn mit einem einfachen Brot und Butter? Butter ist nicht vegan. Dann eben Margarine? Ist es denn vegane Margarine? Lucy hob die Schultern. Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, was ich Ihnen anbieten soll. Vielleicht haben wir einfach nicht das Richtige für Sie. Die Frau rümpfte die Nase und nahm dann einfach einen Kaffee, in der Hoffnung, dass der zumindest vegan hergestellt war. Was soll denn beim Kaffee nicht vegan sein? Der isst doch aus Bohnen oder etwa nicht? Aber manchmal werden die Bohnen mit tierischen Produkten behandelt, antwortete die Bikerin. Lucy konnte nur mit der Schulter zucken und notierte die Bestellung auf ihrem Zettel. Aber bevor sie gehen konnte, bestellte die Frau noch einen Apple Pie, sofern der ohne Butter gebacken war. Lucy wollte nachfragen, klemmte sich die Speisekarte unter den Arm und ging. Während sie an der großen Fensterscheibe vorbeilief, die zur Straße zeigte, sah sie skeptisch in die Ferne der Prärie. Dort war etwas Dunkles, Schemenhaftes am Horizont zu erkennen, aber die Umgisse waren noch zu verschwommen, als dass sie hätte sagen können, ob das ein Mensch, ein Panzer oder ein Flugzeugträger war. Hinter dem Tresen spießte sie die Zettel, die Maurice mitteilten, was er zubereiten sollte, auf eine Nadel. Einmal noch Pancakes für die Familie, Maurice. Eins nach dem anderen, bolterte er. Ich kann mich nicht zerreißen. Wäre auch kein schöner Anblick, vermute ich mal. Aber wenn du schon bei den paar Leuten, die momentan im Deiner sind, in der Küche verzweifelst, was wird dann, wenn die Bude mal voll ist? Mach du deine Arbeit? Ich mach meine. Ich quatsch dich ja auch nicht rein. Lucy schüttelte den Kopf und lächelte. Hast du irgendeine Ahnung, ob wir veganes Essen haben? fragte sie. Salat? sagte Maurice und zuckte mit den Schultern. Es soll schon etwas Ordentlicheres sein. Was genau soll das denn bedeuten? Jetzt zuckte Lucy mit den Schultern. Ich weiß auch nicht so genau. Wir haben den Veggie-Burrito. Aber wenn ich genau darüber nachdenke, ist da Käse drin. Ob der Käse allerdings je eine Kuh aus der Nähe gesehen hat, ist die Frage. So billig wie der ist, könnte es glatt ein Rest aus einer Reifenfabrik sein. Erinnere mich daran, hier nichts mehr mit Käse zu essen, sagte Lucy. Ansonsten weiß ich es auch nicht. Meinst du, wir brauchen mehr vegane Gerichte auf der Speisekarte? Maurice schien darüber nachzudenken, ob mehr Speisen mit Tofu den Laden in einen Publikumsmagneten verwandeln würde. Lucy stand dem eher skeptisch gegenüber. In den fast zwei Jahren, die ich nun hier bin, ist es das erste Mal, dass jemand explizit nach veganem Essen fragt. Ich würde sagen, dass sich die Nachfrage in Grenzen hält. Und meiner Meinung nach ist Tofu widerwärtig und sollte höchstens als Straßenbelag verwendet werden. Aber vermutlich ist es dafür als Ersatz ebenso wenig geeignet wie für Fleisch. Sie stellte sich vor, wie eine Kolonne von Autos versuchte, auf der wabbeligen weißen Tofumasse zu fahren, während die Insassen alle seekrank wurden. Ihr schauderte es. Maurice nickte. Dann wandte er sich wieder dem Essen zu. Sind die Kuchen eigentlich mit Margarine oder Butter gebacken? fragte Lucy. Margarine. Und ist die vegan? Maurice griff sich die Margarinebüchse und sah sich die Bestandteile an. Hm, soweit ich das erkennen kann, ja. Na, dann kann ich der Veganerin zumindest einen Pie hinstellen. Sie griff sich einen Teller und legte ein Stück Apple Pie darauf. Paul, der Tracker, sah ihr Geistes abwesend zu und hielt sich an seiner Kaffeetasse fest. Kannst mir später auch so ein Stück geben, Lucy. Sie stellte ihm den Teller, den sie gerade fertig gemacht hatte, hin. Paul, wenn du irgendwas willst, bekommst du es natürlich sofort. Er tippte sich ans Basecap und sie nahm einen neuen Teller, packte ein Stück darauf, griff nach dem Kaffee und ging um den Tresen. Sie servierte der Motorradfahrerin den Pie, versicherte ihr, dass der vegan wäre und goss ihr Kaffee ein. Die Eltern der Familie am anderen Tisch bekamen ebenfalls Kaffee und die Versicherung, dass das Essen nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. Auf dem Rückweg zum Tresen schaute Lucy erneut aus dem Fenster. Der dunkle Umriss war mittlerweile näher gekommen. Jetzt konnte sie erkennen, dass es ein Reiter war. Sie runzelte die Stirn, weil Reiter in dieser Gegend eine sehr ungewöhnliche Sache waren. Es gab weit und breit nichts, wohin es sich lohnen würde zu reiten. Mit Ausnahme des Diners vielleicht, aber das war so abgelegen, dass der Ritt vom nächsten Ort einfach albern gewesen wäre, zumal es in der Stadt überhaupt keine Pferde gab. Sie stellte die Kaffeekanne zurück in die Maschine und fragte Maurice, was die Pancakes machten. Mädchen, hetze mich nicht! Hast du schon mal den Begriff Fast Food gehört? Das ist Frühstück und kein Fast Food. Sie schüttelte den Kopf. Sag mal, Maurice, hast du hier schon mal Reiter in der Gegend gesehen? Maurice unterbrach seine Arbeiten am Herd. Reiter? Meinst du Cowboys? Nein? Zum Teufel, was sollten die denn hier wollen? Ich glaube, dass da gerade einer kommt. Er beugte sich aus der Durchreiche. Mädchen, nimmst du Drogen? Nur das harte Zeug. Er schaute sie eindringlich an. Maurice, du weißt ganz genau, dass ich sowas nicht machen würde. Bei euch Studenten weiß man nie. Erst redet ihr davon, dass sie die Welt verändern wollen, dann nehmt ihr Drogen und hängt nur noch Pizza essend vor der Glotze. Glaubst du wirklich, ich würde Drogen nehmen und Pizza essend vor der Glotze hängen? Du bist heute zu spät gekommen. Sag du es mir. Sie stemmte die Fäuste in die Hüften. Ja, genau. Ich habe mich gestern richtig zugedröhnt und dann mit zwei Typen eine Tankstelle überfallen. Hinterher haben sie es mir beide noch richtig besorgt, während wir Pizza essend ferngesehen haben. Oder habe ich noch ein paar Klischees vergessen? Mädchen, was stimmt nicht mit dir? Wenn du es genau wissen willst, habe ich die halbe Nacht gelernt, weil ich nächste Woche eine Prüfung habe. Aber vielen Dank, dass du gleich davon ausgehst, dass ich ein Junkie bin. Mädchen, ich habe nur Angst um dich. Ich hänge durchaus Pizza essend vor der Glotze, sagte Lucy. Drogen habe ich deswegen aber noch nicht genommen. Sie zeigte aus dem Fenster, wo der Reiter mittlerweile deutlich näher gekommen war. Kannst du den da hinten sehen? Maurice öffnete die Küchentür, um heraussehen zu können. Verdammt! Seine Stimme überschlug sich wieder. Was zum Teufel? Na, zumindest siehst du, dass ich nicht halluziniere. Ist ja gut, Mädchen. Entschuldige. Was ist jetzt mit den Pancakes? Eins nach dem anderen. Sie schüttelte den Kopf und hob stöhnend ihre Tasche auf den Hocker, der hinter dem Tresen stand. Sie zog ein paar Bücher hervor und legte sie auf die lange Seite des Tresens, wo sie niemandem im Weg waren. Paul sah sie neugierig an. Jetzt kennen wir uns schon eine Weile und ich habe dich nie gefragt, was du eigentlich studierst. Männliche Kommilitonen, sagte Lucy trocken und ohne aufzusehen. Hä? fragte Paul. Umwelttechnik, sagte sie diesmal ernsthaft. Ah, willst du die Welt retten, was? Sie drehte sich zu ihm um. Und? Wäre etwas falsch daran? Nein, nein, beschwichtigte der Trucker. Ich wundere mich nur, warum du dann hier arbeitest. Auch ich muss irgendwie meinen Lebensunterhalt verdienen. Dummerweise ist Weltrettung unterbezahlt. Es sei denn, man ist ein ehemaliger Vizepräsident, der sich mit PowerPoint-Präsentationen auskennt. Paul schien über ihre Antwort nachzudenken, aber zu keinem Ergebnis zu kommen. Trucks fahren ist auch unterbezahlt, sagte er schließlich und stopfte sich ein weiteres Stück Kuchen in den Mund. Ich hoffe, das heißt nicht, dass ich kein Trinkgeld bekomme, sagte Lucy spielerisch, woraufhin Paul schräg grinste und den Kopf schüttelte. Dann wandte sie sich wieder ihrer Studiendektüre zu und er sich dem Fernseher. Es dauerte keine zwei Minuten, bis sie die Augen verdrehte bei dem, was sie da las. Mathematik und physikalische Formeln. Das lerne ich doch nie, sagte sie. So eine Scheiße. Lucy, rief Maurice aus der Küche, nicht vor den Gästen. Ja, entschuldige, aber irgendwie ist es nicht das, was ich mir bei dem Studium vorgestellt habe. Sie ließ den Kopf hängen. Maurice kam aus der Küche und sah ihr über die Schulter. Was ist denn das Problem? Zu viel technischer Scheiß. Lucy, zu viel Technik, Mist. Bei einem Studiengang zum Thema Umwelttechnik wunderst du dich über die technischen Anteile? Sie breitete die Arme aus, ließ sie dann aber wieder fallen. Ich habe halt gedacht, dass ich irgendwelchen Leuten helfen kann, indem ich Brunnen baue oder denen ein paar Solarzellen aufs Dach packe. Momentan helfe ich aber gar keinem. Und wenn das Studium so weitergeht, werde ich wohl für immer Kellnerin bleiben. Und dann ist damit wirklich niemandem geholfen. Auch Kellnerinnen sind wichtig, sagte Maurice. Wenn mich das gerade aufbauen sollte, hat es nicht geklappt. Ich will nicht wie meine Mutter enden, die mit Ende 50 beim Bedienen immer noch von Truckern begrapscht wird und mit Jo, Flo, gerufen wird. Sie wandte sich Paul zu. Nichts gegen Trucker, Paul. Aber der sah nur kurz weg vom Fernseher, schüttelte den Kopf und zuckte mit den Schultern. Sie fuhr fort. Oder mir von irgendeinem Trottel ein Kind machen lassen, der dann unser ganzes Erspartes in Schnaps umsetzt, sodass ich Afrika nur auf der Landkarte werde entdecken können. Die einzige Möglichkeit, irgendwas zu bewegen, wäre dann, dass ich den hiesigen Pennern ab und zu mal einen Kaffee ausgebe. Und ein Wechsel, fragte Maurice. Des Studiums? Meine Eltern bringen mich um. Und wenn die es nicht tun, dann die Studiengebühren. Was meinst du, weswegen ich hier arbeite? Wegen dem netten Chef? Das auch, Maurice. Wenn ich dir irgendwie helfen kann? Ich will auf den Arm, sagte Lucy kindisch. Maurice drückte sie kurz an sich. Du schaffst das schon. Aus der Küche kam ein schärfer Geruch und ein wenig Qualm drang durch die Öffnung. Maurice, ich glaube, die Pancakes sind jetzt Bierdeckel. Oh verdammt, rief er und polterte durch die Küchentür. Lucy wandte sich wieder ihre Lektüre zu, aber nach ein paar weiteren Absätzen schaute sie hoch und rieb sich die Schläfen. Dann warf sie einen kurzen Blick aus dem Fenster und erschrak. Auf der anderen Straßenseite stand das Pferd mit dem Reiter. Und was für Gestalten das waren. Der Reiter trug einen breiten Hut, der ihn vor der Sonne schützte. Allerdings hatte der Anblick fast etwas Komisches, weil sein Gesicht so eingefallen und verhärmt war, dass der Hut aussah, als wäre er ihm drei Nummern zu groß. Er wurde buchstäblich von den abstehenden Ohren gehalten. Auch der Rest des Mannes sah unförmig und grotesk aus. Seine Kleider waren zu weit und auch seine Stiefel schienen sich nur aus reiner Willenskraft an den Füßen zu halten. Der Staub der Prärie ließ sie alt und abgenutzt aussehen. Aber als sie genauer hinschaute, erkannte sie, dass sie eigentlich völlig in Ordnung waren. Nein, was sie wirklich erschreckte, war der Anblick des Pferdes. Passend zu seinem Reiter war der Schimmel bis auf die Knochen abgemagert. Tatsächlich machte sie sich mehr Sorgen um das Pferd als um den Reiter. Tiere konnten zumeist nichts dafür, wenn sie misshandelt wurden. Nachdem der Reiter langsam links und rechts die Straße hinuntergeschaut hatte, drückte er kurz die Beine zusammen und das Pferd schritt gemächlich über den Asphalt. Vorne am großen Fenster und am Eingang hielt es schließlich an der Laterne, die neben dem Deiner nachts den Parkplatz spärlich beleuchtete. Lucy war unbewusst hinter dem Tresen vorgetreten und dem Tier gefolgt und sah nun durch die Scheibe zum Parkplatz, wie der Reiter abstieg und den Schimmel an der Laterne festband. Er strich noch einmal liebevoll über die Nase des Tieres, bevor er sich umdrehte, um die paar Stufen zum Eingang zu nehmen. Als er eintrat, stand Lucy unbewegt an der Scheibe und starrte ihn an. Er nickte ihr kurz zu, bevor er den Blick durch das Deiner schweifen ließ. Dann schritt er gemächlich den Gang entlang, wobei seine Stiefel bei jedem Schritt ein dumpfes Klack verursachten. Er schien den Raum zu studieren, blickte die Familie in der einen und die Motorradfrau in der anderen Ecke an und setzte sich dann in die mittlere Nische vor dem großen Frontfenster, sodass er den Eingang im Blick hatte. Er richtete seine Aufmerksamkeit einen Moment lang nach draußen, als würde er den Horizont nach etwas absuchen. Dann drehte er den Kopf nach vorn, verschränkte die Finger und lächelte Lucy an. Die starrte ihn immer noch an. Sie löste sich aus ihrer Trance, schaute kurz zum Pferd und verzog das Gesicht. Es tat ihr weh, ein Tier so unterernährt zu sehen. Sie riss sich aber zusammen, schnappte sich ihren Notizblock und eine Speisekarte vom Tresen und trat an die Nische des seltsamen Reiters, um die Bestellung aufzunehmen. Hallo, ich bin Lucy, wie ist die Speisekarte? Sie gab ihm die, wie sie mittlerweile annahm, in falsches Leder gebundene Karte und spulte den Rest des Standardprogramms für die Kunden herunter. Möchten Sie vielleicht gleich einen Kaffee? Der Mann nahm ruhig die Karte entgegen. Vielen Dank, ein Kaffee wäre schön und vielleicht gleich mal ein Stück von den Kuchen. Er zeigte auf die Kuchenauslage, in der etwa fünf verschiedene Sorten Kuchen und Peis standen. Okay, und welchen davon? Von allen. Lucy stutzte. Sie wollen von jedem Kuchen ein Stück? Der Mann nickte. Und plötzlich knurrte sein Magen laut. Na, Sie scheinen ja solchen Hunger zu haben, dass Sie glatt ein Pferd essen könnten, was? Nur Ihres scheint dafür denkbar ungereignet zu sein. Der Mann sagte nichts weiter, hielt nur ruhig die Karte in seinen Händen. Lucy war eigentlich der Meinung, dass ihre Anspielung nicht sehr subtil gewesen war, aber, da der sonderbare Mann nicht darauf reagierte, stellte sie ihm noch eine Frage. Ihr Pferd hat schon bessere Tage gesehen, oder? Der Mann lächelte. Nicht wirklich. Finden Sie, dass es nicht gesund aussieht? Sieht aus wie kurz vor Seife, würde ich sagen. Ich frage mich, ob Sie sich auch wirklich darum kümmern. Glauben Sie mir, dem Tier mangelt es an nichts. Wahrscheinlich kann man da geteilter Meinung sein, sagte Lucy schnippisch, aber sie wollte keinen zahlenden Kunden vergraulen und wahrscheinlich würde die Polizei ohnehin nichts unternehmen, wenn sie bei denen anrief. Wenn Sie sich solche Sorgen um ein Pferd machen, sagte der Mann, können Sie ihm gerne etwas Wasser rausbringen. Ich schätze, Pferdefutter haben Sie nicht, oder? Sie schaute ihn skeptisch an. Schätze, wir sind jetzt offiziell ein Saloon oder eine Pferdetränke. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Sie ging hinter den Tresen und fragte Maurice durch die Durchreiche, ob er vielleicht irgendwas hatte, was man Pferden zu fressen geben könnte. Maurice wäre daraufhin fast ein Pancake heruntergefallen. Sieht das hier aus wie ein Saloon? Sind wir in der Zeit zurückgereist und plötzlich im wilden Westen? Wenn ja, dann werde ich als Afroamerikaner bestimmt bald aus der Stadt gejagt oder verkauft. Ah, das ist also, was man schwarzen Humor nennt, was? Maurice sah sie mit gerunzelter Stirn an. Nun sei nicht gleich so theatralisch. Kannst du vielleicht wenigstens einen Eimer oder so mit Wasser füllen, damit ich den dem Tier draußen hinstellen kann? Sind wir jetzt eine Pferdetränke? Könnte sein, dass das vielleicht das Besondere war, was dem Diner bisher gefehlt hat. Die Chef schaute gern Himmel, als würde er den Herrn um irgendetwas bitten wollen. Aber er bewegte sich nicht und deswegen sang sie halb seinen Namen. Maurice, erschüttelte den Kopf. Schon gut, ich schaue mal, was ich finde. Danke, du bist das Musterbeispiel eines Tierfreundes, erwiderte Lucy und trat an den Schrank mit dem Geschirr, um ein paar Kuchenteller herauszunehmen. Paul saß weiter ruhig auf seinem Platz, beobachtete das Geschehen und aß langsam und genüsslich seinen Apple Pie. Großbestellung? Lucy nickte in Richtung des Reiters. Der muss aber Hunger haben, sagte Paul. Lucy nickte und packte von den verschiedenen Kuchenplatten jeweils ein Stück auf die Teller. Dann stapelte sie die Teller auf ihren Unterarmen und ging damit zum Tisch des Reiters, der noch immer die Karte studierte. Und da sind die Kuchen. Sie stellte die Teller ab. Da wünsche ich Ihnen und Ihrem Bandwurm guten Appetit. Kann ich Ihnen noch etwas bringen? Den Kaffee, den Sie mir bereits angeboten haben, sagte der Mann und lächelte. Lucy fasste sich an die Stirn. Entschuldigen Sie bitte, ich war völlig in Gedanken. Kommt sofort. Sie wollte weggehen, als der Mann plötzlich Moment, da wäre noch etwas, sagte. Sie wandte sich ihm wieder zu und bemerkte im Augenwinkel etwas im großen Fenster. Mit gerunzelter Stirn sah sie in der Ferne einen weiteren dunklen Fleck. Der Mann folgte ihrem Blick und kommentierte das lediglich mit einem Hm. Ist das da hinten ein Freund von Ihnen? fragte Lucy, noch immer aus dem Fenster starrend. Oder eine Freundin. Je nachdem, wer zuerst ankommt. Sind Sie hier mit mehreren Freunden verabredet? Kommen die alle mit Pferden? Ja, wahrscheinlich schon. Lucy wunderte sich. Ich fand ja einen Reiter in der Gegend schon merkwürdig. Aber dass jetzt gleich mehrere kommen? Sind Sie ein Club oder sowas? Der Mann dachte kurz darüber nach. Im weitesten Sinne könnte man das wohl so bezeichnen. Lucy wusste nicht recht, ob der Mann einfach maulfaul war oder schlichtweg nicht reden wollte. Na, wenn noch mehr wie Sie kommen, reicht der Kuchen vielleicht nicht. Der Mann sagte nichts. Gut, dass wir darüber geredet haben, sagte Lucy und trat langsam zurück. Entschuldigen Sie bitte die vielen Fragen, aber Reiter, komm mir sonst einfach nicht vorbei und vielleicht bin ich ein wenig zu neugierig, was Sie hier machen. Ich wollte Sie nicht belästigen. Kein Problem, sagte der Mann lächelnd, aber ich würde gerne noch etwas bestellen. Lucy stoppte. Wollen Sie nicht erstmal den Kuchen essen? Wer weiß, ob Sie hinterher noch Hunger haben. Das Lächeln verließ das abgemagerte Gesicht des Mannes nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch etwas vertragen könnte. Lucy zückte ihren Notizblock und trat wieder an den Tisch. Ihren Metabolismus hätte ich gern, mummelte sie, bevor sie in normaler Lautstärke sagte, solange Sie bezahlen, soll es mir recht sein. Was darf es denn sein? Der Mann blätterte noch einmal kurz durch die Karte. Ich hätte gern einmal die Eier mit Bacon, danach einen Teller Pancakes und dann einen Double Cheeseburger mit Fritten. Lucy hielt ihren Block vor sich, schrieb aber nicht. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie das alles essen wollen? Ich bin mir wirklich, wirklich sicher, dass ich das alles essen will. Wirklich? Wirklich? Wie zur Bestätigung knurrte der Magen des Mannes in einer Lautstärke, die Lucy so nie zuvor gehört hatte. Falls ich es nicht schaffe, können ja meine Freunde davon etwas abhaben. Lucy schaute ihn skeptisch, aber beeindruckt an. Dann zuckte sie mit den Schultern und schrieb seine Bestellung auf den Zettel. Ich bringe gleich den Kaffee. Vielen Dank, sagte der Mann. Hinter dem Tresen piekte Lucy den Zettel an der Durchreiche auf und teilte Maurice die Bestellung mit. Er wiederum deutete auf den mit Wasser gefüllten Eimer in der Küchentür. Gerade als Lucy den Eimer hochnehmen wollte, knurrte ihr Magen lautstark. Ach du meine Güte, entfuhr es ihr. Warst du das gerade, Mädchen? Sie nickte. Hätte wohl heute Morgen doch etwas essen sollen? Du hattest noch kein Frühstück? Mädchen, hatte schon mal jemand gesagt, dass du in einem Restaurant arbeitest? Und ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum so viel Licht in der Eisenmine ist. Kannst du eigentlich auch mal ernst sein? Wenigstens hast du mich nicht gefragt, ob ich einen Clown zum Frühstück hatte. Denn, wie du weißt, hatte ich ja keins. Ich haue dir ein paar Eier und etwas Speck mit auf den Grill. Danke, Maurice. Er winkte ab. Ohne Frühstück zur Arbeit gehen. Wirklich. Lucy nahm den Eimer und schleppte ihn mit beiden Armen hinter dem Tresen entlang. Paul, der sah, wie sie sich abmühte, bot ihr Hilfe an, aber sie sagte eben, dass sie ohnehin ihre Muskeln trainieren wollte. Dummerweise fehlte Paul das Verständnis für Ironie, also musste sie den Eimer tatsächlich alleine tragen. Sie schleppte ihn die Stufen hinunter und ging um das Haus zur Laterne, wo das weiße Pferd angebunden stand. Aus der Nähe betrachtet sah das Tier fast noch schlimmer aus, als es durchs Fenster gewirkt hatte. Lucy überlegte erneut, ob sie die Polizei wegen Tierquellerei benachrichtigen sollte, wollte aber keinen Ärger, zumal sie jetzt wusste, dass Freunde des Reiters kommen würden. Sie wollte erst mal abwarten und sehen, ob die Pferde der anderen ebenso aussahen. Im Zweifelsfall hatten alle anderen ohnehin mehr Ahnung von Pferden als sie. Trotzdem hatte sie das Gefühl, dass dieses Pferd nicht gesund aussah. Sie stellte den Eimer Wasser ab und das Pferd steckte seine Nase hinein. Einen Augenblick überlegte sie, das Tier zu streicheln, aber irgendwie war ihr das nicht geheuer. Deswegen ging sie wieder zurück ins Diner, zumal die Gäste auf ihre Bestellungen warteten. Maurice hatte mittlerweile die Pancakes und den Rest des Essens für die Familie fertig. Sie griff es sich und die Kaffeekanne gleich mit. Der Vater hatte seine Tochter auf dem Schoß sitzen und strich ihr liebevoll über den Kopf, als Luz die Bestellung absetzte. Sie füllte gleich noch den Kaffeebecher der Mutter nach, die ihrem lesenden Sohn ein Wort erklärte, das er nicht verstand. Dann ging sie wieder zum Reiter und wollte ihm nachschenken, aber sie erschrak, als sie durch die Scheibe die Figur auf der anderen Straßenseite bemerkte. Ach du meine Güte, entfuhr es ihr, sind wir jetzt eine Abdeckerei geworden? Der Reiter folgte ihrem Blick. Ah, Maladi. Wie bitte? fragte Lucy. Maladi ist gekommen, sagte der Mann und zeigte mit seinen knochigen Fingern nach draußen. Das Pferd war nicht so hell wie das Seine. Es hatte eher die blasse Farbe von Eiter, dachte Lucy und schauderte. Es war nicht ganz so abgemagert, aber gesund sah es deswegen nicht aus. Auch die Reiterin, die in ihrem Kleid unpassend auf dem Tier wirkte, machte den Eindruck, als könnte sie jeden Moment vom Pferd fallen. Und wie zur Bestätigung hustete sie so stark, dass sie sich am Sattel festkrallen musste. Dann sah sie die Straße hinunter, zuckte kurz mit den Beinen und das Pferd trabte gemächlich zu seinem am Laternenmast angebundenen Freund. Lucy starrte der Reiterin hinterher. Erst das erneute Knurren des Magens ihres Gastes weckte sie aus der Trance. Oh, 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 entschuldigen Sie bitte, sagte sie und goss ihm den Kaffee ein. Dabei fiel ihr Blick auf die Kuchenteller. Sagen Sie bloß, Sie haben schon fast alles aufgegessen? Der Reiter lächelte. Vor ihm stand nur noch die Hälfte eines Kuchens. Hunger, sagte er kurz angebunden. Meine Güte, Sie sollten am Schnellesswettbewerb teilnehmen, sagte sie, als sie die Teller aufeinander stellte, um sie zur Küche zu tragen. Draußen stieg gerade die Frau namens Maladie vom Pferd und band es am Laternenmast an. Maurice, sagte Lucy an der Durchreiche, wo sie die Teller abstellte, du wirst es nicht glauben, aber da steht ein zweiter Reiter vor der Tür. Was? Wenn noch mehr Pferde kommen, brauche ich wirklich noch eine Tränke. Übrigens ist dein Essen gleich fertig. Du hast dich doch hoffentlich erst einmal um die Bestellungen der Gäste gekümmert. Quatsch. Erst einmal sorge ich dafür, dass es meinen Angestellten gut geht. Aber es heißt doch, dass der Kunde König ist, Maurice. Kunden kommen und gehen. Wenn die Angestellten zufrieden sind, überträgt sich das auch auf die Kunden. Insofern kümmere ich mich erst einmal um meine Angestellten. Das sollten viel mehr Unternehmen zur Hand haben. Er klang dabei so gewichtig, als wäre er mindestens Vorstandsvorsitzender eines Weltkonzerns nicht der Besitzer eines Diners am Ende der Welt. Jaghãst ... ... ... ... ... ...